Aufnahme Kamerakind Cracky, ja genau, in diesem Sinne. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur Bastelnacht. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen Popöchen. Wir haben heute schon einige Reinzapper gehabt, die hier so den Strangeldengel ausgelöst haben, was ich sehr freundlich fand. Und dazu zählen unter anderem der Snoopy für elf Monate, der Dirt Rider, der Frava, Dragon Hunter, El Plagiato, Epic, Very Epic, der Elmes, 70, Weltklasse, Morfty Saw. 24 Monate, jetzt schon 32 Monate, what the hell, Monate, Monate. Arno, Schwengeldengel, Bremsspulllili, Siski, hallo, wir testen das hier noch. Test, test, 1, 2, 3, funktioniert's? Sehr schön. Hallo, Antti. Schön, dass ihr da seid. Wollen wir gerade mal meinen Sauger wieder leer machen, nachdem ich gerade... Ich wollte den Filter gerade leer machen und dann habe ich ihn erstmal quer über den Flur gekickt. Da musste ich erstmal wieder saugen und jetzt ist er wieder voll, der Filter. Doppelt gesaugt. Beste Taugtics. Matt Bob und Jens Kling, Hallöchen. Mit Kragen, was geht ab? Ja, wir hatten heute Feierlichkeiten, habe ich fotografiert und dann dachte ich mir, ah komm, bleibst du so. Ach, schau mal, bleibst du so, bleibst du so. Heute mal wieder, mal wieder ein Fotoapparat geschwungen und auch mal Fotos ausgedruckt und tralala. War sehr nett. Mic Test, 1, 2, 3, ein Teufelskreis. Ja, in der Tat, ja. Kannst du immer wieder... Heute mit Dresscode, ich habe das Falsche an. Ne, kein Dresscode, ich sehe euch ja nicht. Ihr seht ja nur mich jede Woche, Woche für Woche. Was ja auch völlig okay ist. Ich komme damit zurecht. Ich komme damit zurecht, dass ihr immer wieder da seid. Das ist schon verrückt. Das ist schon eine wilde Wurz. Ich habe hier gerade den 98... Da, der Dings da, wie heißt der? 9800... 9800 X3D, den habe ich gerade vom Tisch geschmissen. Ich dachte mir, damit wollte ich euch nicht nochmal langweilen. Wobei ich noch die ein oder andere Video-YouTube-Idee habe. Aber dann ist er gut. Ist halt nur eine CPU. Ich werde euch einfach nicht los. Irgendwie nicht. Irgendwie werde ich euch nicht los. Aber ist ja auch okay so. Also wir können uns da mal was einschütten. IC Yogi! Wir sind zack. Ist halt einfach schnell, kennt man. Ja. Einfach schnell, einfach schön. Aber ich habe von Raphael Fötter hier, von der PCGH. Vom RAF. Mal gucken, wie oft ich den Namen aussprechen muss, dass der unten als erwähnte Person auftaucht. Ist euch das aufgefallen in der letzten Bastelnacht-Aufzeichnung? Erwähnte Person Roman Hartung. Hä? Wie heißt der andere? Steve Burke? Linus Sebastian? Wen können wir noch erwähnen? Tom Cruise. Ich habe mir nicht aufgefallen. Hallo YouTube-KI. Hello and welcome. Das ist Daniel Bauer speaking. Ich mache mir jetzt Kaffee. Was macht die neue Insel-Ark? Hier, was macht die wohl, ne? Wüssten wir alle mal gern, ne? Die B-Ark Bark. Im schlimmsten Fall kommt nur ein Mittelklasse-Modell raus und das war es dann. Und dann schauen wir alle in die Röhre, weil die dann immer noch nicht schnell genug ist für die Gamer. Und dann kauft sie erst recht keiner mehr. Aber das hat eh noch keiner verstanden, dass die Karten mittlerweile eigentlich relativ gut funktionieren. Da ist halt immer noch der Ersteindruck, der gefestigt ist in den Mindset. Und da kannst du noch so oft wiederholen, dass die Karten durchaus benutzbar sind, wenn man ein bisschen versierter ist. Aber it is, it is. Ein B75-85, ja gut. Pest und Cholera dann, ne? Aber wir bräuchten halt so ein High-End-Modell mit 16 Gig. Warum nicht, ne? Für 350 Euro wäre ich dabei. Und dann ein bisschen die 77 XT ärgern oder so einen Scheiß. Geschweige denn die 4060 Ti. Mein Lieblingskärtchen. Finde ich nett. You're the late Jimbo! Ist das dieser, der Bauer? Erwähnte Person? Hardware Hans-Peter. Hardware Hans-Peter, Mundraubredach. Das machen wir jetzt mit Raff. Raff ich nicht. Achso, der Raphael Vötter hat ja, ähm, hat doch so ein schönes Notebook, wo schon der neue Intel-Grafik-Chip drin verbaut ist in der Variante, die natürlich viel kleiner ausfällt. Und da hat er sich dann den Spaß gemacht, weil der auch irgendwie acht Einheiten dann von dem neuen Kern hat und dann mit so einem bestimmten Takt läuft, so 2050 MHz oder was. Und das passt halt perfekt auf die bisherige A380. Und hier hat er dann ein bisschen eingedrosselt, dass die gleich taktet. Ähm, natürlich hat der Notebook-Chip einen geteilten Speicher mit dem Hauptprozessor und arbeitet da etwas anders als die, äh, A380 mit ihrem dedizierten Speicher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, waren die Leistungszugewinne bei dieser, bei diesem Megahertz-zu-Megahertz-Vergleich, ähm, nicht zu verachten. Waren ziemlich spannend. Das Video hast du gesehen, ja, genau. Das war, fand ich gut. Fand ich gut. Also insofern, ja, schauen wir mal. So, jetzt Kaffee. Das haben wir hier gewischt. Das haben wir die Hände schmutzig. Intels zweiter Versuch mit Grafikkarten diesmal besser suchen. Ja. Zum Bleistift. Weil der erste Versuch schon ganz gut war, aber vielleicht müssen zu früh. Hat aber eine sexy 7.9 XTX für unter 900 gehofft zum Black Friday. No-Mae-Modelle für 900. Ja. Ist halt schon schwierig in der Größe, ne. Ähm. In dem Preisregion, ähm, wenn das so gefestigt ist. Und keine Ahnung. Entweder man will das dann haben, wenn man es an 50 Euro festmacht. Der Ripp hat jetzt auch in den sauren Apfel gebissen und sich endlich eine 4080 Super geschossen, nachdem er das jetzt monatelang beobachtet hat. Und da tut sich ja nichts. Außer, dass vielleicht Ende Januar, Anfang Februar dann 5090 kommt für 30.000 Euro. Muss man mal sehen. Real Schutte, danke dir für 68. Die Hype-Chest ist am Start. In der Bronze hat die 64 voll gemacht. Alles Weltklasse. Kick mal in der Hand. Also, ich hätte jetzt auch eine Hype-Chest öffnen können, habe ich nicht gemacht. So, scrollen Sie mal weiter, bitte. Kaum was bemerkt von Black Friday. Ja, ich habe mich trotzdem so ein bisschen anfixen lassen, was die Shopperei angeht. Weil ich denke mir jedes Mal, man könnte sich Zeit kaufen. Aber das funktioniert ja doch nicht. Es ist irgendwie... Also, ich stecke auch in so einem Hamsterrad des Grauens fest. Leider. Aber heute machen wir vielleicht ein bisschen was. Wir können die Sculper wieder alles wegkaufen. Ja, weiß der Geier, was passieren wird, nicht wahr? Hype-Chest hat Stufe 2 erreicht. Ist ja jetzt zu Ende der Hype-Chest. Er ist schon weggefahren, ne? Tut, tut. Vielen lieben Dank für den Follow. Anyways, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, weiß der Geier oder weiß er nicht. Ja, lassen wir uns überraschen. Ist halt High-End-Artware. Es ist halt schade, dass in vielen Köpfen was Kleineres einfach nicht mehr möglich ist. Weil es halt was Schnelleres gibt. Was ich auch verstehen kann. Aber da draußen fahren ja auch nicht nur Supersportwagen rum. Und ich glaube, selbst wenn jeder Mann einen Ferrari oder sonst noch was fahren könnte, könnte, ich glaube, sie würden es trotzdem eigentlich nicht tun. Aber schlechter Vergleich vermutlich. Ganz egal, ich kaufe sie nicht. Vor 20 Jahren bemerkt, dass wer alle moderne Technik nicht Zeit bringt, sondern auch mehr Zeit kostet. Vor kurzem erst eine 780 C gekauft. Bin zufrieden. Nicht so ganz verfassend als Vergleich. Ja, gut, aber guck mal, hier gibt es ja auch. Es gibt ja auch das Arbeitstier, was du zum Video-Encoding benutzen kannst. Das ist dann meinetwegen dein Van, dein Transporter. Ferrari als Daily ist zu anstrengend. Eben. Wer hat denn schon Lust auf Spulen-Fiepen, weil er nicht weiß, was ein FPS-Limiter ist? Ich mach nur Spaß, okay? Ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Weil der Computer hat ja selber keine Autobahn oder keinen Stau, in dem er stehen muss. Und insofern ist das natürlich auch besser. Cybermic, Hallöchen, guten Abend. Ferrari als Daily Fiat. Ja, Ferrari in außergewöhnlicher Tarnung. Feuer an allen Töpfen, wer kennt es nicht? Muss ich dem UGS danken für 50, weil er taugt hier in dem Chat nicht auf. Da oben war er gewesen. Weltklasse. So, ich muss wieder Fenster sortieren. Erst dies, dann das. Nee, Fehler in allen Teilen ist falsch. Fahre immer am Tag, denn nachts haben die Werkstätten zu. Fahre immer am Tag, das bedeutet das. Nicht Fehler in allen Teilen. Das hast du falsch aufgenommen. Mal sehen, ob der A4-1-Q dann noch besser wird. Wäre ja die Spitze für mich. Ich glaube, da werden die wahrscheinlich keinen Finger dran gerührt haben. Aber wenn er noch schneller wird, nehme ich die Zeit gerne mit. So. Das ist gut. Hier liegt ein Bleistift. Der ist schön. Ich tue ihn mal dahin, dass ich wieder weiß, wo ich ihn finde. Dingenswohnungs. Dann habe ich hier meinen Wohnzimmer-PC. Der, der, der kleine Rechner, an dem ich theoretisch VR spielen würde, wenn ich es denn mal wieder machen würde. Und an dem wir unser On-Demand-TV konsumieren. Seit ein paar Monden. Das ist ein Netzteil. Und das ist der Computer. Der, der Deep Silence 3. Drei. Ich muss den Monitor wegschieben. Dem habe ich mittlerweile auch ein lustiges Kühlkonzept verpasst für die Grafikkarte. Und ich möchte ihm ein, zwei Komponenten klauen. Putzen. So ein bisschen. Ein bisschen stauberter gesammelt. Hier ist halt Tageslicht. Und eigentlich sieht mein Hemd halbwegs schwarz aus. Wenn 3D ja schneller ist, dann würde ja etwaige B380 für OBS, Klimbim und Encoding reichen. In der Tat. Wobei ich halt auch nicht, auch nicht den, den Test eigentlich noch schuldig bin, äh, integrierte Intel-Grafik plus eine kleine ARC zu benutzen. Weil ich ja eh den Live, das Live-Feed als CPU-Encode laufen habe. Und nur den Local-Record, die 4K, 60 über die ARC. Aber ich glaube, da waren die ja eh ein bisschen schwächer. Hab günstig eine 3060Ti TUV-V2 geschossen. Entschuldigung übrigens, dass ich so ein schweinischer Mensch bin. Hast du zufällig Erfahrungswerte, was Undervolting Overhaul angeht? Geht sehr gut bei denen, ja. 3060Ti macht häufig Spaß im Undervolting und, ja. Das kann man machen. Prost. Mark Hamill wär stolz auf mich. Cyberdesk. Hui. Wieder ein ganzer letzter November. Wir mögen es versaut. Na, bin Cyber. Vielen Dank für 68. Man, what's going on? Weltklasse. So. Ja, wunderschön hier mit Larm-Party-Zeug deklariert. Und da sehen wir eine Gehäusewand. Ja, also ich hatte bisher ja einige 3060Ti hier. Das Referenzmodell ging da bisweilen noch am besten. Aber, ja. Also generell ist das auf jeden Fall ein Chip, an dem man spielen kann. Glaubst du, ein Föhn geht klar? Äh, kein Föhn benutzen bitte. Weil der kann halt die Luftpartikel positiv laden und dann hast du nachher da, ist dein ganzes Mainboard statisch aufgeladen und entlädt sich dann irgendwo. Also, ich weiß nicht, ob das auf Kaltstufe klar geht, aber dann würde ich lieber pinseln. 41000, 41000, du hast hier eine gute Grundeinstellung. Irine ist darüber sehr, sehr erfreut über deine 2000 Bits. Also eine gesunde, eine gute Grundeinstellung. Dankeschön, ja. Ich bin perfekter Politiker. Nein, ich meine Spaß. Nee, aber ich denke, ich bin da ein bisschen anders unterwegs als, als, ja. Ja, die Das-muss-so-Generation. Ich nenne sie einfach mal so. Das-muss-so. Wir wissen alle besser, wie wir unsere Komponenten einzustellen haben, weil die Software ist immer doof. Da ist auch so ein Video jetzt wieder gedroppt. Dann müssen eigentlich alle ihre Benchmarks neu machen. Das werde ich noch als Video verwor... Dann werde ich auch nochmal ausprobieren. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Aber solche Aussagen sind schon schwierig. Unbedingt so. Wir haben hier was. Warum macht das nicht jeder? Verstehen wir nicht. Probiert das mal aus. Mr. Ports of Call. Guter Mann. Dankeschön. So, hier, Retro-Lärm. Guck mal hier, 2016 ist das schon her. Und dem lieben Eruka, dem bauen wir demnächst dann auch einen Rechner. Spoiler-Alarm. Vor fünf Jahren haben wir das letzte Mal einen Rechner für ihn gebaut und er hat bis jetzt gehalten. Obwohl ich im Video gesagt habe, der benutzt den, bis er explodiert, macht er dann doch nicht. Er upgradet doch schon früher. So. Kompressor mit Tank im Keller stehen. Ja, ich bin halt Fan von Pinseln und Staubsauger. Wurde die Lunge benutzen. Aber Föhn ehrlich gesagt eher nicht. Dann halt eher so, es gibt extra so Gebläse, die zum Staubentfernen gemacht sind. So mit so einer kleinen Düse vorne dran. Das ist besser dann dafür. Auch wenn ich denke, dass der Zeitraum, den der Akku hält und die Kraft, die da effektiv dann dahinter ist, sicherlich auch ihre Grenzen hat. Aber ja, ist okay. So, also er hat nicht nur eine Heifischflosse, Heifischflosse oben drauf, magnetisch, die noch von dem ehemaligen schönen Gigabyte Board ist, was leider ja von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben hat. Das, äh, was war das? Das Aorus Master, ne? Die X-75 Platine. Die wollte er irgendwann nicht mehr. Krieg ich selbst ein Föhn. So, ja, Leute geben, die kaufen Luftdruck aus der Dose. Ihr geht aber vor ihr. Das habe ich auch zweimal in meinem Leben gemacht, werde ich nie wieder machen. So, das wäre beinahe Kaffee gewesen. Das Problem beim Luftdruck aus der Dose ist, der ist viel zu schwach. Der ist viel zu schwach. Wenn du ein bisschen die Dose aus Versehen schüttelst, hast du schön die Aerosole überall drauf, dann ist alles nass, was nochmal Megakäse ist. Und das hat ratzfatz alle. Also, nee, nee, lass mal lieber. Ich hatte eh vor, alle Teile auszubauen, dann komme ich mit einem großen Pinsel gut in die Ecken. Ja, das ist doch okay. Und wenn man es dann lose macht, dann kannst du mit dem Staubsauger ja alles einfangen in dem Moment. Natürlich ist das zeitaufwendiger als einmal mit richtig Druckluft, mit einer Düse, Kompressor, schieß mich tot, einmal vor die Tür, alles weg. Lüfter vorher fest tapen. Da hat man nicht Strom generiert ohne Ende. Oh nein, jetzt habe ich hier schon an meinem Bauch das Wichtigste gefunden. Ja, hier ist nämlich auch eine Strumpfhose drin. Eine hautfarbene Strumpfhose. Also denkt jetzt nicht, dass das jetzt eine schwarze Strumpfhose wäre, die jetzt einfach nur so voll mit Staub ist. Ne, ist einfach eine hautfarbene Strumpfhose. Die hat Staubfilter dient. Die hat gesagt, dass die Stnahme hochkollern ist, dass die Stnahme hochkollern ist, ist dann die Stnahme hochkollern. Die Stnahme hochkollern ist dann ganz viel zu viel, die in die Stnahme hochkollern. Und jetzt wird, wenn ich die Stnahme hochkollern wie ein paar cm ausfüllen. Das ist nicht so vollkohlen. Ne, ist eigentlich gross. Das heißt, ich glaube, das bleibt nicht so vollkohlen. Und jetzt einfach, dass ich hier nicht so vollkohlen, unsere Stnahme hochkollern muss, die in den Stähungen wiederhört werden. so die war mal weiß ja genau unser staub ist nämlich hautfarben mir vorhin noch das klebeband hier rein geholt so ein bisschen das richtige hemd für diese arbeit und abend und vielen dank streetlight für die bits und vielen dank star viewer lasst uns in die sterne sehen dankeschön einmal das wichtig richtig und wichtig weil passt auf special feature deswegen heißt es ja auch hautstaub hast du die strumpfose gesehen? äh nö guck mal da was denn da passiert was ist mit diesem rechner passiert was soll das also das ist hier ja das ist eine direct blower das ist eine blower karte und ich habe hier halt aus einem ehemaligen aus einem ehemaligen isopropyl alkohol behältnis habe ich hier halt einen erdakt gebaut ein windtunnel, ja dazu die karte noch undervoltet und gib ihm das funktioniert sehr gut erschreckenderweise mal eine vernünftige stütze, ja in der Tat so das ist eine 2060 super bevor ihr fragt und eine 3950x tatsächlich und beides natürlich brutal undervoltet und schieß mich tot oh man ich sag es schon wieder also ja weil zum tv gucken brauchst du halt nicht viel mehr und detroit become human konnten wir auch sehr gut spielen meine frau und ich bisher lief alles sehr entspannt und das ist L-Tunnel kann man hier ganz gut reinklemmen schön romantisches warmweiß aha so wollte ich jetzt auch da eigentlich nicht übertreiben was das angeht sondern ich wollte halt hier an die dinger ran an die festplatten wollte ich nämlich ran dem fehlt ja tatsächlich der 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 ssd schacht verdammte axt nur zum tv gucken der rechner ne auch für auch für meine oculus also auch für für beat saber abzappeln im wohnzimmer theoretisch auch wenn ich das jetzt jahrelang nicht gemacht habe ich hab mal wieder bock drauf aber ja hallo verto grüß dich stabile konstruktion hallo 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 das war ganz gut weil man konnte es halt relativ easy zerschneiden ne ist einmal reingestochen und dann hast du eine nagelschere genommen und dann konntest du es ganz ganz gut ganz gut zerlegen und dann wirklich hier so drunter klemmen positionieren man hätte sicherlich noch irgendwie fixieren können aber ich habe mir gedacht okay du fixierst es hier und stellst den rechner weg und fertig ist na cool ist es hat schon sehr gut funktioniert ich habe der karte dann auch eine eigene lüfter kurve verpasst die früher hochdreht damit die karte besser ihren takt hält damit die einfach besser performt konsistenter performt weil das das große problem bei diesen radial gekühlten karten dass die lüfter kurven viel zu konservativ sind viel zu langsam hochdrehen und dann sind die karten schon heiß quasi und dross in ihren takt und dann kommt erst der lüfter hinterher das damals schon die die polaris radions die rx 480 und auf die 2060 super trifft das hier ganz genauso zu also muss man selber händisch das anlegen dass dann der stroh der 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 lüfter früher schneller dreht damit die temperatur nicht in den kritischen bereich kommt und die karte einfach ihre performance liefert mir die geweine hat also wird es irgendwann mal wieder eine rbc geben ja fragt uns das denn und wie lange müssen wir noch warten so zucker so acht jahre oder so vielleicht dann dann sind die kinder aus dem haus aus dem gröbsten raus dann können die väter sich mal freistehlen am wochenende wir machen jetzt rbc ist okay ja aber wird schon gerne steht außer frage aber vom lieben vom lieben setup tatsächlich find's toll wie du dich heute in dieser zeit für die pc technologie bzw. computer technologie begeistern kannst man hat das begonnen bei dir mit der ganzen pc technik das war so 1996 97 ging das richtig los mein papa ist schuld letzten endes weil der der erste war der der halbwegs brauchbaren rechner am start hatte dann ähm es gibt 120 60 12 gigabyte version ja gibt es aus der inje danke dir für stufe 3 wow 61 dankeschön vielen dank weiß ich sehr zu schätzen danke sehr ähm ja 96 97 ging das los mein papa hatte das mein kumpel hatte auch schon pc lange zeit dann so da habe ich dann schon ein bisschen so erste gehversuche gemacht aber ich glaube bei meinem papa war es zuerst hat er diesen coolen computerladen der jetzt bei uns im ort gab dieser verschmockte keller das war alles so das war alles so spannend diese welt ähm und dann ging das dann irgendwann los 97 hatte ich 97 dann mein eigenes Jahr und 98 gab es die konfirmation da gab es das dicke upgrade mit voodoo 1 mit 5 gigabyte festplatte und cd brenner naja komplette geld von der konfirmation auf den Kopf gehauen wups hoppala musst dir rechnen aber auf deinen papa schreiben du bist doch nicht geschäftstüchtig oh neinn ähm Ich wollte es jetzt dahingehend auch nicht übertreiben. Ich wollte eigentlich nur die Festplatten klauen. Aber wenn man schon mal dabei ist, kann man ja immer mal gucken. Wir schmeißen den gleich auch mal an. Also hier ist das X470 Taichi. Mein Taichi, was ich damals zum Test gekauft habe. Drinnen. Zwei NVMe stecken drauf. Dann seht ihr auch zwei Capture-Karten. Einmal hier für die Kameras. Wenn ich da ein Beat Saber Tango gemacht habe. Und ich suche meinen Pinsel. Nur den Vermorderten gefunden. Oh, ein Taichi. Die Gesundheit. Yes. 98 CD-Brenner. Oha. Da hat es aber wirklich viel auf den Kopf gehauen. 600 DM. Zweifach Speed. Da hat der CD-Brand 50 Minuten gedauert. Und die Rohlinge im 10er-Pack haben 140 DM gekostet. BASF. Und die waren richtig schlecht. Der Pinsel hat sich zum iFixit-Kit gesellt. Ja, könnte sein. Ich befürchte es fast. Ich hoffe es nicht. Ging für Hi-Fi drauf. Blaupunkt My Chronic Serie. Mein erster PC. 9,97 war ein Pentium 1 mit 90 MHz und Windows 95. Sehr gut. Ja, mein erster Rechner war ein 120er. Auch Windows 95. 8 MB RAM. 1,2 GB Festplatte. 1 MB Grafik. Guten Abend, Cracky. Hallo, John Deere. Einen alten Retro-PC. Einen alten Medium mit Windows XP Professional. Mit einem Pentium 4. 2,66 Gigahertz. Sehr gut. So. Normalerweise den normalen Staubsauger nehmen, weil der mehr aufsammelt als das Ding hier. Weiß ich nicht, warum ich die Grafikkarte rausgeholt habe. Ja, komm, ich hole mal kurz den Kühler da runter. 14 D-Mark der Rohling. Ja, ja, richtig. Und das war ja schon billiger. Aber da war jeder Rohling ja auch in einem Jewel-Case, ne? Also zumindest das. Was ist denn jetzt mit den Klammern los hier, ey? Alter. Festgebacken, oder was? Geht der Amiga auch als PC? Naja, er kommt nicht aus der gleichen Familie. Er ist ein Heimcomputer. Das steht außer Frage. Bei der Amiga wüsste ich es aus dem Kopf nicht, wann ich den hatte. Das weiß ich nicht mehr. Aber den hatte ich auch vorher. Er war auf jeden Fall das erste Bindeglied mit Tastatur und Maus. Alter, warum sind die so? Kriegst du nicht ab, ne? Ja, mir tun die Finger auch so weh. Es ist kalt in Deutschland. Mir tut alles weh. Das gibt's doch gar nicht. Soll nicht sein. So viel gepopelt. Frostschaden, ne? Komm, lass gut sein, ey. Ist egal. Der Kühler ist... Der Kühler ist... Das ist ein schöner Lock, du, ey. Mit einem Arctic-Lüfter drauf. Wahrscheinlich ist er beleidigt. Der Arctic will nicht loslassen. Kann ich auch verstehen. Ist okay, bleib da. Dann halt nicht. So. Ist in Ordnung. Ich akzeptiere das. Ist gut. Ne, ist ja kein Bock, ey. Tja. Gibt doch manchmal Probleme, die man nicht lösen muss. So, wir müssen eher an die andere Seite. Das ist der Backside. Worn on the Backslide. Ist arg dick mit dem Noctua-Kühler. Ja, kann ja. Diesen Ding... Alter, ich hab jetzt hier gesaugt. Und jetzt geht mir das Ding hier auf. Und jetzt ist die Hose schmutzig. Was ist hier los? Headhunter JD. Du warst das? Mann, Mann, Mann. Oh, sorry. Ja. Hoffe ich. Hoffe ich für dich. Oh, danke. Meine Gute. Was ist los im Moment? So. Dann nimmt er mal wieder einen Schraubendreher in die Hand und schon geht alles in die Hose. Oder auf die Hose vielmehr. Was ist das für eine Karte mit einem VGA-Anschluss? Eine Capture-Karte. Eine alte... Eine alte Ava-Media. Unter Windows 10 habe ich sie noch installiert bekommen. Ich muss unbedingt verhindern, dass das Ding auf 11 kommt. Dann geht ja gar nichts mehr. Erinnert ihr euch noch an mein Backup-Streaming-Gerät, wo wir versucht haben, die Karte einzubauen und zu installieren? Und dann habe ich da diese Speicher-Inti-Gedreht-Tango ausgemacht und dann ist das ganze Windows-Verreckt. Wenn du sauber und fest bist, kannst du bei meinem PC weitermachen. Das macht doch Spaß. Mach es doch selbst. Oh nein! Ich bin mir auch nicht sicher, ob dein PC danach noch laufen würde. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Ich hoffe auch, dass die Bude heute noch stehen bleibt. Meine ganzen Akkus sind wieder im Besitz für die ganze Feierlichkeiten-Beleuchtung hier im Hause. Kurze Nostalgie schwelgen darf. Ich erinnere mich noch an das Video, als Schmerdes und du das Mario Kart Wii-Video gedreht habt, wo ihr zeigt, wie ihr das Game mit dem Wii-Wheelpad gekauft habt. Yes! Oder das Guitar Hero 3-Unboxing. Guitar Hero 3! Ja Mann, ich liebe das auch, da zurückzugucken. Das war einfach eine geile Zeit. Wir hatten kaum Kohle, haben uns jedes Spiel selbst geschoppt zum Release und haben dann Nachtschichten unter der Woche eingelegt, um am Releasetag ein Video da zu haben. Wir haben es hart gepusht und Brawl hat uns dann in Durchbruch gebracht. Brawl! So, hier ist das Skyhawk 4 Terabyte. Die hat auch schon 5000 Stunden auf der Uhr. Sie geht immer noch. WePoint Points Cards kaufen. Points Cards kaufen? Yes! Ja. Total bekloppt, die Jungs. Sie hat mal ein bisschen gelitten beim Einbau. Darum ist das Label ein wenig fragmentiert. Aber gut. Gibt auch Schlimmeres für Festplatten. Bisschen kratzig, ja. Ravioli Nostalgie. Ah, da macht Spaß, Mann. Bin da voll bei dir. Ich wünschte mir auch, ich hätte mehr mehr Doll zum Zocken, weniger Hardware, in der ich schwimmen müsste, die ich umschiffen müsste und mehr Zeit mal mich mit dem ein oder anderen Jungen zu treffen und dann einfach tagsüber auch mal zu sagen, komm, wir nehmen jetzt was auf. Aber so schön Familie ist, so zeitintensiv ist sie halt auch. Defragmentieren Sie mal das Label, yes. YOLO! Guten Abend, YOLO! Danke dir für drei. Sie geht! Sie geht! Die Band! Siehst du dieses Licht? Kannst du denn dieses Licht nicht sehen? Welches Licht? Die Band! Elwood. Ja, Jimbo kann da jetzt auch ein Liedchen von singen. Früher war mehr CS. Wobei, als mein Sohn ganz klein war, habe ich so viel CS gespielt. Da hast du jede, also als der ganz klein war, jede freie Minute wurde genutzt. Für Tomb Raider Let's Play oben in der Bude, für abends CS zocken und streamen. Wie blöd, ey. Ranked Matches. Immer weiter, immer weiter. Jimbo, carry uns. Bitte, carry uns. Oh, einfach geil. Wohin? Wohin? So, und wir haben noch eine Skyhawk. 6 Terabyte. Garantie ist bereits 2020 ausgelaufen. Wann ist sie denn gebaut? Das ist 2017. Alles klar. Schon fehlt. Aber, die ist noch gut. 6 Terabyte sind 6 Terabyte. CS war nie mein Ding. Das alte CS auch nicht. CSGO hat dann bei mir gezündet durch den Matchmaking-Modus. Der hat mich angefixt. Alles im Leben hat seine Zeit und die sollte man genießen. Richtig, ja. Und Nostalgie ist was Schönes. Aber wir können halt leider auch nicht die alte Zeit einfach wiederholen und dann da weitermachen. Das geht halt auch nicht. Es geht immer alles wigger. Da gibt es ja auch nur filtern, wickeln, schlafen. 2017 6 Terabyte, das war nicht billig. Ja, war nicht so billig. Ich habe ja damals, habe ich ja immer den Speicherplatz komplett mitgenommen. Da hatte ich ja immer mehrere normale Festplatten im PC und hatte meine ganzen Daten immer dabei, wenn man so will. Das ist der Matchmaking-Modus. Ja, dass du dich halt mit fünf Leuten zusammen findest als Team und dann sagst du, wir suchen jetzt ein gegnerisches Team und dann spielen wir den Besten aus 30 Runden aus. Beziehungsweise 15 Gewinnrunden. Und das hat so bei mir gekickt. Nicht dieses das feste 5 gegen 5 und halt wirklich dieses du bist jetzt in dem Match drin und das wird auch zu Ende gespielt. Das war das A und O dabei. Du bist von Anfang an des Matches dabei und das wird zu Ende gespielt. Und wenn der Erste die 16 Gewinnrunden hat, dann ist es natürlich vorbei. Und nach der Hälfte dann Seitenwechsel. Das war total geil. Das hat voll gefetzt. Dann gemeinsam dann die Maps kennengelernt und dann miteinander kommuniziert und so. Das war richtig gut. Wir haben beides. Western und Country. Wir haben Country und Western, sagt sie, oder nicht? Wir haben hier beides. Country und Western. Bobs. Bobs Country Bunker. Ich frage mich mal, wie viel Leistung ein normaler Nutzer für Filme ein bisschen zocken, Bearbeitung braucht von Dateien und nicht mehr ohne Videoschnitt und Umwandlung. Jetzt müsstest du noch mal näher spezifizieren, was du damit meinst. Grimli, ein wunderschön. Hallöchen. Guten Abend. Wir schrauben jetzt aber auf einen der Träger ein neues Laufwerk. Erstes Black Weeks Opfer. Eine 2 Terabyte SSD SATA für den Hunni. Die Team Group XC2 mal ein bisschen extra Platz zu haben. Falls man mal noch mal rumzappeln wollen würde und aufnehmen wollen würde, dann könnte man das hier mitmachen. Und ist halt im Zweifelsfall noch mal macht den PC noch mal 5 Watt sparsamer. Okay, rechnet sich nicht. Aber anyways. Wenn man früher noch seine festblattenden Wechselrahmen hat und Daten aus dem Kumpel gefahren ist, ja auch eine Möglichkeit. Hast du schon mal so ein Adapter für M2 NVMe SSD geholt für alte Computer PCIe? Ja. Habe ich auch im Einsatz. Zum Beispiel in meinem NAS ist es verbaut. Die NVMe sind tendenziell auch günstiger, aber hier sind alle NVMe Steckplätze voll auf dem Board und dementsprechend kam jetzt nur eine SATA SSD in Betracht. Aber gibt es Schlimmeres. Können wir halt auch auf den Träger hier montieren. Ich wollte eigentlich am liebsten den Käfig mitnehmen, aber kann ich ja jetzt gar nicht. Der ist hinten, der ist unten genietet, wenn ich das richtig sehe. Das macht meinen Plan ja schon halb zunichte. Halb zunichte. MFC! Oben an der Spree. Wir gehen jetzt an eine Werbung. Hat eine Leistung wie ein fallender Stein. kann ich bisher von der 1TB-Version nicht bestätigen. Wir machen eine klitzekleine Werbung ihr Lieben und sehen uns gleich wieder. Wir geben hier in eine Reklame. Soll es denn sonst sind wir nicht Mathe? Ja, hast schon recht. Hast schon recht. Zahlen! Nee, das hat nichts mit Mathe zu tun. Was sagst du, dass sie mal Affe für einen Wert hat? Oh mein Gott. Das muss ja 11 und 16, 16 und 15. Aber was sind denn das dann für Zahlen? Wir haben gerade, ich habe gerade erläutert, dass ich jetzt erst mal kurz verstanden habe, wie binär funktioniert. 45.054 Das gäbe keine Null, da wäre Mathe. Am Ende fehlt immer 1,35 Äpfel. Wahrscheinlich, ja. Also wir haben die SSD hier mal kurz verschraubt auf den Halter hier. Alter hier! Schade, ich dachte, ich hätte davon noch. Aber das kriege ich nicht los. Das ist hier fix, ne? Das ist vernietet. Vernietet. Vergrießknaddelt. Na gut. Wir müssen mal gucken, wo wir hinkommen. So. Für den weiteren Plan. Das ist nicht binär. Binär! Binär! Haben wir hier ein Tütchen? Ich habe ein Tütchen gesehen, glaube ich. Akku bohren Sie mal. Ja. Ja. Aber ist auch hier vorne rein genietet. Das wären drei Plätze, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben das hier. Das geht halt gut los. Das sind vier. Das sind vier. Das sind zwei. Ei, ei, ei. Das wäre halt geil, weil wir könnten es da drauf stapeln, glaube ich. Genau, wir könnten den hier, wir könnten den hier drauf tupsen, dann wären das mehr. Dann wären es sieben. Naja gut, so haben wir sechs, ne? Mit Abo kann man nicht aufs Klo, da gibt es keine Pause. Ja gut, ab und zu muss ich ja auch mal, ne? Also soll ich den Leuten jetzt sagen, sie sollen nicht abonnieren oder was? Sie verpassen ja trotzdem Kleinigkeiten. Da muss der Eimer herhalten. Oder die guten alten Punica-Flaschen oder wie war das? Geht aber, Pfui. Nein, ich habe ein Gummi losgetreten. Okay, von dem Träger war es nicht. Ich hätte ja die Träger auch rausholen können und einzeln. Wahrscheinlich bräuchte ich die Schrauben doch eh. Lass sie doch da liegen. Haben wir denn dafür noch was? Ich grübel gerade rum über den Verlauf des weiteren Abends. Kopfrechn und schwach. Das wären vier. Das sind vier. Dann haben wir noch zwei. Das wären die. Das ist schon mal eine zu wenig. Bitte putzen Sie mal. Eigentlich gibt es hier den Dreier. Den Dreierschacht hier oben. Für die Zweieinhalb. Also hier gibt es so einen kleinen Käfig, wo die Zweieinhalb drin sitzen. Und dann ist ursprünglich halt einer dieser Zweier, der hier noch oben drauf sitzt. Also normalerweise bekommst du hier fünf Dreieinhalb Zoll rein und dreimal Zweieinhalb Zoll. Synchronenwinkel in der Pinkelpause. Wahrscheinlich. Was tun, sprach der Mann. Hätte er sich mal ein Gehäuse gekauft, anstatt haufenweise anderes Zeug. Dann wäre das einfacher. Hallo Biggie, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Und das kollidiert dann wieder damit. Und das wird natürlich wackelig. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe her hinkommt. Ice Cube. Danke dir für 68. Sehr gut. Schauen Sie dem Mensch beim Nachdenken zu. Oh nein, oh nein. Das ist wieder Episode X. Y mal eben. Es passiert schon wieder. Muscht. Moin. Du hast ja auch kein Gehäuse. Doch, ich hab ein Gehäuse. Ich hab ein Gehäuse, wo ich das reinballern wollte. Weil hier unten sind ja vier Ankerpunkte. Bups. Und dann noch was anderes reinballern. Es sei denn, wir stapeln das andere nochmal. Was ist denn am anderen Gehäuse? Dann hätten wir acht. Muadip. Ich danke dir für 77. Aber ob wir das stabil hinkriegen? Mal geschwindet was umbauen. Mal eben. Mother, you are. Gut. Also wir hängen jetzt erstmal die Grafikkarte hier wieder rein. Ich muss mir jetzt auch wieder Dingsbums bestellen. Tücher. Tücher fast leer, glaube ich. Familie hat einen hohen Verbrauch an Tüchern. Kinder können nicht essen. Hochrein Computer. Statten Sie mal. Sollen wir hier nochmal durchpusten? Theoretisch muss sie ja ein bisschen Staub gefangen haben. Aber eigentlich mache ich das ja vor der Tür. Da müsste ich ja meinen Hintern bewegen. Stufen ist so gut wie weg. Aber schmecke und rieche nichts. So ein Driss, man. Gute Genesung. Die Welt wird mit Klebeband und Kabel wieder zusammengehalten. Richtig. So, ich bin sofort wieder hier. Mal ganz schnell, kurz vorm Kollabieren. So, das sind wir wieder. Schön. Komm wieder Rinder. Rinder. Klack. Hatte ich da echt eine Rennelschraube? Ne, die Rennelschraube war für das Case. Die eine ganze. Wer Kollabiert? Zeitsprung. Kollabier. Mit Kölsch gern, aber mit Pilz eher nicht so. Nicht so mein Ding. Tücher. Heute geschraubt. Sehr nice. Danke, Strunz. Gehobenes Niveau hier heute. Ich dachte, mir muss ein bisschen lauter werden. Mach mal lauter. Tag, Meldelböck. So, wo ist sie? Es steht da oben. Pink. Plonk. Very nice. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Set ist set. Viva. La seiten teil. Oder müssen wir hier hinterher noch dran. Warte mal. Wir kontrollieren erstmal kurz den korrekten Druckluft des Balls. Weil ich glaube, es dreht nicht mehr alle Lüfter. Nur so ein ewiges Rätsel bei diesem Gerät hier. So, vorne, der eine ist dran. Der hier unten ist dran. Ich glaube, ich hatte nicht genug Y-Dinger oder so. Der da ist dran. Die musst du ja alle verlängern, die Chromax. Das ist eigentlich ziemlich dämlich bei den Chromax, wenn ihr mich fragt. Und die anderen? Hier hängt ein Toter. Da hängt ein Toter. Der oben ist drin. Der aber nicht. Aha. Aha. Warum ist der oben nicht geüpsiloned? Mal gucken, dass wir ein Y haben. Andi, Y. Wisst ihr, wie Al Capone. Nur wo, Ernie? Immer wieder das gleiche Leid. Hallo, Schrank. Boah, ein Griff. Ein, ein verflickster Griff. Mann. Oh, Mann. Oh, yeah. So. Das liegt aber im Wunder. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, was haben wir da? Da ist das? Da das. Da das. Ah, scheiße. Es ist, äh, also der, der, der Deep Silence 3 ist vom Grundkonzept ein cooles Case, aber ist alles ein bisschen, alles ein bisschen sehr eng. Wenn da schon Zeug drin ist. So. Aber grundlegend eigentlich ein schönes Ding. Ihr seht, ich habe ja nicht mal Platz für die Lampe. Hahaha. Doch Ordnung im Chaos, ne? Durchaus. Aber das liegt auch daran, weil ich die Dinger natürlich dann auch mal wieder zurücklege oder so, wenn man die irgendwo rausgeholt hat und ich weiß, wie wichtig die sind. Und dann ist das so. So, jetzt sind beide oben liegenden Nockenwellen angeschlossen. So. Mal kurz USB-Tango dran klatschen. H to the D to the M to the I. Was auch lustig bei dem Gerät ist, man muss den immer fünfmal einschalten, bevor er angeht. Oh ja, jetzt geht er direkt an. Alles dreht. Weiß. Booten Sie mal. So, das ist eine Satterkabel, brauchen wir nicht mehr. Drehst du jetzt extra Runden, ja? Um uns zu ärgern. Anscheinend schon. Das Vorglühen nicht vergessen, ja. Offene Operation im Gang ist. Die Grafikkart hat keinen Strom. Hätten wir einen Piepster gehabt, hättest jetzt gepiepst. Neun E. Die Tülle fehlt hier auch. Die Tülle. OMG. So ein Anfänger. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht ist es lustig, frisch. Vielleicht ist es etwas anderes. Patentpending, ja. Siehst du jetzt hier? Jetzt mach das. Das verstehe ich. Ich verstehe nicht, warum ich x-mal drücken muss. Das muss so ein Silence-Netzteil-Ding sein. Aber solange er noch läuft, ist mir das auch egal. Sind denn eine Front-Chromax-Lüfter, die auch auf den Nr14 gehören? Ne, das war immer so ein riesen Chromax-Set. Da habe ich mal für 270 Euro Lüfter gekauft, als ich das Projekt Aqua in der Macher hatte. Und jetzt kleben Chromax-Lüfter mit Sekundenkleber verklebt auf einem Aqua-Computer-Radiator. Vier Stück davon. Luftansaugungstunnel für die Grake, richtig, ja. Unten ist eine Damenstrumpfhose als Staubfilter drin. Und da das halt eine DHE-Grafikkarte ist, Direct-Heat-Exhaust, macht das Sinn. Nur echt mit dem Bunknecken, ja. Vielleicht kann er jetzt ja booten. Booten Sie mal! Der Axt. Begann als Blower, genau. Ah, stimmt ja. Stimmt ja. Wisst ihr, was passiert ist? Wisst ihr, was das ist? Das ist Nvidia und HDMI und kann kein Bio-Screen darstellen. Ach doch, jetzt. Das ist ein bisschen, ein bisschen strange. Rebbel, 65 Monate. Was ist los? Warum hast du weitergemacht? Yay, dankeschön. So, jetzt hat er natürlich alles vergessen. Jetzt alles hier auf Ideal-Standard zurück, oder was? Sag, was dein RAM macht. Ja, Ideal-Standard. Scheiße. Können wir noch ein Bio-Aus-Update nachschieben, oder was? Ich hoffe, ich habe das gesaved. Denken Sie groß, Maxi, ja. Wupp, wupp, ribbel! Und also Grafikkartentransformationen schon vollzogen. So, wir initialisieren die SSD. Das ist dann Laufwerk E. Ja, ist richtig, ja. Team Drive. Alles auf Blindenschrift, ja. Ja, ist die Manly, ja. Richtig, ja. Manly. Genau. Und die betreibe ich wie folgt. Die betreibe ich genauso. So, was haben wir für ein Board-BIOS drauf? 10, 11. Ist nicht top aktuell, aber auch nicht super alt. Hier. So ist die Kurve. Und dann bei, wie viel Millivolt sind das? 950 Millivolt und 1900 Megahertz. Fest getackert. Und dann die passende Lüfterkurve dazu. So hier. Und dann ab 55. Und ab 65. Und ab 70. Und dann. Ab kurz vor 80 ist dann Halligalli. Weil die hat 83 Grad Templimit. Und Heresie ist auf 5 Grad Celsius eingestellt. Das heißt, der geht erst auf die vorherige Stufe zurück, wenn er 5 Grad unterhalb der Temperatur ist. Ja, das funktioniert ziemlich gut. Die Marke mit der Wasserwaage. Ja, genau. Manly. So. PCI Express 3.0. Von mir aus machen wir ein BIOS-Update. Komm, was soll das? Wenn wir schon mal dran sind. Ernie. War Ernie richtig? Ich hoffe doch. In dem Krankenhaus kann man mal in Ruhe im Stream genießen. Why? Why is that? Ach, schluck. Hat der Ribble was geschrieben? Noch nicht. Ja, hier 10, 11. Also, ich muss von Januar diesen Jahres. Irgendwann in den frühen Sommermonaten habe ich das gemacht. Jetzt haben wir aber eine aktuellere Beta. Mixit Beta B. Relativ aktueller Grafikkartentreiber ist auf jeden Fall drauf. Ich habe gleich bei meinen allen Nvidia-Karten Treiber-Update gemacht, als dieses Sicherheits-Lag ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist. Oh, ich habe zweimal Ernie. Das ist ja auch spannend. Aber Ernie ist gut. Ernie ist super. So, gerade kam mal die Frage irgendwie Retro-PC. Nein, nichts Retro-PC. Das ist, äh, das ist mein... Hoffentlich kommen wir ins BIOS. Hoffentlich muss ich eine andere Grafikkarte einbauen, um BIOS-Updates zu machen. Äh, das ist mein... Wohnzimmer-Maschinenchen. Mein TV-Gerät. Ich glaube, jetzt klappt es. Ich glaube, ich habe wirklich das Problem, dass die Nvidia-Karten an meinem Plasma kein Signal ausgeben, was mein Plasma verarbeiten möchte. Es lebe die Bastelnacht. Halleluja. Der Dog. Dankeschön. So, jetzt schütt ich mir Wasser ein. Ist ja genug Wasser hier drin, oder? Wie würden Sie das sehen? Scheiße. Das ging ja fast gut. Prost. Ich habe noch ein Plaster. Ja, sicher. Ja, mal gucken. Ich habe doch hier eigentlich was hinterlegt. Das müsste ich mir dann eigentlich auch merken, ne? Warte mal. Wo ist das Setting? Warum habe ich jetzt gerade komplett zurückgesetzt? Ist das dann Yo oder ist das dann Wohnzimmer? Wir laden mal Yo. Das ist Auto. Wurde hier was gemacht. Eco-Modus ist aus. Das ist auch... Aha. Ich habe doch die CPU gedrosselt. Gebe ich doch Brief und Siegel drauf. XMP wird auch nicht geladen. Also das Yo-Profil funktioniert schon mal nicht. Super, Ingo. Wohnzimmer vielleicht? Wird auch kein XMP geladen. Funktioniert gar nichts mehr. Na, toll, Ingo. Dann muss ich ja wieder alles neu machen. Okay, scheiß da unten drauf. Was ist denn ROM-Armor? ROM-Armor? Was ist denn ROM-Armor? Enable or disable ROM-Armor 2. Habe ich ja noch nie gesehen. Ist mir noch nie aufgefallen. What the heck is ROM-Armor? ROM-Armor. Na, 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 na. ROM-Armor. Du schaust gleichzeitig Halle 77. BIOS-Schutz. Hört sich so an, ne? Aber es ist ROM-Armor 2. The Revenge. The Revenge of ROM-Armor. Ich kenne nur M2-Armor bei Asrock. BIOS-Schutz. ROM-Armor 2. Für die gemütliche Stunde zu zweit. Damit nichts daneben geht. 16 Kerner Retro. Wer hat denn jetzt hier von Retro gesprochen? Ja, aber ich habe noch ein Plasma. Ich mag die Schwarzwerte. Ich mag die Wiedergabe von SD-Signalen auf dem Gerät. Sehr gut leiden. Und warum soll ich ihn austauschen? Ich sitze 4,5 Meter davon weg. Ich sehe den Unterschied da auf 4 KE nicht. Ich sehe da keinen Grund zu. Man will das BIOS-Flashen und wundert sich, dass es nicht geht. Und das Ding läuft halt am Tag dann mal zwei, drei Stunden. Und ja. Ich gehe das ein. Ich gehe das ein. Aber der hat noch Komponenten-Eingänge und so Dinge. Ist schon praktisch. 4K-Plasma, 480p Plasma ohne Brille sieht aus wie 4K OLED. Panasonic, ja, ja. Trag mich nicht nach einem genauen Modell. Das habe ich mir nie gemerkt. 50 Zoll ist es aber. Und im Keller steht noch mein erster 42 Zoll. Und der andere 42 Zoll, der steht noch in der Ecke im Wohnzimmer und schämt sich, der eigentlich da mal hing. Aber da ist jetzt Druckzeug und Computer-Kleinteile. Verdammt. Ach ja. Do not power off. Liegst und zugenäht. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir die CPU einstellen. Reboot. Wir waren wagemutig. Wir haben einen BIOS-Update mit zwei RAM-Riegeln drin gemacht. Lebe. Lass mich ins BIOS nicht gleich booten, please. Danke. So. 1031, sehr gut. Okidoki. Okidoki. Na, dann machen wir das halt. Dann laden wir hier nochmal das XMP-Profil. Dann stellen wir die ganzen Load-Line auf das niedrigste Niveau. Weil, soll halt vergleichsweise, vergleichsweise sparsam sein, der Collège. Und dann, ja, Resize-Bar aktivieren wir von mir aus mal, auch wenn die Grafikkarte es nicht kann. Aber, das Windows ist installiert entsprechend. Und wir aktivieren es einfach. Ähm. Stellen wir die ganzen Lüfter mal auf. Silent. Silent! Immer schlampig. Einfach alles silent hier. Dann gucken wir erstmal, was der Ball so macht. Wenn wir ihm Last geben. Sparte von Pioneer hat ja Panasonic übernommen, als Pioneer aufhörte, TVs zu bauen. Ja, das 766X3D ist, glaube ich, eine coole CPU, wenn man Gaming auf AM50 bauen will und ein bisschen auf den Taler guckt und aktuell halt ein fertiges System da stehen haben will. Ich meine, knapp 300 Euro für einen Sechskerner ist natürlich auch noch eine Ansage, aber man muss ja heutzutage das nehmen, was man kriegen kann. Aber der ist sehr effizient, sehr schnell, ja. Aber auch nicht so viel schneller als ein 5.7X3D, oder? Also ein bisschen schneller natürlich, aber... Ist da, glaube ich, irgendwie on par mit einem 5.8X3D, glaube ich. Also so. Es gibt halt schon viele Spiele, die die Mehrkerne gerne mitnehmen. Oh, ich glaube, Resize war aber eine schlechte Idee. Komisches Laden. Was tut er da? Just Taichi things. Snake! Ist ja gut, ich nehme es dir wieder weg. Er mag Resize bar nicht. Ich kenne das, ich kenne das. Ich habe das schon mal gemacht. Die Karte mag das nicht. Passt du zu den Desktops rum, oder probierst du da auch einen Platinencomputer wie Rockstar X4? Ne, sowas in der Form eigentlich eher gar nicht. Ich bin so dieser X86 Noob. Ja, es macht halt Spaß, das Thema aufzubauen. Sich so ein bisschen Gedanken dahinter zu machen, was man damit vielleicht anstellen wollen würde, oder so. So sieht es besser aus. Jetzt sollte er vielleicht booten. Hopefully. Still, der 5.7 X3D hat ja auch 8 Freds, ja. Hat da den kleinen Vorteil da. Aber, ja. Arm 5 ist halt neuer, also muss halt viel schneller sein. Das ist das, was alle, was auf jeden Fall so sein muss. So, jetzt booten Sie mal bitte. Ohne ruckeliges. Ruckeliger Paul. So, vielen Dank, Paul. Ohne ruckelkringel. Für die Wissenschaft. Ich wollte euch das nur mal demonstriert haben. In diesem Fall sollte man Resize Bar wieder deaktivieren. Ah, guti. So, dann kontrollieren wir nochmal, was hier Sache ist. Das RAM-Profil ist jetzt drin. Das ist schön. Und wir überwachen einmal die CPU, dass ich wieder weiß, wo ich ungefähr hin will. So was wie Global C-State aktiviere ich im BIOS nicht, weil ich immer den Eindruck habe, dass es auch sich negativ auf die Performance auswirkt. Das Ansprechverhalten des Systems wird dadurch gefühlt schon beeinflusst. Das mag ich nicht so. Wir haben ja noch eine alte HW-Info drauf, aber um uns ein bisschen die Daten anzeigen zu lassen, wenn wir ihm hier Last geben, langt das. Dann gucken wir, wie wir die CPU einschränken, den 3950X. Das ist das, worum es mir an der Stelle geht. Die Grafikkarte ist ja zum Glück noch konfiguriert. Das ist ja Software-Sache im Windows. Aber ich hatte vorher halt auch die CPU ein bisschen eingebremst. Zimmerbench war hier auch. Der R20, der 23er ist hier auch. Der Lamp leuchtet noch. Der Lamp ist amazing. Problem ist halt immer das, was die Leute einem mal alles vortanzen. Das ist halt die größte Schwierigkeit dabei. Okay, wir hatten vorher 21.000 Punkte. Ist das akkurat? Möglicherweise. Worauf ich jetzt hier gucke, ist, wie die CPU taktet, wenn alle Kerne am Rödeln sind. Und der Stromverbrauch, Halleluja. 260 Watt, 4 Gigahertz. Jawohl. Leistungsaufnahme der CPU. 110. Gesamtleistungsaufnahme 135. Okay. Sönibu, Hallöchen. So, einmal durchgepusht. 23.000 Punkte. Wunderschön. So, nochmal fürs Protokoll. 100. Watt, watt, watt. Die PPT. Das ist die PPT. Das ist doch der Wert, den ich verändern will hier. PPT-Wert. Ist bei 135. Okay. 145. So. And the temperatures are not available. Da oben. 83 in der Spitze. Okay. 23,5. Das sind Scores, die wir auch mit dem 98X 3D schaffen. Nicht wahr? Das ist echt wild. Okay. Also PPT-Wert ist 135. Das ist gut. So, dann rebooten wir mal. Kernschlage CPU. Ja, der erste, der erste, äh... Desktop 16-Kerner, so für normale, normalsterbliche Plattformen. Sodel. Aber bei der PCGH muss man, muss man halt auch das breite Feld sehen. Jetzt hat, jetzt hat RAF erst die, die ARC getestet in der Vorschau, so. Den neuen, den neuen XE2-Chip. Und auch da hat er sich fünf Spiele genommen und hat die ein bisschen runtergestellt, dass die in einem spielbaren Bereich liegen. Der hat schon den, den Grundgedanken, den ich auch so teile, dass man halt auch einfach mal an, an Einstellungen drehen kann und trotzdem Spaß haben kann. Und das, das, äh, schätze ich sehr an ihn. Aber ja, man muss halt, man muss halt am Puls der Zeit bleiben. Das, das große Neue ist das, was, äh, am interessantesten für die Leute da draußen ist und da machst du nix. So, PPT, Watt. Äh, 135 haben wir gerade gesehen. Ich glaube, ich war bei 80 oder so. Und dann war der immer noch bei 3,6 Gigahertz Allcore. Und das hat mir gereicht. Probieren wir mal aus. Weiß ich nicht, unter 3D-Last hat der, Moment, jetzt muss ich, muss ich mich nochmal entsinnen. Wie lief denn, wie lief denn der 580X 3D? Lief der mit, oh, wie lief der denn unter 3D-Last? Mit 4,3. Und der, der 5,7X 3D läuft, glaube ich, so mit 3,9 bis 4 oder so. Oder 3,8 bis 3,9. Und dann kriegst du die Kommentare, dass sie sagen, ja, ich hab, ich hab auf 1,5 gestellt, wie immer. Legend Revolt. Keyboard not found. Press F1 to continue. Ja, danke dir für 18. Very nice. Ja, aber ich finde das, ich finde den Ansatz, den er da verfolgt hat, finde ich höchst interessant, finde ich total geil. Den Aufwand, den er sich da betrieben hat, das ist schon, das ist schon wild. Wild, wild. So, Multicore Knallgas. Mir geht es jetzt einfach nur darum, wie die Leistung noch ist, weil man hat irgendwo diesen Spot, wenn du der CPU noch mehr Leistung wegnimmst, dann taktet sie auf einmal viel, viel niedriger. So, jetzt haben wir PPT auf 80 limitiert, das sehen wir hier. Ja, an der Steckdose sind es einfach 100 Watt weniger. Es sind 100 Watt weniger. Warum? Und das sind 3,6. Ja, also hier, hier waren es jetzt in der Theorie, äh, 55 Watt. Richtig? Und an der Steckdose sind es 100 Watt. Und jetzt sind es 2000 Punkte weniger. Oh, wie schade. Hm. Benutze ich so. Ich meine, das war genau das. Also, das ist immer noch geil. Das ist Multicore immer noch okay. Äh, anstatt 4 GHz sind es jetzt noch so 3,5,5 bis 3,6. Äh, nicht, dass die CPU groß gebraucht würde, aber ich mag es, wenn sie läuft. Und, aber, äh, wenn wir dann Detroit zocken und dann werden dann sechs Kerne benutzt oder sowas, die takten dann ja auch von sich aus gesehen wieder etwas höher. Das ist, das verhindert man ja dadurch nicht. Und, äh, dann passt das dann aber so. Und die Temperaturen sind halt einfach entspannter und alles cool. Und es ist immer noch eine geile Multicore-Leistung. Also es sind nur 2000 Punkte weniger in dem ollen schnellen Render-Test hier. Stromanbieter hassen diesen Trick. Ja. Das macht mir mit am meisten Spaß, äh, die Klamotten so ein bisschen effizient einzustellen. Etwas effizient einzustellen. Mal davon ab, natürlich ist das für, für tägliches Fernsehgucken, äh, eine Stromverschwendung. Das steht auf der anderen Seite. Aber dafür habe ich an der einen Kiste immer einen aktuellen Browser. Kann jeden Streaming-Dienst gucken. Bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwer seinen, seinen Fernseh-Stick pflegt oder seine Media-Box pflegt und updatet, damit das alles funktioniert. Wir können immer alles gucken, weil es halt ein Computer ist, der aktuell ist. Und ich kann halt auch noch daran zocken, kann auch meine VR-Brille dranhängen und Speed-Sabern durch die Gegend hüpfen. Im Zweifelsfall, wenn ich Bock noch drauf habe, kann ich auch streamen. Das ist ja so. Also es ist halt schon ein bisschen multifunktional. Ja, 10% weniger Leistung, 40% weniger Stromverbrauch. Sehr ähnlich bei RTX 40er Grafikkarten. Clouding-Karten 10% Leistung oder 15% Leistung. Und beim Stromverbrauch ist es exponentiell, also wesentlich höher noch. Das ist schon, schon wild. Weil die so auf Kante genäht sind. Und ich meine, beim 3000er Ryzen ging es ja eigentlich noch. Aber das ist schon, beim 3950X, das macht schon Bock. Das ist schon cool. Schon ganz gut. So, das wäre dies. Dann bin ich doch happy. Dann speichere ich das mal als Preset im BIOS. In der Hoffnung, dass es das auch speichert. Ändert natürlich nicht mein Festplattenproblem, aber das ist okay. Speichern sie mal. Wie heißt das BIOS hier? 10.31. Very good. Die Grafikkarte ist halt zusätzlich auch undervoltet. Ich kann euch das gerne auch nochmal demonstrieren, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir einmal in Tomb Raider reinhüpfen. Wenn ihr da Lust drauf habt. Ja. Funktioniert ganz gut. Ich hatte eine Zeit lang hier die 3060 Ti drin. Bevor ich die dann in Bersi vermacht habe. Und, äh, nachdem die 2080 abgesoffen war, genau. Äh, und dementsprechend kamen dann die hier rein. Und dann dachte ich mir, ja, da kannst du doch im Kühlkonzept was deichseln. Und dann halt, ja, hier unten zugemacht. Und Filter davor. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann fangen sie rein. Das hier. Müsst du eigentlich alle Infos parat haben. Ich muss das nur einblenden, glaube ich, ne? Onscreen Display, jawohl. Äh, Frame Rate Limit auf 100. Mach ich mal aus. Und... Shadow of the Tomb Raider. Warum die Tube? Damit die Grafikkarte sich direkt Frischluft zieht. Synchronisation nicht möglich. Synchronisiere dich. Gut. So, jetzt hat's so funktioniert. Nandviper! Nicht als Stütze. Nee, die Karte ist nicht schwer. Das ist ja... Das ist ja ein... Das ist ja ein kompletter Kunst... Das ist ein viel zu kleiner Kühlkörper. Und dann ist der Kunststoff-Buddy hier nichts anderes als ein Windtunnel. Und dann hast du hier diesen Radiallüfter, die natürlich von ihrer Bauart bedingt schon lauter sind. Prinzipiell. Und die ziehen dann die Luft da durch. Und hinten raus. Ich weiß nicht, was ich hier für Settings hab. Full HD. Hoch oder so, ja. Ich glaub, das performt ganz gut. Spielen. Es ist heute Tag der im Kreis drehenden Warte-Animationen hier beim BIOS. Hier beim BIOS. Bei mir, bei Paypal. Kann schon sein. Warum ist 90er FPS Limit? Weil ich's im Treiber eingestellt hab. Oh no! Stimmt, ich hatte's jetzt im Treiber eingestellt noch. Gucken wir mal, ob wir auf Ultra-Hoch in Full HD nicht die 90 hätten. Ups, Pause! Sorry! Aber dann können wir ein bisschen vorglühen hier. Den Tunnel muss ich mir patentieren lassen. Aromapilz, ein wunderschönen guten Abend. Wollen direkt Wirbung erhalten. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing für Wirbung. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Tatsächlich. Wir lassen... Wir hätten mehr Dampf unter der Haube. Getränke auffüllen immer gut, ja. In der Tat. Ich mach mal kurz das Frame Limit raus hier. Mal kurz das Limit tilgen. Holen Sie sich Getränke. Max Bildfrequenz. Aus. Übernehmen. Spielen. Ja. Mitten im Satz war ich weg. Führe ich diesen gleich fort. Jetzt performt sie durch. Sehr gut. Setz mal den rechten Seitendeckel schon mal wieder auf. 105. 300 Watt. So, Karte gibt's schon Gas. Der Rechner hat Rändelschrauben. Schmeiß mal einen schönen Rahmen an. Der Rechner bedient sich. Was passt denn hier Leute? Hallo Disco Klaus. Also gerade haben wir meinen Wohnzimmer-PC um zwei Festplatten erleichtert. Ich hab ihm eine SSD eingebaut. Und bei der Gelegenheit haben wir noch ein BIOS-Update gemacht. Und jetzt wollte ich nochmal kurz demonstrieren, wie die Grafikkarte sich verhält mit ihrem Undervolting und der angepassten Lüfterkurve. Das hier ist das System. Mit einer Blower-Grafikkarte, die halt hier den R-Duct hat, selbst gebastelt. Die kann dann hier unten die Frischluft sich direkt ziehen. Natürlich ganz praktisch, wenn ein Seitenteil drauf ist. Warum dreht der Hecklüfter nicht? Was soll das? Ha! Lüfter müde oder Lüfter versteckt? Vorne dreht auch nur einer. What? Zero RPM? Eigentlich nicht. Die im Dach drehen beide. Und hier der obere dreht ja auch. Aber ich hab doch gerade beim Einschalten beobachtet, dass alle gedreht haben. Oh, dass das eine Hitze von der Karte raus geht, ey. Gehalt nicht gezahlt. Nicht warm genug. Wer mag daran liegen, weil ich das an die Mainboard-Temperatur gekoppelt hab, dann ist das Silent-Profil so dämlich, dass es nicht genug Dampf auf die Chromax-Lüfter gibt. Das könnte sein. Dreht sich wieder nach der Werbung, ja. Das könnte sein, ja. Also erst, wir beobachten zum einen hier, Karte wird 77 Grad heiß, klar, läuft bei 18,45, Rockstable, am 160 Watt Chipverbrauch und dann knapp 300 Watt an der Steckdose. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren, wie das standardmäßig ist bei der Karte, wenn wir das Profil rausnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, welches 95er, das 2er-Profil, hab ich geladen. Wir machen jetzt Standard. Gehen zurück ins Game. Und wir verbrauchen jetzt etwas mehr, nicht übertrieben mehr, aber etwas mehr Stromverbrauch haben wir. Weniger Takt. Erstmal weniger Lärm. Und ja, mehr Spannung auf der Karte. 1 Volt legt der jetzt an und die Karte läuft heiß. Und gleich wird der Takt sinken, weil das Temperaturlimit erreicht ist. Seht ihr jetzt? Geht der Takt auf 1700 runter. Temperaturlimit, Powerlimit. Springt dann jetzt immer hin und her. Und jetzt haben wir nur 1600 MHz. Und das ist halt Blower Standardwahnsinn. Die muss erstmal jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten ins Temperaturlimit donnern, bevor der Lüfter dann mal nachkommt und was macht. Genauso crazy wie bei mir. Hab gerade die CPU getauscht und nun startet der immer wieder neu. Was für eine CPU hast du denn getauscht? Und ist das BIOS aktuell genug auf deinem Mainboard, dass es vom Support passen sollte? Sehen wir natürlich, jetzt ist auch der Stromverbrauch niedriger, aber die Karte takt sich auch viel niedriger. Und so die Karte im Temperaturlimit einfach die ganze Zeit zu betreiben, ist halt ein bisschen uncool. Dann lieber so ein bisschen Lautstärke in Kauf nehmen. Dank der Custom Lüfterkurve, die aktiv sein sollte. So, jetzt ist sie aktiv. Die gibt jetzt natürlich Gas, weil wir einen bestimmten Wert überschritten haben und pusht die Karte jetzt runter. Und sobald wir 5 Grad niedriger sind als der nächste Punkt, wird dann die Drehzahl auch wieder gedrosselt. Und, äh, aber jetzt haben wir halt wieder unsere 1800 Megahertz. Also, 0,95 Volt. Das ist schon ganz okay. So ein bisschen effizienter gestaltet, trotzdem noch die ganze Leistung der Grafikkarte abrufen. Ähm, und wenn du da noch einen FPS-Limiter dazu klatschst, dann brauchst du ja gar nicht so viel Power. Ja, jetzt ist schon was leiser geworden, ne? Jetzt haben wir nämlich, von 80 sind wir auf 75 runter und jetzt ist sie leiser geworden, der Lüfter. Jetzt ist sie auf der anderen, auf der anderen Lüfterstufe wieder. Und wenn sie jetzt 80 erreichen würde, dann würde sie wieder hochdrehen, bis sie wieder runter auf 75 ist. Und dann würde die Drehzahl wieder runtergehen, auf dieses Niveau hier. Ja, aber mit der Drehzahl, ich hab das halt ausgelotet, hab mir das angeguckt. Äh, mit der Drehzahl kriegen wir das halt gut gebändigt und wir sind nicht im Temperaturlimit und dann funktioniert das. Und so, äh, kann man seine Blowerkarten ein bisschen, äh, effizienter betreiben und halt, ja, einfach mehr Leistung da rausholen. Aber die Lüfter hinten machen immer noch nichts. Äh, ja, außerdem, außerdem ist halt hier dann auch eigentlich der FPS-Limiter aktiv. Und der drückt dann den Stromverbrauch nochmal zusätzlich. So, wo ist er denn hier? Maximal Bildfrequenz. 90. Mein VR-Headset kann eh nie mehr, der Plasma hat auch nur 60 Hertz, also insofern. Ein X75 Steel, BIOS 563. Was für eine CPU, auf einen 5.9X bist du gegangen. So, lass ich mal kurz gucken gehen. Astrock.com X570 Steel Legend 5.000er wurden halt nicht von Haus aus unterstützt. Und dann müssen wir mal gucken, 5.000er Support ist ab BIOS 3.0. Also eigentlich müsste es gehen, ne? Eigentlich sollte es funktionieren. Aber im Zweifelsfall, ähm, wenn du jetzt nur Neustarts hast, ist schon sehr merkwürdig. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, ist BIOS-Batterie mal rausnehmen, äh, den Clear-CMOS-Jumper setzen. Also erstmal Netzteilkabel ab, BIOS-Batterie raus, Clear-CMOS-Jumper setzen, das BIOS nochmal komplett zurücksetzen, dass sie sich nochmal Hallo sagen. Ähm, eventuell kontrollieren, ob auf der BIOS-Batterie noch genug Spannung ist. Vielleicht mal eine neue einsetzen, weil da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch schon, äh, damit Bekanntschaft gemacht, dass ein Rechner gar nicht mehr lief und dieses Lüfter hochdrehen, hast du, hast du das Phänomen, dass du den anmachst und der Lüfter dreht hoch und dreht runter und dreht hoch und dreht. Dreht runter und dreht hoch und dreht runter. Wenn, dann würde ich dir sagen, am Montag geht er gar nicht mehr an und dann ist die BIOS-Batterie platt, weil das Phänomen hatte ich jetzt, kurioserweise. Ja, eigentlich sollte es vom BIOS her passen. Schnappatmung, ja. Und 5, 6, 3 ist ja das Aktuelle, ja. Aber mach auf jeden Fall mal den Reset. Mach auf jeden Fall mal den Reset, also Netzteilkabel ab, BIOS-Batterie raus. CMOS-Jumper setzen, wenn kein Jumper drauf ist, dann schließt man den mit dem Schraubendreher oder so, diese zwei Pinöpel, die in der Nähe der BIOS-Batterie sind, wo CLR-MOS daneben steht oder so ähnlich, äh, die schließt man dann mit dem Schraubendreher so 30 Sekunden lang kurz. Warte noch ein Minütchen, Batterie wieder rein, Netzteil rein, äh, Netzkabel rein, äh, Strom an, einschalten, gucken, ob da was passiert. Oder nur mit einem RAM-Modul, ja. Kann man auch probieren. AR, ich danke dir für 63. Absolut fantastisch. Man lernt nie aus, Psyno, in der Tat, ja. In der Tat, es hat mich mega geflasht. Ich bin so happy, dass das Board noch lebt. So, wir klären nochmal das Mysterium der Lüfter, beziehungsweise ich demonstriere euch nochmal kurz, wie der Stromverbrauch denn ist, wenn das Frame-Limit noch dabei ist. Gerade hatten wir 290 Watt an der Steckdose. Und wenn wir jetzt auf 90 FPS limitieren, kicken wir mal. Wie die Karte sich dann verhält. So, schwupps. Du brauchst ja theoretisch weniger Rechenleistung und dementsprechend sollte sie halt auch weniger Strom an, äh, in dem Moment ziehen. Und dann noch effizienter laufen. Und unser Spielablauf ist immer noch fluffig und schön. Und wir haben nach wie vor Spaß. Nur wir lassen die ganzen Klamotten halt nicht bis ans Limit laufen. Also ihr seht, wir sparen dann nochmal knapp 30 Watt. Nicht ganz 30 Watt an der Steckdose. Ja. Karte pusht trotzdem, aber verbraucht nicht so viel. Ist ganz spannend eigentlich, ne. Takt ist dennoch sehr ähnlich. Spannung auf dem Chip ist ein bisschen niedriger. Theoretisch könnte man sie wahrscheinlich in der Stufe dann noch ein bisschen effizienter gestalten. Aber, ja. Man sieht hier, hier brauchen wir dann, hier brauchen wir dann doch weniger Leistung, wenn wir jetzt hier umdrehen. Ja. Bisschen Shader-Cache-Tango wegen dem neuen Treiber oder so. Das ist schon okay. Lara gefällt das. Kannst du Lampen ausschießen. Ja! Moderne Spiele sind was Tolles. Kletter an dem, an diesem wahnsinnigen Stativ. Sind die Stangen oben nicht normal kleiner als unten? Minimaler Unterschied, nicht, ja. Sehr schönes Ding. Supi. Bambus-Stahl, ja. Bambus! Kann da auch Hebel unter Wasser ziehen. Hör mir auf. Oh, Mann. Aber es ist faszinierend, wie so ein relativ rudimentäres Level-Design, was ein bisschen dahingeschludert wirkt, dann auf einmal wieder Spaß macht im Vergleich. Jetzt bei Tomb Raider 4 am Mittwoch. Kennengelernt, dass es in dem Spiel doch Level gibt, die so ein bisschen klassische Anleihen haben. Das hat mich sehr angenehm an San Francis Folly oder an, hier, wie hieß das andere Ding da? Palast des Midas oder so, erinnert? Irgendwie sowas. Wo hat man die verschiedenen Türen, die man aufmachen muss? War ein anderer Level, glaube ich. Oh, ne, war der Palast des Midas, glaube ich. Alles wird besser werden, ja. Gut, okay, dann müssen wir das doch anders machen. Gucken, was hier alles dreht, hier. Ja, der Hecklüfter kann sich drehen. Nun das Durchzug. Vielen Dank für die Unterstützung. Weltklasse. Soll ich tatsächlich Lüfter konfigurieren? Ah, da hab ich ja Lust drauf, ey. Grüß dich Keule, danke für Prime Sub. Ja, man hört's, ja, weil das Mikrofon direkt da drüber ist, ne. Hat da wieder Zugluft, ne. Knallst wieder den Rechner zusammen. Ja, hab ich eigentlich vor, aber ich hab schon wieder ein paar Stolpersteine im Weg, wo ich noch nicht so weiß, wie ich die umgehe, aber wir kippen wohl. Gut, dann lernen wir unsere Lüfter kennen. Ab wann dreht der Chassis Fan 3 denn nicht mehr? Ab welchem Wert? Wir gehen mal Router mit den Werten auf 25 Promille. Ich weiß natürlich nicht, wer jetzt Chassis Fan 3 ist. Kann ich die auf 0 setzen? Kann ich. Ich kann sie ausmachen. CPU Fan 2 oder CPU Fan 1, wer? Who is who? Warum stehen die nicht? Die laufen immer noch. Moment mal. 0, 0, 0. WC frisch. Das sind alles PWM-Lüfter, falls die automatische Erkennung versagt. Was versuch ich da? Ah, ich will nur, dass alle Lüfter drehen. In meinem Wohnzimmerrechner hier. Ach so, weil die 25 haben. Wahrscheinlich das Chassis Fan 3. So, nö, nö, nö. Ja, sie stehen. Alle Lüfter... Was ist das denn? Falsche Szene. Alle Lüfter stehen. Außerdem CPU-Lüfter. Hier, Stillstand, Stillstand, Stillstand. Das ist Chassis Fan 3 hier oben. Und dann hier die beiden, die stehen auch. Das ist gut. Super. So, jetzt wollen wir wissen, ab wann drehen die oben denn? Ab 5%? Nein. Ab 10%? Ja. Natürlich sehr langsam. 15%. 15%. Wunderbar. 25%. So, schauen wir mal, wie die drehen. Herr Chassis Fan 3. Ei, 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 ei. 300 Umdrehungen. Wow. 400. Geil. Das sind 140er Lüfter übrigens. 40. 500 ist gut. 500 ist schon mal super. So, motherboard Temperature. 50 Grad am motherboard ist schon eine Hausnummer. Ist halt viel zu, viel zu krass gestapelt, so. Also, 35, 45, 50, 53. 53, Knallgas. So, ja. 45, 50. Das muss ja nicht zu viel sein. Hauptsache die Lüfter drehen. Das war jetzt das Wichtige für mich. So, dann schauen wir mal hier Chassis Fan 2. Jetzt müssen wir mal beobachten, wo sich dann da was dreht. Das war ja gerade auf jeden Fall viel zu wenig. Mal gleich mal 10%. Das ist der untere hier, glaube ich. Vorne unten. 25%. Chassis Fan 2. Ja, 300. Das ist ein 120er. Der kann ruhig ein bisschen, bisschen mehr jetzt. 45 ist okay als Einstieg. So, und auch hier machen wir die gleiche Abstufung. Äh, 35, 45, 50, 53. So, 53. Ah. 35. Nein. 35. 40. 45. Nee. Das war anders. Moment. Gut. Verwirrt. Verwirrt. 45. 50. So. Nein. Da will ich hin. so so Duty 45, 55 65 100 Knallgas 4x Nocto auf 300 RPM und Papst mit 10.000 genauso machen wir das Ernie so der TPU-Fan 2 fehlt uns noch das müsste der rückwärtige sein und dann haben wir auch den anderen Chassis-Fan, der auch vorne sitzt Chassis-Fan 1, den können wir eigentlich ganz genauso konfigurieren wie den bisherigen hier auch also auf Motherboard Temperature und unsere Temperatures sind 35, 45 50, 53 und bei 53 geben wir Knallgas und da haben wir dann die Abstufung 65, 55, 45 65, 55, 45 so kontrollieren kurz den Luftdruck des Balls die Drehzahl sollte ja jetzt sehr ähnlich sein weil eigentlich baugleicher Lüfter danach Load Defaults ja Defaults zahlt 6 Küo, hallo das war der rückwärtige Lüfter Moment, ist der andere vorne der CPU-Fan 2? What? Gut, den rückwärtigen Lüfter würde ich tendenziell ein bisschen schneller drehen lassen PBM Motherboard 35, 45, 50, 53 100 65 ne, 65 war das 55, 45 warum machst du jetzt 700 Umdrehungen? das waren die Dachlüfter das sind die 45 Hauptsache alle drehen der 3 in 1 Gamer PC ne, 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 ne das ist, äh dies hier ist mein Wohnzimmerrechner mein mein Noob-PC mein 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 TV-Gook-PC dem hab ich seine Festplatten geklaut und ja jetzt hab ich halt mal erschreckend jetzt waren meine BIOS-Settings weg weil ich erst bei der Grafik gerade den Strom vergessen hab leider Gottes und dann haben wir mal BIOS-Update gemacht bei der Gelegenheit und jetzt müsste ich gerade halt die Lüfter nochmal konfigurieren so und speichern wir das jetzt ne, hier ist direkt, hier ist, äh, Damenstrumpf drunter, ja, und ist halt Blower-Design und dann ich geb' ihm ich geb' ihm ne, ich hab' das da komplett drum gegriffen, ne, ist das nicht hier, äh, passt ganz gut das ist ein Luftansaugrohr, richtig, das ist eigentlich eine ehemalige Isopropyl-Flasche Bossi 47 Megalice Mega nice! Wuhu! Ich pack noch eine kleine Fixierung rein. Mach keine Tunnelgeräusche, nee. Man hört das Ausblasgeräusch beim Lüfter eher. Ich glaube, so viel Kraft hat der Radiallüfter gar nicht. Dankeschön, Bossi. Der Couch-Potato-Fizzeh. Richtig. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Specials von Top Gear durch, die man irgendwie so abrufen konnte. Dann müssen wir uns wieder neue Inhalte für so ne Mann suchen. So ist aber okay. Also ich handhabe das bei Astrox Boards. Die sind nicht sehr flexibel, was das angeht. Muss man sagen. Ne, die haben halt nicht viele Temperatursensoren da verbaut. Aber ich handhabe das bei Astrox Boards sehr gerne anhand der Motherboard-Temperatur. Weil die halt eher darüber Auskunft gibt, wie es im Gehäuse gerade so gegeben ist. Ne, wie gerade die Temperaturen im Gehäuse sind. Ne, wie heiß, wie warm wird die Platine. Und daran regele ich dann den Lüfter, ja, das Lüfterverhalten. Und da hier mir ein Y-Kabel noch beim letzten Umbau gefehlt hat, als das Gigabyte Master rauskam, weil hier eigentlich 240er, die mir damals auch der, war es der Kampfkauz oder war es der ProToyz? Ich glaube es ist ein und der, also die ich damals gespendet bekommen habe. Die habe ich halt hier auch verbaut. Sie passen so gerade. Es sind eigentlich welche, die auf dem NHD 15 drauf waren. Die A15 sind das. Dann wollte ich die auch beide wieder in Betrieb haben. Ja, ist mehr Arbeit, aber Gehäuse-Lüfter an Motherboard-Temperatur führen macht schon, also gerade in meinem Sleeper macht das halt brutal Sinn. Weil das Motherboard wird dann geheizt von der Grafikkarte und dann muss halt die Luft aus dem Gehäuse raus. Top Gear habe ich alle Staffeln aus der Clarkson-Ära. Sehr nice. Das waren schon geile Specials, also kann man ja nicht anders sagen. Jetzt als letztes haben wir uns jetzt Patagonien angeguckt, also als sie da aus Argentinien rausgeworfen wurden am Ende. Fiese Sache. Aber der schöne Lotus. Mann, was ein schönes Auto. Das ist doch der Lotus, den wir in dem Lotus-Spiel spielen, oder? Ich glaube schon. Fahren. So. Ein bisschen sauber gemacht und dann darf der gleich wieder neben den TV. Panda Ocean, ein wunderschön. Hallöchen. Mir ging es um die beiden Seagates. Die haben auch schon beide so 5000 Stunden auf der Uhr. Also die haben bald schon ein Jahr Laufzeit runter. Jetzt schimm mal nochmal ein Wässerchen ein. Ich glaube, ich muss ihn hinlegen, um das Seitenteil drauf zu machen. Das ist so ein typisches Deep Silence 3 Dilemma. Das ist ein schönes Case. Das Grundkonzept ist schön. Die Ausführung hat Mängel. Seitenteil im stehenden Zustand drauf. Tüdeln. Fast unmöglich. Und so weiter. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die letzte Grand Tour Folge sehen würde, wäre das nochmal ein anderes Gefühl. Weil ich kannte vorher die Botswana-Folge nicht. Aber auch als Jeremy dann die Story erzählt hat in der Patagonien-Folge über den Porsche, was ihn mit dem Auto verbindet. Das war auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber es ist schon einfach unterhaltsam. Einfach toll. Einfach klasse. Also ich habe das ja, da hat das immer so mitbekommen, dass es die Bekloppten da gibt. Aber dann habe ich mir nie weiter Gedanken gemacht, wie kommt man denn an einem BBC-Content dran oder sowas. Und jetzt, World Wide Web sei Dank, geht da was. Und mit dem deutschen Dub dabei ist das halt auch für Faule besser zugänglich. Wurde später bekannt, wer so Stick war. Das waren mehrere unterschiedliche Leute, war anders. Ich habe die Namen nicht. Einer ist aber auf jeden Fall auch so ein Rennfahrer, der jetzt auch YouTube-Kanal-mäßig relativ gut durchstartet. Der war das sehr lange Zeit lang. Auch Shorts, die jetzt reingespielt wurden. Wo müsste er, wo müsste er... Schumacher. Ja, das haben die so als Spaß gemacht, dass das Schumi wäre, ja. Da gab es ja das, wo er den Helm abgezogen hat. Und da war es Michael Schumacher, ja. Als Mr. Bean dann da war und dann da abgeliefert hat mit dem Kia und so. Das ist schon geil, ja. Sowas feiern die Kinder dann auch. Sehr gut. Wir könnten vorne vielleicht nochmal schauen. Aber ich glaube... Ich glaube... Ich hatte da eigentlich letztens... Ich habe das erst gesaugt. Auch so die Krux bei dem Gehäuse, wenn du vorne mal dran willst. Muss so ein bisschen... bisschen Luft bei den Kabeln lassen. Aber hier ist alles sauber. Ja, hier ist alles tippie. Da ist alles gut. Das ist dick. Power. Jack. Oh Mann, ey. Jeremy Clarks ist fantastisch, ey. Ben Collins. Ja. Ja, Ben Collins meine ich, ja. Womöglich. Der hat auch schon... Jimmer hat ja auch schon Videos gemacht, ne. Jimmy Broadband. Also, habt ihr das mitbekommen? Dieses Charity-Event, was er gemacht hat? Dieses, diese... Was... Also, was da irgendwie auf seinem Mist mitgewachsen ist, oder was? Dieses iRacing-Event, wo sie... Wo sie, äh... Auf Zoll da gefahren sind. Und wo dann die Leute dann... Die haben da natürlich für... Für einen guten Zweck dann gesammelt. Und wo dann die Zuschauer dann... Wenn sie irgendwie 100 Dollar da gelassen haben oder so... Wo dann ein bestimmtes Team einfach eine Stop-and-Go verbraten konnten. Und all so Geschichten. Verstappen war ja auch dabei und so. Und dann sind die ja, glaube ich, mit... Mit Prototypen gefahren. Und da waren auch MX-5 drauf. Und die wurden dann regelmäßig abgekegelt. Weil ja der... Der Geschwindigkeitsunterschied ja so riesig ist. Ihm wurden dann Haare gewachst. Live on stream. Und... Musste mit irgendwelchen Krabbenhandschuhen Rennen fahren. Und Haare pink gefärbt. Und so weiß ich nicht. Das war sehr lustig. Ah, grüß dich Benji. So, wir gucken gleich mal, was wir hier basteln können. Ich denke, ich würde mir jetzt mal eine außergewöhnliche Werbung kurz mal geben. Einmal auf Toilette hüpfen. Dann klemme ich den hier wieder an. Da, wo er hingehört. Kartenleser ist drin. Ich habe nicht gezeigt. Hier vorne ist ein Kartenleser drin. Weil kann man halt... Kann ich verbauen, also verbaue ich es. War so der Gedankengang dahinter. Das ist auch so aus einem anderen Case hier, der Adapter. Bonk. Ja, grüß dich auch. Also, klitzekleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Schott bleibt. Tada. So. Ein bisschen fummelig. Ich habe an dem Rechner selber noch nativ eine Tastatur und eine Maus dran. Damals von einem Medion Reisen-PC übrigens. Die Original-Tastatur und Maus, die dran waren. Einfach für... Einfach... Damit man auf jeden Fall immer hantieren kann ein Ding. Wir haben selber noch Bluetooth... Ähm... Bluetooth... Wegen der verbauten WLAN-Karte und eine Bluetooth-Maus, mit der wir das Ding dann immer bedienen. Aber die Kabel sind ein bisschen straff, so... Ha! Jetzt ist er drin. Und da war noch ein bisschen Staub. Den habe ich auch noch entfernt. Also auf dem Boden. Ich habe den Song abgebrochen. Ich weiß, ich bin ein böser Mensch. Aber den haben wir ja auch noch nie ausgespielt gehört. So. Schön, dass sie da sind. Wir schönen uns mal noch ein Käffchen ein. Also, mein Gedankengang ist im Prinzip, das Gigabyte Leo zu verwenden, um ein Backup... Ein Backup zu machen. Ein Backup von meinem NAS. Also, NAS ist ja kein Backup. Selbst wenn du das... Selbst wenn du es gesichert hast mit... Also, selbst wenn die Daten paritätsgespeichert sind, ist das ja trotzdem kein Backup. Ähm... Das war eigentlich mein Plan. Mein Plan ist ja schon daran gescheitert, dass nicht nur ein extra Festplattenkäfig in dem Gehäuse war. Ich dachte, ich könnte da noch mehr stapeln. Aber vielleicht können wir ja was anderes deichseln. Mal gucken. Wohin kommt das Backup? Gute Frage. Vielleicht in den Keller? Außer Haus? Ja, ja, ja. Das ist natürlich der Faktor... Faktor... Faktor X. Schwiegervater! Du hast doch so eine schöne Photovoltaik. Den nehme ich dann einfach... Den verstecke ich einfach auf Arbeit. Steht bei deiner Schwester. Ja, irgendwie sowas muss man sich dann natürlich überlegen, wie man das dann macht. Aber erst mal, wenn das System steht, dann kann man ja daraufhin dann ja aufbauen. Es gibt nicht zu viele PCs, es gibt nur zu wenig Platz. Das stimmt wohl, ja. In der Tat. Vielen Dank für den Support. Ich hab's nicht gesehen. Wo war das? War das der Kugelfisch? Schnell, Kugelfisch gefolgt. War das der Bossi? I don't know. Replikationsmöglichkeiten, Send, Receive. Ist das das, wenn man einen Datenabgleich macht, oder was? Oder... Oder quasi... ZFS kommt wahrscheinlich wieder nicht in Frage, weil das unterschiedliche Plattengrößen sind. In dem Fall. Ich muss ja auf eine gewisse Kapazität kommen, um das zu sichern. Wobei ich halt eigentlich auch irgendwo sehe, dass ich nicht unbedingt ein Backup von allen Videos brauche. Ich balle einfach alles mit R-Sync rüber. Backup-Strategien. Mindestens 3, 2, 1. Daten gibt es 3x auf 2 verschiedene Medien und eine Offsite. Der Kerl hat es Offsite. Ja, das hätte ich auch nicht gut gemacht. Du machst einen Snapshot und sendest einen zweiten ZR-Rechner. Inkrementell. Ja. Okay. Aber da müssen beide damit laufen. Und das tut der, glaube ich, nicht. Also noch tut das nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da hin will, ob man das macht. Könnte man aber dann erst machen, wenn die Daten einmal auf dem anderen System sind. Also müsste man das andere erstmal so hochziehen. Alles rüberziehen. Was ein paar Tage dauern wird. Dann können wir den einen aufs Z-Avers umbauen. Weil da sind ja alle Platten gleich groß. Das wäre dann natürlich noch eine Idee. Und dann können wir wieder alles zurückspielen. Was dann auch wieder ein paar Tage dauert. Und dann könnte man sagen, man macht da vielleicht einen Pool für die ganz wichtigen Sachen. So die Familiensachen, Dokumente und so ein Schüssel. Und dass man den dann abgleicht. Jaja. Okay. Ich kümmere mich erstmal um das, was ich gut kann. Nichts machen. Prost. Aber vielleicht hilft mir natürlich der potenzielle ZFS-Performance-Gewinn vielleicht hilft er mir ja beim direkten Arbeiten auf meinem primären NAS. Naja. Erstmal werden die natürlich über das lokale Netzwerk geschoben. Ich habe immer Schiss, VMs einzuschalten. Aber sie schimpfen dabei. Das ist immer, wenn wir nicht sicher sind, ob Mac-Adressen oder VMs sich geändert haben. Okay. Problem ist halt die Zeit. Ja. Du kannst ja auch mit VMs lernen und üben. Hier der Bastelnacht alleine hast du circa 80 bis 100 GB Daten. Das dauert bei deutschen Deckungs-Upload-Wochen. Ja gut. So groß sind die Bastelnacht tatsächlich nicht, dank der AV1-Kirmes. Also gerendert. Ja, aber... Kann man schon mal sagen, so eine Bastelnacht wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen Ausgiebe ist, ein bisschen viel Bewegtbild drin war, dann sind das immer so 10 GB. Das kann schon sein, ja. Aber das ist halt... Das ist natürlich kein Spaß dann, das zum einen nach YouTube zu laden und dann noch zusätzlich noch rüber zu beamen nach irgendwo anders hin. So, gut. Aber ja, wir gucken mal. Weil ich habe... Ich habe drei 8 TB Platten jetzt übrig. Jetzt haben wir die eine 6er, jetzt haben wir die 4er. Das sind schon 5 Platten. Ich brauche mehr Plattenplatz in dem Case. Aber das Case brauche erstmal... Das brauche erstmal wieder Strom. Und dafür habe ich mir auch was gekauft. Unüberhaupt. Und dann sollten wir Löcher bohren. Ja, 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 ja. Das wird lustig. So. Hallo, Leo. Was geht ab? Würden Sie denn tendenziell sagen, für 16 GB... Für ZFS-Tango reichen 16 GB RAM? Tag, Leo. Und hier ist das T-Sonic-Netzteil dran mit der... Mit der... Mit der... Mit der... Weha-Wurst. Sicher, ne? Ich glaube... Ich glaube, ZFS genehmigt sich 8 GB, gell? Es gibt nicht genügend RAM für einen Tango. Die Vago-Edition, ja. Wollen wir es wagen, den Vago zu machen? Hier sind noch Xilence-Lüfter drin, die tendenziell relativ einen Heiden leer machen. Aber erstmal könnte man sie natürlich so lassen. Ich glaube, es passt gar nicht von den Festplatten her. Ich glaube, das Gehäuse ist sogar zu kurz dafür. Ich meine, ich würde das Gehäuse echt mögen dafür. Wenn wir mit dem Vago hier so ein bisschen das Wagnis eingehen, hier rüber gehen. Hier ist halt der Originalkäfig, der irgendwo hier sitzt. Der sitzt hier. Das ist der Originalkäfig. Z ist der Originalkäfig. Das wäre das Konstrukt, was ich noch ergänzend einbauen wollen würde. Ich glaube, es passt von seiner Tiefe her schon nicht. Im Kopf denkst du dir das immer so aus, aber hast halt nicht gemessen. Du hast den Festplattengehäuser gerückt für NAS-Platten. Das ist auch sehr cool. Schmelles hat sich jetzt einen 3D-Drucker geholt. Bis Mittwoch, Timeliner. Danke fürs Einschalten. Das ist halt, das sehen wir ja schon, das ist schon Käse. Das ist Quatsch mit Soße. Aber wenn wir hier, das können wir halt nicht stapeln. Das funktioniert halt nicht. Es wäre halt cool gewesen, wenn wir das noch gehabt hätten. Extra. Aber die Grundplatte ist schon zu lang. Und wenn wir die Festplatten in die Flucht des Lüfters hängen, was ich eh immer mag, was natürlich die Platten nicht einsetzbar macht in der Konstellation, funktioniert das auch nicht. Okay. Wir brauchen ein anderes Gehäuse. Nein, das schöne blaue Case. Es sei denn. Aber hier oben kriegen wir das nicht durch. Hier steht ja hier keine Löcher reingebohrt. Nein, das geht auch nicht. Hm. Es gibt von Schakun. Ich glaube, es war Schakun. War Schakun oder Aerocool? Die haben ein cooles Case. Das nimmt elf Festplatten auf. Ich habe den Namen jetzt wieder verdrängt. Das ist auch nicht ganz billig. Aber es hat Platz standardmäßig für elf Festplatten. und es ist relativ relativ straightforward. War eigentlich ziemlich cool cool gestaltet. Hey, Heox. Wie performt der Kühler auf Dauer? Alles tut ihr mit dem Teil? Ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Einen komischen beige-braunen Big Tower. Platz für acht von der Viertelzollerwerke. Sehr nice. Letzte Woche ein Angriff auf meinen NAS. Es ist ja nicht erfolgreich durchgekommen zu sein. Die Woche dann neu aufgesetzt. Mein Netzwerk glüht gefühlt seit Tagen gut drei Terabyte. Zurückspielen dauert. Nun ist das Ding offline nur noch intern. Widerspricht dem Sinne eines NAS leider. Ich hoffe, euch geht es nicht ebenso. Ja, das ist ziemlicher Käse. Ich denke, du denkst, du wirst den auch bestellen, den Kühler. Ja. Der ist schon lustig. Ist schon ganz gut. Die haben halt auch die Arretierung hier komplett außen. Man könnte natürlich bestücken und dann reinsetzen. Das würde gehen. Aber dann kriegen wir auch nur vier rein. Das ist auch scheiße. So und dann so. Hochziehen und vorne weg. Hier die Basisplatte. In meinem Kopf, in meinem Kopf hatte ich das Ding hier drin und hatte noch ohne Ende Platz, das Ding auch noch daneben zu setzen. Dann war das Gehäuse einfach mal doppelt so lang. Genau, der Cypher. Ja, ja. Aerocool Cypher. Richtig. Micha. Dito. Wup, wup. Handbraker kann auch vor allem. Schon lange. Und Chicho. Danke dir für den Prime Sub. Sehr nett. Schöne blaue Board. Von den Käfigen hätte ich theoretisch nochmal welche, aber die kannst du halt auch nicht stapeln. Das funktioniert dann auch nicht. Die haben halt ihre Befestigungspunkte hier außen. Das ist halt absolutes Mega-Gebastel dann. Mega-Schrecklich. Just in dieser Minute, encoden sie. Ja, das können ja schon seit Jahren. Trotzdem finde ich das per Kommandozeile zuverlässiger. Ja, das ist natürlich mega Käse, Tom. Was soll man dazu sagen? Wenn wir das hier oben machen, war das auch doof. Den entfernen, dann ist die Stabilität aber komplett im Eimer. Das hatte ich ja bei meinem Roten gemacht. Was ist mit dem Roten eigentlich? Gibt's den Roten noch? Haben wir in den Roten irgendwas reingebaut, den ich wieder aufgebaut hab? Ja, der Rote steht im Keller, glaube ich. Ich glaub, der Rote steht im Keller. Opa Svante! Danke für den Prime Sub. Danke für den 31. Sehr nett! Beim Roten hatte ich den Käfig ja auch entfernt hier vorne, den 5,25 Zoll. Den hatten wir rausgeholt. Der hat ja eh schon viel Leid gesehen. Aber guck mal, das passt halt von der Breite her nur so grad. Aber dann könnte man natürlich auch theoretisch nach oben durchgehen und dann könnte man die Käfige hängend verbauen. Wobei dann die Plappen natürlich am Kopf sind, ne? Oder können wir die hier auch verkehrt herum reinschieben? Nee, können wir auch verkehrt herum reinschieben. Das würde auch gehen. Sonst kommt die Flex. Ist natürlich sehr schade, an so einem wunderschön lackierten 50 Euro Gehäuse hier Löcher reinzubohren, ne? Bananarama, Mann. Yeah, 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 yeah. Danke für's. Wup, wup! Beutelbiber! Danke für den Resop! Und mich auch. Auch nochmal, Dankeschön. Sonst kommt die Flex. Dann hätten wir 6, ne? Ich glaube, der eine Käfig... Der müsste ja aus dem Gehäuse hier stammen. Das wird befriedigend, wenn du da reinhämmerst. Ist vielleicht möglich, den originalen 3,5 Zoll Käfig unter dem 5, 5,5 zu machen. Dann sollte doch ein Boden Platz für den anderen sein. Ja, der müsste ja dann auch kopfüber verbaut werden, ne? Okay, die Festplattenhalter kann man auf jeden Fall auch auf den Kopf einschieben, weil ich will die Platten ja schon von der Orientierung so haben. Ich meine, eigentlich interessiert es die Platten nicht wirklich, aber komplett auf den Kopf betreiben finde ich halt doch ein bisschen Käse. Also 90 Grad Winkel von mir aus, aber ja, so wird es dann gehen. Aber das ist halt auch hier. Du hast halt nicht wirklich Punkte. Ich meine, hier sind Gewinde theoretisch. Da sind zwei Gewinde. da wird das auch vorsitzen. Nur wie fixiert man es hier vorne? schwöck ein wunderschönen danke schwöck hauptsache fest ja klong mit dem frontlüfter müsste man ja auf jeden fall auch am start haben also mit kabelbindern da rein tüdeln weil die obere platte bekommt dann schon mal gar keinen luftzug mit ich weiß ja nicht 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 nice gamebook clock ja thanks mate ok das geht nicht so wir haben den alten schieftek da gehen sechs platten rein aber das ist halt ein riesen trümmer schweres gerät ein bisschen uncool eigentlich wollte ich eigentlich ein retro pc reinbauen habe ich noch den roten focus hier dann haben wir das das system da weiß ich nicht wie viele platten träger ich dafür habe das ist tatsächlich ein ziemliches elend mit mit platten anschlüssen ne ein bisschen blöd noch mal gehäuse einfliegen ist halt eigentlich auch doof im keller steht noch so ein tonnen schweres workstation gerät aber das jetzt hochzehren entstauben boah da habe ich ja doll drauf so ein schönes gehäuse zerstören gut von dem roten hätte ich zwei stück ne und bei dem roten ist wie gesagt der der hier ist da quasi schon entfernt den habe ich nur wieder reingeschraubt mit schrauben und muttern damit die stabilität für das mainboard wieder da ist ähm der hat ja eh schon alles gesehen er hat schon frankensteins monster gesehen und so weiter und so so weiter und so fort also der wäre der wäre eigentlich noch eine valide option irgendwo dass man da dann hingeht und da dann äh den originalkäfig unten wieder standardmäßig reinsetzt und dann das hier hängend verbaut dann hätten wir zumindest sechs stück drin aber sechs stück sind halt auch schon wieder zu wenig eigentlich dreimal 16 sind 48 zweimal 18 nochmal 16 sind 58 64 ist das alien werkehäuse noch? ne das habe ich stolz wie oscar weggeschmissen ja das hätte platz für sechs festplatten gehabt da unten drin ja so gott irgendwie will aber ne also das war ja vom konzept her dieses dieser plastikbomber war jetzt nicht so mein favorit das bord ist halt auch ein bisschen breit für micro atx ne 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 das ist halt auch schon auch in der tiefe ne ne da ist ja auch die strebe also viel weiter rein können wir ja gar nicht und wie das dann von der positionierung her passt ah criminal smooth criminal aber wir könnten uns den roten mal ansehen ne rein theoretisch können wir uns den roten mal ansehen normal sollte das von der positionierung her hinkommen wäre es nicht mal eine herausforderung so einen festplatten server der 19 zoll gehörte zu bauen wäre vor allem eine lärmbelästigung für die schlafende gesellschaft da unten heheheh 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 19 zoll ist auch nur ein gehäuse anderes konzept halt heheheh 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 man könnte das ding halt komplett verbasteln ne man könnte dann vorne noch einen 120er lüfter da drüber stülpen da müsste auch noch eine querstrebe weg heilenei schade ein glück habe ich das nicht offline angefangen das olle kleine ding da mein 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 datenretter der alleine hat schon vier festplattenschächte drin schon verrückt optisches laufwerk klassische gehäuse sind schon was tolles sechs jahre schon joel du bist verrückt dankeschön war sein glück für euch ja in der tat nicht wahr vier höheneinheiten nehmen noch 120er lüfter auf joo gut ok wunderbar auch auch sehr günstig solche gehäuse glaube ich und klatschbahnen was that huge black lamp looking on the right side what huge black lamp i don't know what you mean mate to my left i mean this camcorder behind me behind me the printer no the camcorder alright was haben wir da noch wir haben noch den ich habe noch den den ich mal als rennen mit checkered flag gebaut habe dieses silverstone case aber ich glaube da gehen quasi gar keine festplatten rein ne die lampe ne die lampe ja aber da links ist doch keine lampe streng deine streng deine streng deine deine zellen an ist oder muss es muss er blau sein nein er muss nicht blau sein weil schön wäre es schon wir müssen uns hier einfach streben rein drucken und dann hängen wir die dann hängen wir die in den äh den dingens dingens auf genau im focus key steht bei mir auch noch rum der blaue sollte mal ein projekt werden ja ich habe eigentlich schöne kabelverlängerungen in blau weiß damit das mit dem netzteil hinhauen würde weißt du aber ja ich bin sehr unschlüssig weiß nicht ob ich den roten so verbasteln will das irgendwie passt wenn wir natürlich den den ansaugenden lüfter hinten haben dann ist das schon ein air flow kommande air flow können auch retro tower sein wie viel passen in den fermetake kandalf dieses drecks ding ich hasse das teil fermetake kandalf kandalf auf klein anzeigen ich akzeptiere alles was die computerbase hat hier mächtiger stauraum erzähl mal was in sachen platzangebot könnte das kandalf glänzen insgesamt 11 externe 5,25 zoll 5 externe 3,5 zoll und 6 interne 3,5 zoll kandalf der graue aber hast du aber wie wie werden die befestigt mit so spezial schienen ah hinten sind welche drin mit lüfter die werden normal reingetüdelt die werden auch normal befestigt oder das sind so schnell klipse so einen tower habe ich im keller oder leuchtet nicht mehr so schön und dann kleben wir alles zu hahaha ich hasse fermetake gehäuse ich finde die immer so verspielt Netzteil ist hochkant 80er Lüfter oder 90er Lüfter dann hinten Ne das ist Aluminium Das ist ein Aluminium Case Guck mal, so ein schönes Sockel A System reingezimmert LED's kann man austauschen Und überall hast du Molex Überall ist Molex Wahnsinn Überall hast du Molex Wahnsinn Also der hat quasi hier 3 hier Fünne drin und 3 da hinten Wären wir wieder beim gleichen Problem Allerdings, wenn dann hier das Micro ATX Mainboard drin ist, dann könnte ich unten Dann könnte ich unten noch Löcher bohren und da könnte ich unten noch meinen Dingsbums reinmachen Nur wie kriegen wir da Luft hin? Oh mein Gott Das wäre echt ein Anwendungsgebiet für dieses Monstrum Aber der ist halt komplett versaut Ich habe damals dieses Silence System gebaut Diesen Auch mit dem X370 Taichi Und was haben wir da als CPU reingenommen? Ich weiß gar nicht mehr Was sind 3.7X und 1660 Super Susi oder so Für den Quirinox Genau, für den Quirri Das ist dem Quirri sein ehemaliges Case Verschiedenster Form aufnehmen ATX Micro ATX E-ATX Und BTX 190 Euro 190 Euro für die Aluminium Version 160 Euro für die Stahl Version Leck mich in den Tisch Die haben sogar ein Retro Review gemacht 2020 haben sie ein Retro Review gemacht Mächtiger Stauraum Oh ja Wo ist denn hier ein Lüfter Ernie? Da hinten ist einer Hinterer Festplattenkäfig Vorderer Festplattenkäfig Nab und Skippy Fox BTX waren die Falschrumdinger Fürchterlich Ich habe mir damals auch geschwommen Wenn sich BTX durchsetzt Dann höre ich auf PCs zu bauen Dann suche ich mir ein anderes Hobby Das ist die Feature-Seite von Kandalf 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 Ernie Zeig mal So Rear Exhaust 90 Top Exhaust 90 Front Intake 120er blau beleuchtet Das ist nicht schlecht Der ist auch unten glaube ich Vor dem Festplatten Rear Exhaust ist auch 120er Das ist ja mal gar nicht so verkehrt Das hier oben würde ich ja tendenziell zumachen Natürlich Custom Wasser gekühlt mit grünen Schläuchen Was sonst? Macht ja jeder so Schön mit der Eheim unten drin Und dann wird man halt innen drin noch ein 120er Relocatable Also wir können Wir können voll Wir können mal ein Überdruckmonster draus machen Können wir da drei rein machen? Das Intel Thermal Tasting hat er überlebt Testing Boah ich mag Thermal Tactic Dinger nicht Das ist echt Kann man nicht Wo kommt denn hier Luft durch? Durch die LED Bar oder Das ist ja die Tür davor Und dann sind dann da die Schächte hinter Muss ich das Ding holen ja? Ja ich weiß das Cypher Ich hab das Cypher auch schon Fünfmal angeguckt Aber hab's nie bestellt Dass das eine gute Valide Lösung ist Das steht außer Frage Aber das Cypher ist mir auch schon Ins Auge gesprungen Da ich Krieg Ist das ein Tower oder ein Transporter? Ich mein schwer ist das Gehäuse nicht Aber diese Tür da vorne Die Tür da vorne ist schwer An dem Kandalf Vielleicht können wir die ja abmontieren Dieses olle Bullauge Das braucht kein Mensch Keiner braucht diese Spielerei da vorne A Design so powerful It will redefine the way You view a computer chassis Packed with all exceptional features And breakthrough design Kandalf The extraordinary chassis Is beyond imagination Ah Werkzeug frei Fünf Elf Fünfeinviertel Zoll Base Zweimal LED Fan Zweimal Neuner Fan Und der Accessory Box Very nice Patentnummer in Deutschland Unten ist Platz Unten ist auf jeden Fall Platz Also wenn wir jetzt nur mal hier Gut mein gut Das kann da Moment Wie weit geht das runter? Ja bis zum Boden Ist ein bisschen Platz Wird schon wieder eng Na guck mal hier Das geht fast bis runter Vielleicht ist er in der Tiefe gut Das größer gibt es gar nicht in Deutschland Was das Cypher gibt es nicht in Deutschland? Das Kandalf steht bei mir im Keller Ob die dreieinhalb Zoll Aufnahmen noch drin sind Aber für meine Begriffe Zumindest hier der Dreierschacht hinten Ist ja einfach nur Einfach nur reinschieben Festschrauben Screwless Design Ja Screw yourself Geht auch über die externe Lösung Sofort kaufen Refurbished Wir gucken mal Schremmeln sie mal Vielen ihm Dank Black Bandito Ich bin total begeistert Nach einem geringen Intel Kind Nun ein AM5 System bestellt Welchem Zyklus denkst du Ist es denn sinnvoll aufzurüsten? Erst wenn sich AM5 am Ende neigt Und man einen Server aus dem Altrechner bauen will Und anwägungsweise Moment Büroarbeit und Spielen Alter Spiele Miebelswet Fünfjahresrhythmus ist ganz entspannt Glaube ich Aber Ja Die Entscheidung will ich niemanden Vorweg nehmen Wie er was zu handhaben hätte Das Ding hat nur Gewicht durch die Die Front Die Front ist schwer Der Rest ist federleicht Weil es Aluminium ist Und das ist ein großes Gehäuse Leck mich am Arsch Ist ja groß Hilfe Monster Case Case Hallo Das bin ich Danke Michael Däumchen Klebereste Oder Klebereste Irgendwann hat er drauf geklebt gehabt Er hat schon schöne Ausklappfüße Das ist ja nicht alles negativ an dem Ding Ah der 120er Lüfter ist glaube ich tatsächlich nur einer Ich glaube es ist eine extra Halterung dabei Das ist halt typisch Typisch Formaltake Typisch Formaltake Formaltake war mit Molex verheiratet Hier ist die Accessory Box Da sind noch zwei Da sind noch zwei Zwei Jumper drin Hier das ist glaube ich aus dem Schiefdeckgehäuse Aus dem roten Dann haben wir hier einen Schacht Da ist der Ein- und Ausschalter Hoppala Man muss ja Muss ja scrollen hier Kennst du das Haff Ja ich bestimmt mal gesehen Hier ist der passende Magnet dazu Kann man das nicht aushängen einfach Alleine um das Gewicht zu optimieren Hier ist dann das Hier läuft dann das Stromkabel Für die Frontbeleuchtung Das Bullauge hier ins Gehäuse rein Ich habe das Gefühl hier fehlt dann schon ein Magnet oder sowas Da hier dann auch noch Acrylglaselemente drin sind Kannst du ja gar nicht öffnen Weil das Gehäuse So wenig Eigengewicht hat Ich bin mir sicher Dass ich das mal offen hatte Zugeschlossen I don't hope so Komm ey Aber ich kann es noch bewegen Das ist einfach nur Aluminium ist halt kein so geiles Material Von der Von der Von der Steifigkeit her So Und hier Das sind echt Träger glaube ich oder Trägerschiff ist angekommen Hier ist diese drei Festplatten Bay Michael Bay Aluminium nix magnetisch Muss ich anders reinstellen Da hinten sehe ich jetzt die Platten Da könnte ich sie jetzt einfach verschrauben Also das funktioniert so Ich weiß nicht wofür die Arretierung noch ist Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht Für den Festplatten Träger selber oder was Wahrscheinlich für den Träger selbst Nochmal extra arretiert Der ist auch hier verschraubt Das heißt wir können auch die Position des Des Trägerschiffes verändern Ja ist halt auch BTX kompatibel Ja Ist geil ne BAM 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 Hat irgendwer drauf rumgeballert Hier unten ist da ein riesen Riesen Kippschalter Element Was hier glaube ich reingeklebt ist Thermaltake分 das ist der led controller ist der reingeklebt oder was ist mit dem hier ja aber festplatte würde gehen würde dann von vorne und von hinten das ist die nos einspritzung ja crazy dog danke danke gute zeit ich glaube die front ist extra verschraubt die machen wir jetzt mal ab wenn wir die front einfach ab machen können das wäre so geil dann hätte das ding ja trotzdem noch eine front obwohl da sind ja die ganzen filter drin verdammt da müssen die türen loswerden da sind die so stifte da sind die drauf gesetzt und eingehakt wir müssen einfach nur die schrauben lösen von den und dann hätten wir die tür ab ja die sind geschraubt die scharniere genau weltklasse also die kriegen wir ab das ist gut da sind sogar staubfilter drin da guck hier ist der lüfter das ist halt dieser festplatten kiefig man hier wird auch richtig gebaut mit schmerzen nein was dazugehört das ist eine scharnier löse habe ich noch nichts gewonnen das ist eine raus aber das andere nicht das ist einfach nur nervig ich bedenke dass ich zwei wenn ihr sich zwei eine doppeltür öffnen müsste um mal irgendwie ans optical drive zu kommen zu der zeit waren wir noch optisch unterwegs wow was das für ein gewicht hat die eine seite ist schwerer als der rest vom case guckt euch das an guckt euch das an wie dick das material ist unfassbar da kommt der preispunkt her sehr frontlastig muss erstmal gucken dass wir hier die kabel kriegen jetzt haben wir gleich ein problem hier wieder in a a a a a a a a er will sich gar nicht bewegen jetzt aber das teil den ich selbst bestehen panzerschiff graf gandalf kandalf man könnte ja theoretisch man bräuchte erweiterung für noch mehr festplatten wo auch noch kandalf erweiterung esst mehr kandalfs weil theoretisch ist ja dieser einsatz mit dem 120er lüfter und den drei festplatten könnte man den ja vertrippeln da ist so neun platten da drin rost ist kein problem wegen dem aluminium ich bin schon ganz raus ne jetzt bin ich ganz raus netzteil ist hier oben oben rechts bald 20 geburtstag für das case da das ist ja gut so jetzt jetzt ist auf jeden fall gewichts modifikation vollendet gott unfassbar unfassbar wie dick das ist servus matze da kommt mein da soll ein backup backup rein backup für meine daten backup nas wenn man so will vielleicht mein nas umzubauen vom dateisystem her eventuell mal gucken zu viele hdds zu viel zeit zu viel hdds zeit habe ich immer nur mit euch zusammen ich hatte eigentlich eigentlich die idee das ganze in einem fokus geht zu realisieren aber den plan muss ich relativ schnell verwerfen irgendwann war ja klar dass der moment dass der moment des kandalfs kommt das jahr des kandalfs wird auch nächstes jahr noch fortgesetzt scharniere wieder dran getüttelt kandalfs bullauge kandalfs denn sein müssen wir können das natürlich mal nachher mal ausprobieren wird ja wahrscheinlich ein molex hauptstrom haben der ein und ausschalter da ob das noch leuchtet jetzt ist jetzt die gewichtsverteilung sehr ausgewogen immer noch kein leichtes gehäuse weil es halt auch schon eine gewisse größe hat klar aber gewichtsverteilung auf jeden fall besser hinten ist ein north q luft da drin ein 92er das hier ist ein originaler thermal take tt 90 25a beverly hills bis die platten drin sind aber das ist ja gut drei platten vorne drei platten hinten drei platten unten hört sich wie ein fairer deal an 90 210 ja genau 90 25a so viel müll guck mal gelbes sata kabel das hier ist der hecklüfter der wahrscheinlich auch blau leuchtet der vielleicht original drin war dann hat der hier noch hat der noch extra einen impulsgeber für die umdrehung also die kabel sind dünn aber lang und nervig wir haben hier noch einen schönen sata adapter lieber drei platten im gehäuse als im auto hier sind auch alles schräubchen und so ich hatte ja damals glaube ich auch das innenleben dann hier ausgebaut er mir glaube ich seinen alten rechner einfach vermacht ich weiß nicht mehr was an komponenten drin steckte ehrlich gesagt ich glaube es waren die fünf und so eine heizplatte so eine 480er oder sowas jetzt müsste der query dann nochmal sagen was er damals drin hatte wenn er es noch weiß das ding bekommt hier unten auch irgendwo strom hier ist glaube ich noch ein stromkabel ah da ist der molex für das bling bling für eine und dann noch irgendwie so ein speaker kabel ist ja auch noch drum gewickelt mozart ja orange ja das war lange zeit eine farbe von thermal take ja das ding ist doch hier einfach nur reingeklebt oder aber super aggressiv super aggressiver megakleber dann haben wir im dach haben wir hier unser 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 top panel mit audio usb und feier war ja mit isoprop nach nach helfen und da zu lösen dann haben wir hier natürlich ganze power led hd led power switch reset switch alles tuto kompletto war ja schon eine geile schnittstelle also da musste sich usb ja erstmal dreimal umdrehen bevor usb da irgendwie mit kam und hier oben ist noch so eine so ein barcode drauf der ist bestimmt von einer lan party würde ich behaupten das garantiert von einer lan party ah ja hier ist hier ist auch hier ist auch case open taster ne dann schlägt das ding alarm wenn das gehäuse offen ist wenn man den alarm im bios gesetzt hat alles thermal take hat einfach alles gemacht hauptsache man hat viel rum zu futteln und anzuschließen das hat halt also damals haben wir halt als ich dann computer gebaut habe im computerladen so zur chief take zeit und thermal take zeit die xaser gehäuse und so die xaser die haben so aufgehalten die hatten ja dann die hatten ja dann so eine extra tür hier mit 200 mit 220er lüftern oder so vor den ganzen komponenten eine extra tür und das war alles mit molex das war immer ein das war einfach amok genau case intrusion wie viele löcher hier im boden sind guck mal die sind schon vorgebohrt warum warum ist das ding unten schweizer käse ich meine wahrscheinlich perfekt für unsere halterung vielleicht finden wir schon zwei löcher dass wir einfach nur schrauben durchjagen müssen wahnsinn oh hier vorne ist auch irgendwas äh vorne ist ein papstlüfter drin offensichtlich weil das ist hier wasserauslass vorne ist ein papstlüfter drin ein guter altehrwürdiger äh das klebeband so ein bisschen nutze Tesa eco 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 logo eco eco ich glaube das findet man tatsächlich unter Tesa eco Tesa eco gewebeband gewichtsoptimierung deshalb haben die da unten was weg gemacht es muss die gewebeband sein glaube ich ansonsten muss ich in meiner beihistorie mal gucken äh da ist der alkohol da ist der alkohol friss ich mach mal das Fenster auf ah hier ist das eine Scharnier noch das müssen wir anschrauben wieder theoretisch kann man die Dinger ja echt zerlegen ne ja ja genau eco repair das ist das ja 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 hat auch ein black friday Angebot das ist echt praktisch huppala also aus der Tür da kannst du dir ja easy so keine ahnung vier fünf äh Spannungswandler Kühler bauen grüß ich mystery ich will gerade statt meinen sechs platten eine große holen und auf drei reduzieren Preis sind etwas höher als gedacht bei 18 terabyte Ja, sehr stabil, was das angeht. Falsch wo montiert, egal. Irgendwo eine Schraube fehlt noch, ist sie mir runtergefallen, dann wäre es eine Bastelnacht, ne? Keine Ahnung. Ich glaube der Magnet war ursprünglich woanders, hier ist eigentlich so eine Schraube drin. Und der Magnet musste ursprünglich woanders gesessen haben. Das hat hier in sich ja auch bisschen Spiel, ne? So lustig ist. Hier sind auch schon Schrauben rausgeflogen. Hier waren ursprünglich wahrscheinlich auch mal mehr Schrauben drin. Darum ist das nicht mehr stabil. Servus Tobias. Ne, hier kommt tendenziell eher ein Backup-Rechner rein. So, hier haben wir dann den Festplattenkäfig, den kann man auch entfernen. Aber hier vorne müssen wir mal was unterschieben. Mein Gott, Walter. Mein Gott, Walter. Mein Gott, Walter. Das ist doch so Bitumen-Scheiße. Das alte Klebepad. Das alte Klebepad möchte aus dem Smörland abgeholt werden. Stört mich nicht weiter. Das Amor war Airfloor-Variante von Kandalf. Der hatte nur zwei Aluminium-Ecken, um seitlich wegzuklappen. Ah, okay. Kein Bild, kein Aceton, wir kommen schon. So, haben wir hier noch. Ein paar Tücher habe ich. Ein paar Tücher. Aber ich habe ja auch, ich habe ja auch Alzwick Feuchttücher, die nicht mehr feucht sind. Auch Klassiker. Ah, ist kein High-End XP-Monster. Skandal. Ja. Der hat das losgezogen, weil er Festplatten aufnehmen kann. Ich aber, ich muss ehrlich sein, ich habe mich eigentlich das Ding schon wegwerfen sehen. Ich dachte, man den wüsste eh nie benutzen. Und auf einmal, wie aus heiterem Himmel, haben wir ein Einsatzgebiet dafür. Ja, den muss man selbst befeuchten so. Die Finger sind ja eh schon trocken genug im Moment. Alles kaputt. Out of nowhere. Einsatzgebiet. So. Genau. Der hier ist einmal befestigt, ne? Was kommt denn hier zur Seite weg? Ah, das ist so ein Aluminium-Rahmenlüfter. Wild! Das war eine wilde Zeit. Ich sage es euch. Nur, du sollst nicht mitkommen eigentlich, oder doch? Wir wissen es nicht so genau. Und ihr seht wieder nichts. Regie! Ich weiß nicht, ob die Beleuchtung geht, keine Ahnung. So. Der hat ja nicht das Kabel hier oben langgelegt. What the fuck? Why? Das ist doch genietet hier oben. Wie einfach so ein Stabilitätsblech eingebaut ist. Ein bisschen Blech ist noch drin, damit das stabil ist überhaupt. Guck mal hier. Das ist ein Lüfter. Der hat einen ficking Aluminium-Rahmen. Nord-Q. Ball-Bearing. 1,08 Watt. Auch einen schönen ersten Advent. Und das Ding ist da einfach hinten reingeklipst, ne? Der ist mal stabil, ne? Und 3 Pin. Kann man vielleicht sogar weiter benutzen. Sebi! Hab eine erholsame! Ja, Retro-Scorp. Ist Aluminium-Rahmen. Ja, definitiv. Ist das Aluminium? Ja. Hätte sich den Alphacool-Skandal sparen können. Hätte sich den Alphacool-Skandal sparen können. Hätte sich den Alphacool-Skandal sparen können. Das haben wir doch früher schon gehabt. Vor dem Krieg. Jetzt fallen meine Hände auseinander. Die Gründengewerkschaft! Welches Gehäuse für eine 360er Ayo? Oh, 360er Ayo. Braucht schon viel Platz, ja? Im Dach. Puh! Nicht mehr als 100 Euro. Das ist ne gute Frage, Mann! Was ist auf dem C-Fall und da weißt du... Wiegt nix, der Festplattenschacht! Oh, wie der glänzt! Dach oder Fronteinbau? Immer Dach! Immer Dach! Front ist not an option! Und dann kommt er dann hier oben so rein. Und wird dann da wieder fixiert mit einer Schraube. Und dahinter dann das Netzteil. Hochkant. Das Netzteil hat ja einen 120er Lüfter. Der kann dann auch nochmal Luft da wieder wegziehen. Dann könnte man mit dem Hecklüfter theoretisch sogar Luft ansaugen. Dann wird man direkt Frischluft über die Festplatten scheffeln. Ist dann wahrscheinlich für die Kühlung effizienter. Ne, ist schon lustig mit Aluminium zu arbeiten. Weil das ganze Gehäuse wird dann immer zum Kühlblock, ne? Stauwärme aus Aluminium Cases rausgekriegen ist halt echt kompliziert. Weil das so gut die Wärme speichert so. So, wie ist das mit ihm hier? Auch reingeklipst einfach, ne? Ich hoffe, der Kunststoff spielt mit. Das muss wahrscheinlich der originale Frontlüfter sein. Eieieieieieieieieieieieieieiei eieieieieieieie Das kann man hier auch entfernen, ne? So, ich sehe schon. Nicht zerstören Cricky. Man kann die ganze Heckpartie auch abnehmen Man kann den ganzen Mainboard-Tray entnehmen Dann können wir den sauber machen Schwengeldengel Schwengeldengel Einfach wieder geil hier Dei Freak, stank dir Der Nachtspeicher PC Come on Jetzt kommt gleich hier der Testbench raus Nur auf der Seite fixiert? Nur hinten fixiert? Was sind das hier für Nasen? Das ist nur die Rückseite Schönen Lüfter hier Ah, das ist nur die Rückseite Dieser Kunststoff-Rahmen, ne? Vor allem, wenn der Kunststoff schon so alt ist Dann Der ist halt kein Vergleich mit Chief-Tech-Qualität aus der Zeit, ne? Nicht ansatzweise Wupp, wupp Dankeschön, Soulflyer Oh yeah Heute versteckte Bastelnacht Cyprus Neo Yodalay Dankeschön Putzen Sie mal Ich könnte ja die rechte Seite auch abmachen Dann sieht man mich vielleicht häufiger Ah ja Da sieht man hier oben sind halt auch quasi Aufnahmen dafür Kann man das umdrehen oder wie? Schwengeldengel Das war dann Das musste man ein anderes Element kaufen, um es dann auszutauschen, ne? Bios Reset hat leider nichts gebracht Wo ist Walter? Chris machen Sachen Danke für 13 Yay Weißt du, du hast da nichts gebracht? Was meinst du, was mit der Bios-Batterie ist? Wie geht's dir? Ja, ich hab BTX-Umbau-Set, ja Dann kann man das auf den Kopf stellen Komm mal raus Ich will dich einmal Ich krieg den Halter nicht raus Jetzt Kurzum Kurzum Exitus Ab in die Wasserschale Ab in die Wasserschale Ja, dann ATX-Netzteil hier hinten hochkant Genau Ja, okay Ja, vom Konzept her würde es wohl gehen, ne? Vorne ein bisschen sauber machen Und rein theoretisch Könnte man vielleicht auch Den Anoxia-Schacht dann auch hier vorne rein Buxieren Und dann Könnte man per Kabelbinder an Kabelbinder noch einen 120er-Lüfter drunter hängen Ja, umdringen geht nicht Aber es gab es halt als Upgrade-Kit Gab es eine neue Rückblende quasi für BTX-Umbau Die anders, die dann auf links gedreht war Schön waschi waschi machen Aluminium ist halt tendenziell auch scharfkantiger als Stahl Dass es auch so schön entgratet ist Wenn du den 27X einbaust, funktioniert alles Nur mit der neuen startet er immer wieder neu Aber in der neuen sind alle Pins da Und alle Pins gerade, ja? So, wir könnten theoretisch den Schnellclipser hier auch mal waschen Müssen wir aber nicht Können wir noch abpinseln Ich frage mich, wie er seine Grafikkarte damals fixiert hat Weil bei der Grafikkarte sind die beiden Schnellclipser weg Schön waschi waschi machen Schön waschi machen Durch das silberne Case Weißabgleich ist im Urlaub Ich brauche nichts Wirklich Ich frage mich, wie ist das Film Ich trage mich, wie ich könnte Ich frage mich, wie ich frage mich, die beiden Und ich finde jeden Moment Und wirJulie Wirklich Ich fand die Farben gerade nicht in Ordnung. Darum hätte ich Weißer gleich. Ich fand meine Hautfarbe gerade komisch, aber jetzt geht's wieder. So, wie nehmen wir das Seitenteil hier ab? Schönen ersten auch an dich, Irre. Big Graphics News für den 3. Dezember, Intel bestätigt. Intel bedenkt mich nicht, das ist alles so unfair, das Leben. Schon wieder Geld ausgeben. Aber gut, wenn Raph auch nichts da hat. Ambassador! Das ist Kandalf, ja. Das ist der Kandalf. Kandalf ohne Frontblende. Damit er nicht so kopflastig ist. Kandalf der Silber. Alle Füße sind da dran, alles die Füße. Am Netzteil, eigentlich ist der 2.7x auf jeden Fall stromhungriger als dein 5.9x. Das Einzige, was mir pauschal einfallen würde, dass du nochmal deinen 2.7x draufziehst und mal die aktuellste ASRock RGB Software installierst. Das Polychrom RGB von der Website von ASRock und die RGB Software mal startest. Vielleicht sind irgendwelche Bereiche im BIOS dann nicht ganz auf dem aktuellen Stand und deshalb gibt es Trubel mit dem 5er. Hört sich banal an, aber die RGB-Firmenware updatet halt auch eine Firmware. Also wären Black Friday so richtig, ja, ich habe einiges gekauft, aber jetzt nicht explizit, weil Black Friday war also. Das ist noch eine Schieftech-Blende hier in einer coolen Farbe, in so einem dunkelweinrot. Au! Hi RS Germany! Irgendwie habe ich Durst. Prost! Ah, very good. Schöne Stifte hier. Jetzt können wir die Front auch einfacher abnehmen, oder? Die war ja auch verschraubt, ne? Stimmt, die Front ist auch verschraubt. Vintage Case, Vintage Case. Ja, das Gehäuse muss herhalten, weil es für Festplatten Platz bietet. Dafür bietet es sich gerade an. Also den bauen wir auch auf. Kleipack. So. Einen kleinen Grund möchte ich halt drin haben, bevor ich da, bevor ich da neue Klamotten rein ins Zimmer. für das eigene Gewissen. Fürs eigene Gewissen. Hier vorne muss ich irgendwo noch einen Speaker verstecken, hier unten. Da sind drei, hier oben sind auch drei. Hier haben wir auch noch den Dreierkäfig. Und äh, dann habe ich hier noch vier. Und das müssen wir mal gucken, wie wir das platzieren. Wir das hier noch vor das Board kriegen, oder halt hier vorne reinschieben. Wahrscheinlich hier vorne rein, macht am meisten Sinn. Wahrscheinlich an der Zubehörbox unten dran, das könnte sein, ja. Und dann können wir einen 120er, können wir mit Kabelbindern womöglich einfach noch einen 120er hängen, oder so. Müssen wir mal gucken. So wird ein Schuh draußen. Müssen wir die Front erstmal abnehmen. Dann kommen wir da auch schöner dran. Ich meine, Thermaltake hat schon einen krassen Aufwand geschoben. Diese ganzen Kunststoffhalter. Da sind auch jeweils noch zwei Schrauben drin und all so Scherze. Das ist schon viel. Also am Fließband ist da schon viel passiert. Das ist auch schön. auf der anderen seite bestimmt auch, gell? na klar an einem lauten klack geräusch hören sie, dass die nie gelöst wurden ich habe mir noch so eine controller karte bei aliexpress geschossen, also das board selber hat sechs sata ports und dann habe ich noch sondern vier xbc express kärtchen mit sechs ports wie viel das netzteil hat weiß ich jetzt aus dem kopf gar nicht ich glaube immer acht reine kämen wir schon gut und hier noch was übersehen ist da oben noch eine grüß dich Tomek, komm raus jetzt huwe soldier hilfe ich meine klar, dass das eine element ist hier auch noch drin, aber warum kommt das hier einfach mit? komm mit! ach deswegen hier, in dem kunststoffhalter der kunststoffhalter ach finally aí ist ein magneter drin, zwei stück? mein hemd sieht aus jetzt zieh mal die Schochen an, sonst haste nasse Füße gleich so schauen wir mal, ah ne da unten ist der Speaker, da unten ist der Pinöpel, ein kleiner Piezo die Zubürrbox hier, ein paar Titte Zubürrbox, das kannst du auch ganz einfach rumdubsen wir müssen uns doch vorher bei einem Board was für den Kühler überlegen, weil der schöne schöne Thermal-Ride, zwei Höheneinheiten, ist in dem Gehäuse natürlich einfach fehl am Platz Werbung beginnt in Kürze, guter alter Papst, in der Tat, ja ist richtig seinen kleinen Werbeblock, den wir einschieben wer euch da jetzt ereilt, ihr verpasst nicht viel, ich putze hier nur der Papst kann es ja noch gut tun, oder? Theoretisch, ist halt nur Dreipin, ich weiß nicht wie dem Leo das schmeckt so der Schacht ist extra verschraubt, mit vier Schrauben leck mich in der Tasche die Zubürrbox, wenn wir dann hier dann prüllen, das bleibt so der陽lich, der Schlagg, der Schlagg, der Schlagg. Diese Stabilitärеру ich bin, die Zubürrbox, der Schlagg, der Schlagg, der Schlagg, der Schlagg, der Schlagg Die Gärggeiztein ist richtig, es geht nicht gut. Er ist richtig, es ist genau Para dass sich unsere Seite in жизнь ausgleichen, Der Schaft! Kandalf! Kandalf der Silberne! Kandalf die Wahrheit sein! Sind das Cola-Flecken oder freust du dich nur mich zu sehen? Geiler Film, hast du den gesehen? Die Herr-der-Ringe Trilogie? Shishatat! Noch zum letzten Teil sind wir auch in die große Nacht gegangen, wo alle drei nacheinander liefen. Der Schacht! Achso, ne. Den habe ich leider nicht gesehen. Das ist das, wo sie sich rausgebuddelt haben. Geile Schrauben, ey! IBM-Papst, hier. Leo 5x System Fair mit 4 PIN. Also kein 3 PIN Support oder was? Der dann 100 Stockwerke abwerkt und die Gefangenen müssen sich das einteilen, damit auch im untersten Stock was zu essen kriegen. Aber du kennst ja Menschen. Okay, nice. Kennt ihr das Experiment mit Moritz Bleibtreu? Netflix, ja Netflix habe ich nicht. Netflix ich nicht habe. Netflix Netflix Hahahaha Cool gebaut. 4-Pint-Buchsen sind komplett belegt. Ich überlege gerade, ob wir den alten Film von meinem Arbeitskollegen verwenden. Vielleicht den 5-5er verbauen oder so. Der sollte ja auch supported werden oder sollte ein bisschen weniger gefräßig sein als der 5-8X. Seite 18-19. Ich wollte es doch hier rüber schieben. Ja, ohne PWM-Signal halt. Ich wollte es ja rüber schieben. Ich musste auch hier rüber schieben. Ichuche hier rüber schieben. Ich schlage hier rüber. Ich schlage das mal an. Fritzbox KI-Bot, der braucht keinen Schlaf. Das war der krasseste Traum, den du jemals hattest. Gehört nicht hier hin. Aber ich habe die Nacht jetzt geträumt, ich hätte dem Raphael Fötter eine Lobes-E-Mail geschrieben für sein ARC-Preview-Video. Und im Moment habe ich immer wieder wiederkehrend den Aufenthalt in irgendwelchen Räumlichkeiten. Das sind mehrere Räume, wo wir als Familie gefühlt zum Urlaub da sind. Und dann spielt sich das immer gleich ab, dass es da dann so Räumlichkeiten gibt. Es gibt überall Rechner, es gibt überall Rechner auf jeden Fall. Und ich bin mir dann nie sicher, ob wir auch wirklich alle Räumlichkeiten angemietet haben oder nicht. Und dann gibt es immer diesen einen komischen Raum, wo ich dann auch nicht weiß. Und dann gehe ich dann immer rein und dann guckst du dich immer um und dann hört es immer wieder auf. Aber das ist nonstes Wiederkehren seit Ewigkeiten jetzt schon so. Jetzt vorher erst noch, wo ich es noch so kurz gedöst habe, bevor ich in die Sendung bin, kam das auch schon wieder. Das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, was mir mein Unterbewusstsein damit sagen will. Gibst du einen Quadratmeter Folie abziehen? Denkst du die Rechner stehen für irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube diese Räumlichkeiten so. Immer diese Ungewissheit. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich angemietet? Darf ich jetzt hier eigentlich sein? Das ist so... Der Turnus, der die ganze Zeit mitschwimmt so. Hab ich jetzt hier was zu suchen? Das ist etwas merkwürdig. Das ist mir hier rein. Das ist mir hier rein. Ja, da dürften wir rein. Wir haben hier oben. Die Platten. Hätten wir unten Platz ohne Ende. Zu viele PCs, zu wenig Urlaub. Ja, es ist sehr einseitig. Mein Konsum. Ich sollte mehr zocken können. Davon träume ich zumindest. Passt noch mal eine Menge Festplatten rein. Ja, rein theoretisch schon. Wenn man noch mehr Schächte davon hätte, ja. rein theoretisch geht hier auf der anderen Seite dann auch eine Verschraubung für... Für den Schacht. Ah, der funktioniert hier quasi nicht. Weil ich kann hier Festplatte nicht verschrauben. Nein! Es sei denn, Festplatte ist vorher schon drin. Kommando zurück! Kommando zurück! ... Okay. ... 76 x 3d so wenn man unbedingt neuen rechner auf am 5 bauen will ich glaube das ist eine empfehlenswerte zock cpu was man so an tests gesehen hat das ist halt aktuell der der noch einigermaßen verfügbar ist das ist halt der vorteil also erst festplatte hier rein ein paar flecken haben wir hier sind so ecken da kommst du schlecht dran und vielleicht mit q-tips genau ja was für den monck diese sammelte staubwerke oder so das sauber haben will dann was anderes machen der zweite atx 12 volt er muss nicht drin sein der erste reicht eigentlich hast du die cpu neu gekauft das ist ein box box cpu gewesen nicht dass du wirklich pech gehabt hast irgendwie mit der cpu oder so soviel kann man da nicht falsch machen hast du deine rgb firmware mal geupdatet die auf dem aktuellen stand maxi stream auch ein 6 tera soll ich auf jeden fall mit drin case festplatte ja unter anderem ja wenn die 6 tera die habe ich jetzt hier außen aus dem ding uns geholt aus dem wohnzimmer pc software auch aktuell und er hat auch ein update gemacht quasi ja ok ja das ist eigentlich kein hexenwerk also wenn du jetzt weiß ich mich einsetzen kannst und du hast das aktuelle bios drauf du hast ein bios reset gemacht außer jetzt pauschal wirklich zu sagen hey holo nochmal also das einzige was mir noch in sinn käme check mal bei den ssds ob die ob die vielleicht ein firmware update haben oder sowas nvme laufwerke weil es gab es gab es gab diesen diesen switch also was ich also zum einen finde es kurie also also eine kuriosität möchte ich gerade anmerken dass du ein x570 board hast und das bei dir ein 27x lief das ist spannend weil auf vielen x570 boards liefen die cpus gar nicht mehr aber ok damals mit ryzen 3000 launch gab es halt vermehrt mit 3000 horizons gab es probleme mit nvmes und nicht dass einfach irgendwie du noch eine ssd oder nvme ssd drin hast die noch eine alte firmware hat die das ganze system zum blockieren bringt beim start dann also entweder das mal checken ob es da ssd tool software gibt und du da die firmware von der nvme updaten kannst bzw die laufwerke mal testweise weglassen das wäre so eine idee meinerseits so 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 eine lange geburt hier 8 tb da kommen die alle da hin 8 tb hier waren nur 2 glaube ich aber mein Gott 2er 8 8 8 8 8 4 1 4 2, 2, 4 und Nudeln Jaja wenn du Festplatten aber abkennst dann solltest du auf jeden Fall ins Bayerhaus kommen Ja gut aber ohne ohne Grafikkarte starten ist ja Quatsch also das kann er hat die CPU hat ja keine integrierte Grafik so haben wir hier noch eine 4 tb dann haben wir jetzt hier 6 und 2 x 4 sind dann schon mal 12 Captain Skyhawk Sollte kein Bootloop geben das stimmt ja Sollte kein Bootloop geben das stimmt ja Er sollte irgendwann die Initialisierung durch haben und dann halt durch starten Ich glaube das X75 Steel Legend hat keine Diagnostik Anzeige oder? Sollte Jetzt ist er schon schwer hier so hier zwei 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 drei drei So, Papst beibehalten oder in Arktik davor klatschen? Was der Papst macht? Papst ist ein bisschen schwach vielleicht. Adieu! Danke dir! Danke für fünf Geschenk-Subs! Da dürfen sich freuen The Silver, Daniel Rotwind, Japsen, HZH Bandit und The Beaver Butze Man. Paddock einbauen. Paddock Cooling. So ein geiles Sandwich hier, guck mal. Apropos, habe ich nicht so einen Schacht für 5,25 Zoll mal gehabt? SSD-Firmware, Cracky, hast du auch Lexa MVME? Wenn ja, kannst du mir einen Tipp geben, mit Lexa Disc Master kannst du die Firmware aktualisieren, nicht das SSD-Tool nehmen, was ganz wichtig ist, nur unter Windows 10 benutzen. Unter 11 kommt es nur zu Fehlern oder die Firma wird einfach nicht installiert. Unter 10 läuft das alles gut, falls ich mal heransetzen möchte. Ich habe tatsächlich, glaube ich, selber keine Lexa im Einsatz. Ich versuche es zu speichern. Hebe erstmal den Server hoch. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Schiebe den Schacht mal rein. Dann können wir immer noch gucken wegen Lüfter, ne? Genau. So. Ja, Thermaltake Kandyles. Aluminium Trümmer. Das ist ja mal ein großer Müll, dass es unter elf nicht geht. Anipaper. Dankeschön Anipaper für Prime, danke. Friss sie mit. Ist das so sinnvoll, die Platten hier schon reinzunehmen, bevor ich an dem Gehäuse umgebohrt habe? Relativ, ne? Aber vielleicht können wir die Schächte auch einfach mit was anderem fixieren. Hier unten ist der Speaker, ne? Aber der Speaker muss ja nicht da sein. Ich könnte auch weiter hinten reingehen. Zwei Schrauben durch. Mal gucken, ob das passt. Nach hinten raus besser, ne? Hier könnte man durchgehen, hier könnte man mit Kabelbindern noch was machen. Auf zwei Etagen. Der 3D-Drucker nützt dir halt nichts, wenn du nicht 3D mobilieren kannst, ne? Das ist halt so. Da muss man ja genau messen und so, das war nie meine Stärke. Prost. Prost. Prost nochmal. Prost. 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 9,5 Turn around please wir müssen auf jeden fall ein loch noch bohren ist klar dass in der mittelflucht sind ja ja wäre einfacher wenn ich nur die platte in der hand hat wo bist du hingestürzt abgestürzt besser als tee der kontrast ist so scheiße so Wie kann ich mir denn da behelfen, wenn ich das sehe? Ja, der wird richtig schön rumpeln, wenn die Exos Party machen. Das ist ein kleineser Dance. Ja, das ist, das ist sehr wichtig. Vielen Dank. Da ist er. So das hier, okay. Dann muss ich mir hier quasi noch eins bohren. Dann würde der hier sitzen. Schub, 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 schub. Das ist schon relativ weit drin, ne? Dann kommen lieber Speaker raus. Speaker oder hast du da nichts mehr zu suchen? Dann nehmen wir hier die zweite, zweite Reihe. 9,5er. So, würde ich sagen, passt ganz gut. Ist mir quasi da. Da, ein Löchlein bohren! Oh, wie schön um die Uhrzeit! Hehehehe. Okay. 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 Aha. Okay. So. Können wir noch als Nudelsieb verwenden. Alles cool, Skippy. Alles gut. So. Familie, mal kurz weghören. So. 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 größer ist okay beste beste zeit knurro definitiv silent hammer von der unterseite wohl am besten ein bisschen klebewand kleben dagegen kleben ein loch oder ein langen loch ich kann nicht ob das da doch aluminium ist aber weich das war ja einfach was soll wohl hinkommen Vögelchen zwitschern das war wohl eher ich oder man kann auch ohne können bohren danke alle gemein immer gemein sind sie wisst ihr noch wisst ihr noch als ich als ich mit mit schlag versucht habe ein kunststoffen loch zu machen bei dem einen retro case so jetzt brauche ich hier aber schrauben die in die sich in des dingen arbeiten da random screws so lange zu lang zu lang zu lange könnte gut sein könnte gut sein könnte aber etwas kurz sein so mittel lang ne ein bisschen länger dürfen die schon haben ach Gott du kannst nichts aufheben das ist so rutschig die sind ein bisschen zu lang zu lang ist so dick ist das blech hier nicht okay ich ihr könnt sein er meinte ohne körnen ach so ich habe gerade was gesehen jetzt habe ich es verloren vielleicht habe ich auch dünne spaxi packen nicht zu groß sind hier die könnte noch gehen was sollte der kunststoff ab können hier waren wir denn noch mal ganz außen spax mal fest das ding lieben ich muss ja im kunststoff schrauben das ding dann irgendwie eine einbaurichtung für den für die schächte hat es so zwar darauf natürlich achten ich hätte gerne die ausgabe nach innen quasi so also quasi so das klebeband drauf wir müssen ja nichts mehr sehen es ist halt kunststoff sie vielleicht auch zu lang was soll ich jetzt sagen Ah, da, 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 da. Ich guck mal, ob ich noch kürzere hab, Runterlegscheibe könnt ihr auch noch drunter packen. Ah, ich hab noch 1,2er, die sind besser. Sind die jetzt dicker? Ne, sind beides 4er. Wir gucken mal, was haben wir noch, 4,20, zu lang, 4,12, und Unterlegscheiben. Ich hab volles Vertrauen in die Qualität von Nanoxia. Schon wieder Werbe-Break? Schon wieder soweit? Bleibt in die Zeit heute. Wild. Dann warten wir noch einen Moment. Ich finde eigentlich die Dicke der Schrauben genau richtig. Cracky ist heute versteckt. Kuckuck! Die wilde Position, wo der die Abstandshalter drin gehabt hat. Bei dir ist schon durch, die Werbung. Die Anzeige läuft noch. Danke, danke, danke. Spaxen Sie mal. Wenn sich noch mehr Leute melden, die gerade noch Werbung sehen, dann screwen. Wir screwen. RGB-Schrauben sind eine Marktlücke. Wir gucken mal. Das passt von der Perspektive nicht. Stativ ist zu hoch. Wir gucken mal. ... Musik ... wunderbar nichts mehr machen aber wenn du schon auf 563 bist dann ist ja alles richtig festplatten drin unser schacht dann können wir den der seite hier hinein schieben nein mit der seite kollidieren hier drin das ist der firma take kandalf das problem wird sein jz wird den vogel zeigen wenn du das board nicht bei ihm gekauft hast was ich auch verstehen kann muss das update eben wieder mit der 3000er drin machen oder mit bios flashback steht bei der bayers version drunter also bist du bist du noch nicht auf version 563 oder was ich dachte ist 563 drauf gebügelt dann können wir hier theoretisch noch kabelbinder durchjagen hier noch mal extra fixieren ist gut das hat er mit der falschen cpu gemacht ja gut aber es läuft dann mit dem 27er noch oder nicht hast du hast du das brücken bios übersprungen oder wie aber das geht eigentlich nicht so x570 stil legend dein weg um auf dieses bios zu kommen das auf und update the BIOS with Matisse CPU. Whaaaaat? Steps to update Ryzen 5000 supported BIOS Steps to update the supported BIOS with Vermeer USB Flash Drive a tool to update BIOS. BIOS-ROM file download only use BIOS version to also support secure and CPU simply use the latest BIOS version. Copy contents. Man soll dann von dem Flash, also man soll dann von dem Stick booten. Und dann muss man so das BIOS-Update machen. Aber ob das was ändert? Uff, ey. Da ist es wild. Das ist ja ein scheiß Way. Aber offiziell wurden ja eigentlich diese CPUs nicht unterstützt, ne? Ich meine, hier stehen sie drin, ja. Es ist wild, dass sie den Support reingeballert haben. Aber dass du dann keinen Upgrade-Fad machen kannst. Das ist immer super ätzend, ey. Um auf die 5000er zu kommen. Ich meine, hier ist ein Way to go, wie man es machen kann. Aber es ist halt schon reichlich kompliziert. Womöglich machen kann. Ich meine, du kannst JZ mal schreiben. Ich kann JZ aber auch mal anhauen. Hat das Board denn BIOS-Flashback? Nee, hat's nicht. Asok Board halt. Das hat kein BIOS-Flashback. Dies hat kein BIOS-Flashback leider, das Ding. Also ich, äh, im Handbuch. Aber es fährt sein Nord, das kann BIOS-Flashback. Weil, der wäre markiert, der, 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 der Port. Im Zweifelsfall sieht man es hier auch. Also ich kann gerne mal Montag bei JZ einfach mal nachfragen, wie, wie das ist. Wenn man einen 2000er hat und man möchte auf einen 5000er gehen. Ob es eine Möglichkeit gibt. Außer, dass man das BIOS-Update mit einem 3000er drin macht. Ähm. Das ist, das hat kein Flashback. Ja, das ist halt End of Life. Das gibt's ja nicht mehr. Amazon wird nochmal irgendwo was aufgegabelt haben. Äh. Äh. Alternativ schickst du's mir rüber und ich mach den Flash mit dem 3000er. Ha, 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 ha. Und dann schicken und dann flash ich dir das. Das wäre, das wäre eine Idee, oder? Und dann gucken wir, dass dein 559er darauf startet. Aber ich weiß nicht, wenn du einen Rechner aufgebaut hast, dann ist das kein Problem für dich ein Board auszubauen. Das gescheit zu verpacken. Das kann man von mir aus machen. Aber ich kann auch erst mal Montag bei JZ direkt mal anfragen, wie das Prozedere da ist. Ob das vielleicht mit diesem EFI-Stick geht. Es gibt eine Anleitung bei ASRock, aber keine Ahnung, ob das hilft. Die Anleitung haben wir ja gerade gesehen, wo man sich dann quasi diesen USB-Bootstick macht. Dann lädt man das aktuellste BIOS-File runter, was du ja auch schon gemacht hast. Das packt man dann auf dem Bootstick drauf. Und dann müsstest du halt von dem Bootstick starten. mit deinem 2.7x. Und dann machst du nochmal den Flash über diesen EFI-Boot. Vielleicht ist der dann effizienter. Dann sollte er theoretisch im Anschluss kein Bild mehr mit dem 2.7er machen wahrscheinlich. Und dann hoffentlich der Fünfer laufen. Kannst du nochmal probieren. Dass du es nach der Anleitung machst. Aber sonst verstehe ich das schon. Wahrscheinlich funktioniert das Update dann nicht ganz. und er spielt nicht die neuen Micro-Codes rein. Dass das dann funktioniert. So rein theoretisch gesprochen. So. Die Schrauben nochmal funktioniert hier. Das ist schon mal gut. Auch. Mal siehst du. Wieder was Neues. Man lernt nicht aus. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit X570 Mail-Bots gesammelt. Aua. Also nicht von ASRock. Da habe ich tatsächlich immer nur das Taichi. Oh hier sind ja noch zwei Schrauben. Wenn die rausgefallen. Ja. Also ASRock hat er ja da so eine Sipp die man sich runter lädt. Ne. Wenn man den mit Rufus machen muss. Kann sein. Gute Nacht an alle die ins Bett hüpfen. Gute Nacht an alle die ins Bett hüpfen. Das einzige was ich mir vorstellen könnte. Dass er dann so nur partiell ein BIOS-Update gemacht hat. Und deshalb sagt er zwar die Version war drauf. Aber das Support für die CPU ist gar nicht da. Gute Nacht an alle die ins Bett hüpfen. Dankeschön für den Follow. Ich habe echt Angst mit dem ganzen Klimbim hier mit dem Aluminium. Dann kann man diesen SMU-Checker quasi auch auf das bestehende System anwenden. Dass man sieht welchen Support man gerade hat. Oder kann er nur quasi BIOS-Dateien auslesen. Dann könnte das natürlich... Ist das der Bromi? Jo. Moinsen. Ich versuche mal eine Backup Möhre zu bauen. Ah, diese beiden BIOS-Dateien aus. Ja, okay. Aber man könnte nur checken, ob in der aktuellsten BIOS-Datei der Support ist. Was ist das? Was ist das? Pinnacle Ridge raus ist, ne? Was ist das? Pinnacle Ridge raus ist, ne? Das ist für mich, für mich. sometimes I'm building computers for other people friends of mine which I know personally good so there's a place for 3, 6, 10, 10 plates that's that might be a backup NAS for all my data that's the plan for it so that board geht natürlich bis hier da wäre das dick front audio top usb grüß dich kriegs her viel spaß dabei ich brauche noch mal Wasser hi Sven mal eine Frage wenn ich ein spieler ein i7 haben will wenn ich ein i5 der 13 generation habe der besser ist als der i7 wirst du doch das spiel bei mir laufen oder das kommt natürlich ganz darauf an aber theoretisch sollte das wahrscheinlich kein hindernis sein weil die spezifikation haben sich auch geändert der i5 hat ja mit der zeit auch mehr kerne bekommen und so aber aller wahrscheinlichkeit nach sollte das rennen ja ja multiple backups ja da werde ich mich dann da wird sich da noch zukunfts crackly mit befassen erstmal wird es einfach nur einseitig sein dass ich die daten mal auf einen anderen rechner geschoben kriege dann kommt die heiße phase wo ich dann vielleicht mein bisheriges NAS umbauer auf zfs also da dann einmal alles platt mache dann kommen die daten wieder zurück mein zusammen war heute dragon quest 3 hd remake angefangen kann es jedem jrpg fans ans herz legen wunderschön wachs wie sie vermelt er kann das kann ich auch jedem bastel verrückten ans herz so viele schrauben so viel kunststoff so viel aluminium ja und was läuft beim spiel denn nicht sagt das spiel oder hast du das spiel noch gar nicht gekauft welches spiel handelt es sich denn was sind die konkreten sachen so was wäre langsam aber sicher so ein bord wäre ganz praktisch das bord müsste auch noch anders gekühlt werden dann wäre das bord quasi bis hier von der flucht her wo bis hier ne könnte doch gut passen weil das unterstützt ja auch eher ATX das case ist ja ganz schön lang aber schlecht nicht schlecht gar nicht so schlimm wir bauen in im middel of the night ähm family life und meine meine viewers sind so an wants Industrie-Gigant 4.0, Mindestanforderungen, Core i7-8700K und Ryzen 5. Ja, okay. Das ist ja auch schon lustig. Ein i7-8700K ist ein Sechskerner und Ryzen 5 ist auch ein Sechskerner. Und wenn ihr jetzt ein Core i5 der 13. Generation hast, hast du auch mindestens ein Sechskerner. Also CPU schon mal ausgeschlossen. Klatschen wir das hier hinten mal wieder rein, ne? Was waren das für Schrauben überhaupt? Verdammt, Axt. In the middle of the night. Der Hecklüfter war ja die Frage, da habe ich ja das Ding sauber gemacht. So, das waren die Schrauben für die Front. Wo waren die anderen Schrauben denn? Ja, Schwerkraft. Da sind sie alle! Hab sie alle gefunden! Da steht sogar eine ARC mit dabei! Das Spiel ist also relativ neu. Aluminium-Gewinde! Aluminium mit Gewinden drin ist so scheiße! Ach, kein Spaß, ne? Ich finde es nie einen Anfang! Ich bin auch sehr gespannt auf die neuen ARCs. Und spannende Produkte! Du findest halt auch keinen Anfang, ne? Das ist zu ätzend! Wus prosecute! Warum, um Gottes Willen, habe ich das auseinandergeschraubt? Drei Teufels Namen. Erst nach links drehen. Ja, aber das Problem ist ja, hier liegt es ja gar nicht übereinander. Das ist ja da schon krumm und schief, obwohl ich das hier hinten richtig eingesetzt habe. Das ist ja schon das erste Problem. Wenn das nach links drehen, das zelebriere ich ja wie kein anderer. Ich kann es hier ja gar nicht, weil es liegt ja gar nicht übereinander. Weil wir hier hinten nicht drin sind oder was? 80, 86 km haben wir ja auch mal da. Ah, jetzt ja, ein Pinsel. So, gut. Kein Klick ist auch keine Lösung. Es tickt nicht. Da vielleicht? Ne. Davos. Davos. Juhu! Guten Abend, Harry Potter. Ja, Sven Schulz, was ist das Problem jetzt? Startet das Spiel nicht? Oder bekommst du eine Fehlermeldung? Was für eine Grafikkarte hast du? Guten Abend, Harry nochmal. Den 99k hat sich ja damals der Bromi gegönnt und ich habe ihn dann kaputt gefummelt. Das legendäre Micro Starboard. Hat so lustig gepiepst. Okay, noch nicht gekauft. Ja, also wie gesagt, lass dich davor nicht verwirren. dann ist ein alter Core i7 der ist ein paar Generationen alt das war damals ein Sechskerner und du hast ja jetzt sogar noch mehr Kerne und natürlich ist deine CPU leistungsstärker als der alte und von den Features her sind nur neue Features hinzugekommen und das kann nicht innerlich sein also das ist überhaupt kein Problem Grafikkarte wäre halt noch so eine Frage die man gerne beantwortet sehen würde jetzt in deinem Zusammenhang da damit wir wissen wie leistungsstack diese ist und dann steht dem Spielspaß wohl nichts mehr im Wege er hat nur 67,50 T ja auf geht's viel Spaß beim Zocken so was ist das hier Gottes Willen kein Problem gern geschehen kein Thema so Netzteil on board ja ne oder Frontlüftertango erstmal lösen hier ich guck mal was ich an Lüftern da hab müssten wir auf jeden Fall also hier so so und so also wir könnten können da welche dranhängen oder wir spannen sie einfach mit Kabelbindern ein können sie mit Kabelbindern einspannen aber wir können auch Lüfter an Lüfter machen jetzt sind die Frage was man für Lüfter nimmt und man eher PWM Lüfter dann doch nimmt ich bin auch die schönen neuen Fraktals aus welchem Case haben wir die rausgeholt aus dem Dingens aus dem PopRXL aber das sind auch drei Pinnen das sind auch drei Pinnen und dann woher einstützende Neubauten Grüne Anoxias. Vielleicht passen sogar 150er. Alles 3-Pin. Alles 3-Pin. Fully in der Moxia-Party hier. Ich muss pinkeln. Hau! Der Mann hat Wasser getrunken. Er muss pinkeln. Hier noch ein 92er. Nein! Das war ein 80er. Ein 140er, die auch nette. Annette! Ich mach eine Flasche. Boah, Klassiker hier. Ja, guck mal da. Da wird nur einer gehen, ne? Oder? Nein! Wenn du ihn da hindubst, spackst du einfach rein hier. Spackst fest das Ding. Ah, hier hab ich einen 90er Noctur für hinten. Und einen schönen 14s Redux. Der hat doch ein schönes langes Kabel. Der wird es ja hier alleine auch reißen, ne? Hier unten. Der würde alleine einfach die kompletten Schächte abdecken. Die können wir einfach aufhängen. das ist ja nicht so. Warum ist nicht hier ein 120er Noctur? das habt ihr nur 140er kiste zu suchen der schöne zahlen anlüfter meine extension war ich glaube ja gebirgskind kurze frage ist die sparkle titan für 292 guter kurs darauf gezockt werden oder lieber finger weg hast du schon auf dem discord gefragt ich würde mich mal also ich habe ein bisschen angst bei den bei den sparkle karten was die lüftersteuerung angeht ich habe noch keine erfahrungsberichte zu der titan gehört ansonsten vielleicht mal abwarten wann wann kündigt intel an was war vorhin der turnus 3. dezember oder so leider keiner darauf reagiert ja und hier haben wir noch 92er pure wings ein längeres zulaufkabel dritter zwölfter kündigt intel was an ein bisschen geleakt wurde ja schon aber vielleicht gibt es ja auch was größeres anzukündigen da gibt es ja gescheite preise oder so der ist besser weil das kabel ist länger nehmen wir den schönen pure wings hier be quiet halt die schluss monty hat die getestet monty hat eine art getestet das monty so guck mal hier hier machen wir einen namoxia vor weil er schön aussieht keine ovalen lüfter leider nicht der style x 9 problem ist eigentlich von gestern habe ich auch schon getestet gehabt in der bastelnacht von vor einem jahr oder so müsste ein jahr her sein der treiber auf einmal lief cs mit stabilen fps problem ist halt bisher bei den a karten das obwohl die saustark in computing sind laufen halt nicht alle computing anwendungen gescheit also so was wie ki sehr kompliziert überhaupt irgendwie ans lauf zu kriegen die lüfter ansagen ja gut das sind jetzt hier noch ja case fans ich weiß gar nicht eine bezeichnung sind die alle gleich weiß ich nicht df 120 25 12 s el n 1300 umdrehungen aber ich werde jetzt natürlich alle drei verbauen sondern nur noch noch ein und das hier unten ist ein noctor redux nfp 14 s 1500 umdrehungen pwn gucken wie wir ihn hier rein hängen man kommt dann ein noxia hinten hin und dann haben wir auch den be quiet purewings 22 90 mm pw 29 225 mr minus pwm gern geschehen dass dies das anders ja monty quatscht viel so nur den papst da rein dein papst ne der legendäre papst man gute nacht cyber ja stimmt da langt einer aber da kann keiner mehr schlafen im haus wir können auch diesen hier machen wenn man hier durch und einmal dadurch dran ziehen ist doch ganz gut das gefällt mir kriege uns ein kabelbinder so ja andere drucken sich was ich ziehe mir einen durch ja ja Ja, Knubbel auf Knubbel ziehen ist halt ganz gut, also... Pong, ja ey. Demolier mir doch meinen Monitor noch, Kandalf. Kandalf der Silberne. So, unten das gleiche Spiel und schon das professionellst installiert. Hauptsache den Festplatten geht's gut. Scheiße, wie kriechen den jetzt da rum? Ja, genau so. Na ja, Kunststoff von Kabelbindern hält halt länger als Gummis, ne? Also, das ist mir mal erwiesen. So, hier sehe ich jetzt aber keine Öffnung. Ist das richtig so? Ja, komm, 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 komm. Jaaa! Jaaa! Jaaa, da kannst du hier... Top Gear hier. Amerika Trip. Heat Home Alabama. Da ging's aber ab, do. Ha! Bombenfest! Jaaa ... Herr Schssst man kann NAS sowohl auf SSDs aufbauen als auch auf HDDs. Es gibt beides. Es gibt natürlich die speziell marketingmäßig für NAS einsatz beworbenen Festplatten. WD Red, Iron Wolf bei Seagate. So, super. Vorne schon mal zweimal Rehn. Dann hinten noch einmal raus. 4x10, 2x2, 4x2, von 4x2. Also waren bisher 4x2, 4x10. Ja, ist auch super. Hast du dir dieses super Sonderangebot geholt, da bei diesem JB-Computer, wie der heißt? Das waren, glaube ich, 12 Terabyte Platten, die so schweinegünstig sind bei dem. Wo man nicht weiß, ob man dem Braten trauen soll oder nicht. Wie geht denn das hier? Da muss man gerade drauf, ne? Gottes Willen. Entschuldigung für den Lärm. Dann machst du auch nur dreimal, dann ist der Halter aber im Arsch. So, gut. Dann haben wir noch rückwärts. Wo war denn noch einer gedacht eigentlich? Im Dach irgendwo? Ich glaube, ja. Ich glaube, hier oben ist theoretisch noch einer gedacht. Der dann einfach unter den Kunststoff ballert. Wofür auch immer. Das ist halt die goldene Frage, will man da hinten raus befördern oder will man eine Frischluft ansaugen? Das macht natürlich ein brutales Ansauggeräusch vor dem sanften Gitter. Ne, hier oben. Hier oben ist auch ein Halter drin. Aber der ballert dann direkt unter den Kunststoff. Das macht auch keinen Sinn. Ich höre so gerade nicht, wie ich die Nasen da rein halt machen muss. Ja, es sind zwei. Ich habe zwei hier. Einer war noch oben drin. Ich bin unschlüssig wegen Kamin-Effekts. Ja, nicht, dass wir da Stauwärme dann nachher haben, ne? Aber ob die Zugluft dann reicht, um die Platten im Zaun zu halten, das 3er-Sandwich, das ist halt die Frage. Also hier oben. Ich habe einen Ressort drin. Also hier oben ein ruhiger. Und hier oben. Jetzt ist es mal so, so wir mit einer Kamin-Effektsperlein. Wir können hier oben dringen bis zum Zai-Levon. DannКА shooting gucken. Das ist halt der Wasser, deruli Besten. Hier oben. Und dann die blauen zur Ecke. Da." Dann geht's über einem Ressort drin. ich würde gerade angeben als hätte ich gewusst was ich tue aber nein ich weiß nicht was ich tue jetzt weiß ich was ich tue jetzt ist er drin ok cool genau und dann kommen da auch platten rein nie was schön genau der saß dann hier oben so macht halt überhaupt keinen sinn der ist der ist direkt direkt hier drunter direkt direkt da drunter das können löcher sein ja es sind löcher aber was soll denn da für luft durchgehen gar nichts ich weiß das ding erst mal wieder ins wasserbad hier hallo firewire virtuelle luft so ich habe noch festplatten geholt gehabt habe ich die irgendwo hingelegt ich hoffe es doch sehr ich glaube ich gehe jetzt auf toilette besser ist das sonst finde ich die nicht so endlich ruhe von mir so 8 terabyte exos kommen sie mal her in the middle of the night what so eine platte warum hat die nur zwei da fehlt ein loch ich kann nur mit jeweils einer schraube fixieren die platten als datengrab das ist ein backup backup nas für meinen nas keine mittelschrauben löcher ist sehr süß also das ist dinge gibt es gar nicht der kopf der schrauben breit genug ist hier oben hier hinten ist so eine kleine extra fixierung zu erreichen beiden seiten funktioniert so okay dann 8 terabyte skyhawk surveillance wird auch kein mittelloch allgemein problem mit dem mit ihm hier soll das rahm ist kacke rahmensuppe der ist aus aluminium ne der ist von thermal take renommierter 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 renommiert we believe so keine gummi lager für die platten ja nicht hierbei ne aber gut der steht eh abseits ist die lautstärke jetzt erstmal nicht so wichtig und zum glück waren die platten ja bisher immer sehr unauffällig was das angeht ansonsten die vier die hier unten rein kommen die sind auf jeden fall entkopplungs gestützt 8 terabyte skyhawk übrigens die 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 das kann dann zumindest so einen schönen warmen backstein hier werden das ding da das gewicht vom festplatten ist immer wieder beeindruckend herrlich ist das schönste gewicht das man hier in der hand hält was nicht die eigene frau ist ich weiß was du meinst soll man die eigene frau sein Cracky nein nein was weiß ich denn also jeder hand hat das ja so ein bisschen anders was soll ich denn das was was sollte ich denn da dann noch machen die voll sind sie noch schwerer dann hat sich hier noch hin für uns brauchen wir denn zwei jeweils warum wollen jetzt alle so ein NAS bauen mein NAS wird jetzt fünf Jahre alt und irgendwann ist mal Zeit für ein Backup mein 72 terabyte NAS was mittlerweile ein 96 terabyte NAS ist jetzt mal ein bisschen bisschen redundanz hinzufügen so der gedanke das ist ja gut super 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 jetzt vielleicht bohrt bevor wir die platten noch machen dann müssen wir erst eine andere kamera rausholen das wird auch eine spannende sache das mainboard hat ja zweimal ein gigabit ob ich die dann irgendwie in android merchen kann als einen als eine platte als ein device die weiß die weiß die weiß ist doch nicht besser ja die lampe bei rollei lumis highlight 96 terabyte voll sind die nicht das richtig zum glück sind sie nicht voll wäre sehr schön Kiss mhm hm 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 Das wäre ja noch schöner. Ja, aber 60 Terabyte sind voll. 60,4. Da. 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 Was das alles bei mir ist, naja, Aufzeichnung der Sendung hier. Fotos. Und halt so Daten. Geht es hier um PC-Technik? Ja, im weitesten Sinne geht es um das. Heute bauen wir ein Backup-NAS-System für mich. Und sind da nicht wenig erfinderisch, was die Gehäusewahl angeht. So. Das hübsche Leo. Ja gut, 2 Gigabits oder so. Müssen wir mal sehen. Ich kann noch eine 5er Karte reinziehen. Aber die Platten liefern hier eh nicht mehr als 230, 240 MB pro Sekunde. Kühler ist geil. Aber der wird runter kommen jetzt, weil die CPU wahrscheinlich auch nicht diejenige ist, die ich benutzen werden möchte. Und in dem anderen Case. Der Kühler ist so schwer, das ist so wild. Eine Schraube vergessen. Und in dem anderen Case kann ich ja nicht von hinten ran. Und da ist der 2 Höheneinheiten Kühler natürlich Quatsch. Aber der war schon nice. Eigentlich habe ich noch eine 5 Gigakarte über. So. So. 16 Gigram sind hier drauf. War da nicht Werkzeug dabei? Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Das Problem ist, den 5,5, weil den müsste ich erst mal woanders ausbauen. Das könnte bei dem absehbaren Zeitaufwand könnte sich das rechnen. Ach, Mann. Ich wollte jetzt auch noch mal einen Bastelnerd machen. Hat nicht geklappt. Aber dieser Corsair Luftkühler war einfach mal die pure Frechheit. Fassbar, ey. Oh Gott. Was für eine Frechheit das Ding. Ähm. 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 Oh. 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 moderiert euch jetzt aus spaß und alle weg oder was für euch alles porno ich behaupte nicht dass ich keine pornos habe 160 terabyte ist es glaube ich ein denkbarer verschwindet kleiner anteil ist irgendwie groß raw fotos sind so dass ein schicker kühler hier dieses vollkupfer gerät ist absoluter hammer brauchen das original retention kit wieder mehr 50 megabyte bei er wird das recht ja das kann ich bei der kommt daran ob die ob das komprimierte raw sind oder unkomprimierte raws aber normal sind es bis 50 megabyte oder bis 55 megabyte und mit der mit der die ich hier filme die der ihre raw dateien sind 80 mb groß und dann ja dann halleluja als die kinder beim fußball waren habe ich oft fotos gemacht alleine das schon platz ohne ende weg so kommen den 55er und den dicken alpenföhnen retro alpenföhnen drauf ist doch voll geil oder passt doch in das gehäuse direkt touch alpenföhnen drauf ist doch schon halb vier scheiße ist die zeit geblieben im kandalf kandalf universum kandalf denn sein ich weiß nicht was das ist auf jeden fall hat er noch so einen ätzenden montage montage ich mich einig muss das problem ist natürlich bei dem hätte dann ja nur vertikalen airflow da hätten wir ja nur vertikalen airflow das ist ja dumm top blower also besser topf blower also besser das montage konzept ist so ätzend ich glaube er ist auch nicht so wirklich kompatibel mit arm 4 ganz viel kraft geduld und spucke wahrscheinlich aber nie danke okay da werfen wir den plan wir nehmen einfach den 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 spire der auf dem auf 5 5 war drauf ist was der hier das ist ein fahrrad der andere ist ein alpenfön kein bild kein alpenfön wir kommen schön müsste ich mir klauen gehen hier drin ist ja nur 376 und ganz viele 24 g ist die hier nicht drauf laufen die 24 g ist gehen nicht schmutzige finger ja so ein 24 g wäre echt schön fürs leo aber nein geht leider nicht kann er nicht will er nicht kennt er nicht mag er nicht der bauer und dann ist er auch nicht naja gut dann organisieren wir uns den 55 war der alpenfön das ist er mit der orientierung ist es halt käse was bringt das wenn wir uns dann die warme die warme luft ist relativ aber dann unter die platte noch ballert ich denke auf dem leo macht ein top lor auch mehr sinn kommen wir mal mit dann geht's dann geht's Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist geil, wie niedlich das Gehäuse ist. Das kannst du ja fast in dem Kanderl versenken. Das Aerocool Delta hier. Die Kiste haben wir vor ein paar Monaten mal gebaut. Da steckt der Horizon 5500 drin. Haben wir die Backplate denn fixiert? Und da der einen monolithischen Kern hat, also nicht auf zwei Chips aufgesplittet ist, ist der tendenziell halt etwas genügsamer, wenn gerade mal wenig passiert. So, ne da ist nix. Oh, wo ist denn das Klebeband hin? Hier ist sowas. Die Backplate nicht abhaut. Stimmt, da müsste das AMD-Logo auch richtig rum sein, ne? Endlich kommen wir wieder Klebeband zum Einsatz, genau. Au! Mein Daumen ist doch schon Schrott. Jetzt kommt vielleicht wieder das schönes Krix, Krix, Krix. Ja, da ist es. Das ist der Sockel AM4, Sockel 1331 ist, es ist immer noch vertan. Das ist vertanes Meme-Potenzial, ne? Sockel 1337 wäre so gut gewesen. Tipp für ein schallgedämmtes Gehäuse. Puh, schwierig. Was versprichst du denn von der Schalldämmung? So, Flansch. Was möchtest du damit eliminieren? Weil Schalldämmung, Abstellkammer, richtig, beste Schalldämmung. Schalldämmung wird schnell pauschal überbewertet. Aber wenn du so viel Schalldämmung betreibst, dass keine Luft mehr da hinkommt, dann drehen die Lüfter hoch und dann wird es wieder laut. Körner Schalldämmung. Das Board müsste es sein können, ja. Ich weiß, in der offiziellen Liste ist er nicht drin, ne? Aber Fritzbox hat in die SMUs geguckt. Wir können ja kurz fliegend starten. Liste bis hier hin. Naja, die Saison, der Kugel, der Kugel, der Kugel, der Kugel und der Kugel, der Kugel. Sonst muss ein 3-7-X druck. Das war's. Zeh ich mich moin. Ich werde das Wort gleich mal interviewen, was das angeht. Leichtgewicht weg. So, ein Karton vielleicht. Zerro. 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 Theoretisch können wir den Fake Prism drauf lassen. Wie ich jetzt den Grafikkarte drauf stecken? Ja, ist einfacher. Zerro. 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 Hallo, ich bin die Kleine. Hippie. Gut mir, Alex. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank. Das Interface blinkt gerade. Kein Fall, lass mal auf einen SMU-Checker. Ich weiß es noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Bei dem RAM kann man sich auch nicht so sicher sein. Wo war denn der Ein- und Ausschalter? Ich habe das Handbuch nicht mehr da. Das Handbuch ist weg. Da ist es wieder. Danke. Ähm... Baurebutton 11 und 13. 2, 4, 6. 2, 2, 3. Das sind die beiden. Das sind die beiden. Dann kommt der Reset. Dann kommt Power. Dann kommt der. Da küht der doch. Schellen Sie mal. Dann kommt der. Dann kommt der. Vielen Dank. Vielen Dank. 25 Watt. Der Zucker pusht. Und... Sugar! 42 watts zuckerei oder ist das mit zucker cooler name fürs ananas das ist gut was du willst mein ananas machen das ist jetzt 30 30 watt so ohne dass wir sind ja gerade noch im boot vorgang ohne dass ein betriebssystem irgendwie noch hallo sagt c states sind auch noch doch hoch auf 60 aber dann beruhigt er sich auch ein bisschen ein ananas ist dann erzähle ich dir was oder die kartoffel vom hals oder apfel oder birne ich sag das nicht gern zweimal ich will saft so gut wo ist der lappen ja 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 fake prism is a dancer die jungs ihr habt spaß ist die hauptsache die ogs haben spaß hauptsache die kartoffel vom hals du radde hauptsache die kartoffel vom hals nein nein der kopf ist die müdigkeit durch Oh Gott, steckt das auch noch übers Internet? Hi, fein Freund. Wer muss jetzt alles gehen? Hand heben. Weiterschlafen. Ja. Icke. Ja, Icke. Mutti. Mach mal Kleckse Wärmeleitpaste drauf. Hilfe, mach kein Foto. Kannst das Alkoholspray verlinken, ist selbst gebaut. Ich habe einfach nur Isopropylalkohol gekauft im 6 Liter Vorrats Explosionspaket und dann habe ich von unserem Aquariumreiniger eine Sprühflasche missbraucht. Kannst du das machen? Ne, ist so ein Bild, ne? Ja, Isopropylalkohol, ja. Manchmal auch 2 Propanol genannt oder Isopropanol. Kannst du das machen? 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 Das ist fies, ne? Das ist echt ein fieses Geräusch bei dem Lüfter. Aber es ist halt so. Day 1. Since Day 1. Seit wann gibt es Ryzen? Seit 2017. Oh mein Gott. Das lag hier oben auf dem RAM auf. Das AMD-Logo ragt über den RAM hinaus. Ich glaube, es hackt. Ich kann den RAM nicht ausbauen. Die Kehrseite der Medaille. Guck mal. Endlich kann man das auch mal am AMD-Logo lesen. Jetzt kannst du den RAM nicht mehr ausbauen. Richtig. Das ist das Leo, ja. RAMO. Richtig. Bindersicherung von RAM ja. Nichts mehr machen. Ah, da waren noch schöne viele SATA-Kabel bei, ne, glaube ich. Und was war da? Da waren, glaube ich, vier Stück bei. Die Controller-Karte gespannt. Oh ja, die überhaupt was tut, ne. So viele Fragezeichen. Das kann eigentlich nicht gut ausgehen. Ach, scheiße. Da muss ich aber einen Riegel rausholen, um das hier wieder zu entfernen. So, wie weit haben wir denn hier? Sechs Punkt? Sieben Punkt? Wie viele SATA-Stromanschlüsse habe ich eigentlich hier dran getüdelt? Ich glaube, ich habe zu viel Molex dran gemacht. Kann das sein? Dreimal SATA. Ich glaube, was anderes da entütteln. Muss ich eh noch dran rumbasteln, ne? Nochmal dreimal SATA. Zweimal SATA. Das wäre achtmal SATA. Na, immerhin. Die Aufteilung ist ein bisschen Käse. Molex brauche ich ja nicht. Muss ich dann eigentlich noch umbauen. Dann kann ich eh erst mal gucken, ob überhaupt das funktioniert. So. Komm mal her, du Big Mac. Oh, ja, Big Mac. 5500er. Gehäuse zu groß, Tisch zu klein. Dudes zu dumm. Zoom zu nah. Iowa Shield. Come on. Yes. Das ist einfach so, dass es funktioniert. Montagehilfe. Liegst du hier? Wehe, du liegst nicht hier. Wo bist du? Mann. Warum versteckt sich denn im Moment immer alles vor mir? Ist doch fürchterlich. Da ist sie doch. Ich mache ein Sogehäuse, ich mache ein Sogehäuse. Wo sind denn die Montagepunkte? Ich habe da noch? Jo. Jo, du re, Jo. Wo, du re, Jo. Hatte Dirtje. Unglaublich lang, die Abstandshalter. Der da oben war richtig, ne? Und dann die drei. Das war mein Knie. Hier fehlt noch einer, ne? Der muss noch unten versetzt sein, ne? So, ein guter Tipp zum Einstellen der Gehäuselüfter. Wenn ich den PC anmache, laufen die alle auf 100% und laufen auch alle auf 100%, wenn du zockst. Ja. Ich habe das mal gemacht in dem Video, ne? Aber frag mich mal, wer das Video jetzt hieß. Ich habe, wir haben das auch heute wieder gemacht in der Bastelnacht. Aber das geht natürlich immer alles sehr schnell. Das ist halt auch immer lüfterabhängig. Ein bisschen boardabhängig, wie man das schön einstellen kann im Board selber. Also, eine Sache, die man auf jeden Fall mal machen kann, ist, dass du parallel dazu die HW-Info laufen lässt und einfach mal schaust, was du für Temperatursensoren hast. Zum Beispiel die Motherboard-Temperatur oder so. Und dass du einfach mal schaust, wie ist die Motherboard-Temperatur, nachdem du den Rechner angemacht hast und wie war sie im höchsten Falle nach dem Zocken. Und an der könnte man sich dann orientieren, dass man so einen Anhaltspunkt hat, wann man denn eine etwas bessere Lüftung haben will oder halt mal nicht. Ryzen 7 5800X3D. Okay, dann hast du einfach nur das Problem, dass er 5800X3D 5800X3D Dinge macht, indem er halt relativ schnell relativ warm wird und die Lüftersteuerung halt auf Standard läuft. Und Standard Lüftersteuerung ist halt dumm und denkt, CPU fackelt bei 65 Grad ab und gibt dann Vollgas. Dann muss man halt diese Stufen anders setzen. Dass man halt der Lüftersteuerung sagt, hör mal, 80 Grad auf der CPU ist noch nichts, ist nicht schlimm. Volldampf bitte erst ab 85 Grad oder so. Sogar noch ein bisschen sehr, noch ein bisschen unkonservativer Vorgehen dahingehend. So, zum Glück haben wir hier noch ein paar Abstandshalter überall, dass wir kontrollieren können, was wir verschrauben rein müssen. Sieht ja sehr groß aus. Vielleicht sind es grobe. Das passt ja außerordentlich schön. Die Schrauben hier waren alle aus dem einen Gehäuse, davon gerade eben. Also dann regeln sich vermutlich alle deine Lüfter anhand der CPU-Temperatur und das muss man halt konservativer einstellen. Die CPUs werden halt schnell warm, das ist normal, das ist bauartbedingt. Okay. Oh ja. Okay. 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 so ein oder grob ausprobieren ja das ist ein Kohl Das war's. ich weiß der kühler ist nicht laut den muss man nur richtig einstellen das stand irgendwie im thumbnail eine riesige laute festplatte im billig be quiet gehäuse intern verwenden kann man von der lautstärke aushalten zur not in nas einbauen laute festplatten können daily driver system natürlich schon sehr nervig sein das nas jetzt in keinem sensiblen raum steht wäre das natürlich eine lösung um die festplatte weiter zu benutzen ich glaube ich muss meine extra kabel gar nicht benutzen weil das netzteil hier optimal sitzt dort verschraubt du 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 tut Lieber oben rumlegen, brauche nicht Platz für die Kerlchen. Gute Nacht Furz! Am besten ist die Lautstärke vom User, wenn sein Windows einfach gestorben ist, ohne dass es sich vorher angekündigt hat bei der M2. Es läuft nichts mehr! Hat sich nicht angekündigt! Da hat nichts vorher geklappert! Scheiße! Es ist das Genie kaputt! Ich habe kein Backup gemacht! Aber zum Glück gibt es Cloud-Safe. Kann man Hardware umtauschen, wenn man es eingebaut hat. Es gibt so etwas wie das Fernabsatzgesetz, das dir das gesetzlich garantiert für 14 Tage. Natürlich, wenn die Hardware Einbauspuren hat, wird es schwierig. Dann muss man mit Wertersatz rechnen. Das heißt, man bekommt nicht seinen vollen Betrag zurück. Rums! Weil das Gesetz besagt, du kannst die Hardware nur so prüfen, wie du sie auch im Laden prüfen könntest. Und im Laden wirst du sie wohl kaum mal in deinen Rechner einbauen können. Wohl eher weniger. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier mit dem Netzteil handieren kann an den Vago-Klemmen. Weil ich werde die ja noch ergänzen müssen. Das sind einfach zu wenig SATA-Dinger. So, der Lüfter guckt dann in Richtung der Festplatten. Ich krieg's von hier hinten nicht rein, oder? Wie braucht man das denn hier ein? Wir müssen vorher die Festplatten rausnehmen. Ja, muss ich? Ich glaub schon, ne? Scheiße. Pfff! Alter! Wie haben die Herren der Schöpfung sich denn gedacht, dass man hier ein Netzteil reinkriegt? Hinten von Dings da durch. Ja, man muss hier das ausmachen. Ach, scheiße. Hättest du mal richtig hingeguckt. Trottel. Hier ist ne Blende! Oh! Fast über Kopf arbeiten, so hoch ist das Ding. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich. Oh, nee, ne? Okay. Hä? Ich bin zu klein, ja. Helmpflicht. Scheiße, Mann. Pass dich! Was ist das für ein Gehäuse? Ja, aber von wo? Ich verstehe es nicht. Hier vorne ist das Dach im Weg. Jetzt habe ich es geschafft. Mein Gott, Walter! So, wie hätte ich den jetzt hier rausgeholt? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, dass ich das hier rausgeholt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so richtig ist. Der untere Teil auch rein. Oh Gott! Ich weiß nicht mehr, dass ich das hier rausgeholt habe. Firmaltake! Hüpfen hier und dort und überall! Wieso nicht? Das war außen hier. Das war definitiv außen, das Ende. Aber... Ah, jetzt! Quacky-Argressionsprobleme! Ich habe es ja verstanden! Aber nicht kapiert! Ich habe es ja verstanden! Betro-Lahn ist eine gute Lahn! Jetzt. Es ist eine Schraube! Beep 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 Wir machen gleich einen kleinen Testlauf Ich zeige euch die Karte noch Ansonsten werde ich morgen ein bisschen noch ein paar Kabel bauen müssen Ich verwirre mich hier selber mit meinem RetroLaden Kärtchen was ich da gebaut habe So Wow das war ja einfach Oh 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 Ufff mal daran denken vorne aufzumachen er sagt das dieses aluminium als als gehäuse material das ist sehr teuer sehr aufwendig hat immer premium gekostet ja aluminium aber damit zu arbeiten weil es so flexibel ist so flimsy ist das wirkt billig es ist teuer verstehe ich alles aber du hast halt beim arbeiten an dem material in den händen fühlt es sich nicht wertig an ich weiß nicht ob das irgendwer nachvollziehen kann von euch daneben war reset erst mal nur power und reset dran brauche ich gar nicht die verlängerung das ist echt schön und traurig zugleich ich kenne ich kenne halt keine modernen aluminium gehäuse also das lian die hat eine zeit lang ganz gerne noch alu gefahren cooler master hatte mal eine serie ja ich kenne jetzt mal nur die dreiechen an wenn ich alles falsch gemacht hat würde ich nur drei festplatten vielleicht erst mal nur eine das sind vago klemmen so schnellmontage hier hinten verhindert dass du die grafikkarte einbaust fantastisch kein dvd laufwerk zum testen das wäre ein kleinerer verluste stimmt schon aber eigentlich ist die farbcodierung ja schon eine eindeutige sache datenkabel einmal ja da waren vier sata kabel weit voll geil na gut das ist jetzt glaube ich eine vierer da oben die war ja 464 hier sind die 38 da hinten sehr starre kabel so hört sich ja schon mal gut an grafik hängt so auf halb acht ich schraubt immer fest ob dieser erste start klappt irgendwie nicht oder ob das system aus solidarität komplett hochläuft weiß ich nicht verstehe ich nicht so ganz was der da macht wo ist der schrauber jetzt sind runter gefallen gerade eben der schrauber hat sich versteckt ich hatte doch gerade noch das netzteil festgeschraubt irgendwie funktioniert ein ausschauter nicht jetzt geht das system an ok jetzt geht er danach geht es direkt wieder an ok 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 Vielen Dank. So, das Schnellwechsel-Dings kommt jetzt als nächstes raus, weil du kannst ja nichts festschrauben. Query, wie konntest du das drin lassen? Man hat ja irgendwie die Grafikkarte festgekriegt und dann war fertig, ne? Gehäuse nach Aussehen gekauft, ganz viele Features drin. Rechnerzusammenbau war aufwendig. Nächstes Gehäuse wurde ein Fractal, ne? Oder wie war das? Ich weiß nicht mehr, was für ein Gehäuse ich eben den Rechner gebaut habe. Sogar von der Arc jetzt die Blende verbogen, weil ich an dem Kunststoff vorbeischieben wollte. Sogar von dem da ist er... Und da wird er... Sogar von dem da ist er... das bild jetzt weg stand bei oder was die gute nachricht erstmal alle lüfter laufen die festplatte ist noch nicht abgefackelt wieso es war ja es könnte sein dass wir deshalb black screen tango haben risa ist bar nicht anders kann ja keiner garantieren was seine arg macht was Okay. Wo sind sie denn? Wo waren sie denn? Wo laufen sie denn? Da ist sie! So, ansonsten hier nochmal fürs Protokoll. Lüfter rennen. Da sind gar keine Infos drin, das ist richtig. I got no NBME! Wahoo! So, dann gucken wir uns noch die China Karte an. Wo ist sie? Gucken wir, ob die auch einen Laufwerk findet. PCIe SATA 3 Karte. PCIe 304X. PCIe 304X. PCIe 304X. Und die sieht dann so aus. Aus Mediacip 6x SATA. Was meinst du hier? NVMe oder was? Das ist ja nur quasi voreingestellt, was für ein Device er booten soll. USB-Device, CD, DVD, NVMe oder Haltfestplatten. oder Netzwerk. Das passt hier mit dem Startkopf nicht. Ich will die richtigen Ports benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Ah, ich bin ein zu weit. Jetzt ist es richtig. Schwein zu weit drüben. Ah, jetzt sag mir nicht, die Ark ist zu dick, um die Karte da reinzustecken. Ah, gemeine Ark. Das sind auch Aluminium Slotblenden. Ich meine, die stecken wenigstens gut. Das sind halt Schraubenlose, wisst ihr? Stecken tun die wie die Sau. Ist hier noch irgendwo ein Schräubchen? So, da bitte. Spaß mit dem Gehäuse, non stop. Ich meine, wenn dann alles drin ist, dann ist ja gut. Dann freut man sich über das vergleichsweise geringe Gewicht. Obwohl da Milliarden Daten drin sind. Ah, hier unten ist eine Schraube. Hier unten wäre die Schraube gewesen, der Preis. Ich heiße Bierpreis. So, dann hängen wir noch eine zweite Platze dran. Und dann haben wir noch eine Schraube. Da tengo die Schraube. Und die können jetzt noch einen Schraube geben. Das ist eben nicht so. Das ist eben nicht so. Das ist eben nicht so. wie die kabel sich im weg sind wenn du ein abgewinkeltes dran hast Faktor Gut, die Arc bleibt ja nicht drin. Ist ja jetzt nur erstmal, um einfacher zu arbeiten. Das ist ja ein integrierter VGA-Kollege drin. Gucken wir mal, ob der gleich im BIOS auch erkannt wird. Müsste ja eigentlich, ne? Müsste ja eigentlich auch miteinander sprechen. Dann sollten wir zwei Festplatten haben. Also eine hängt jetzt direkt am Board und eine hängt über dem Controller. Da ist der eine. Kann auch sein, dass er hier ist. Hier nicht angezeigt wird. Jetzt bräuchte ich nur so ein Linux Live-Dings-Booms. Der X4-Slot ist aktiviert. IOROM ist auch aktiv. Serial-Report hat damit nichts zu tun, Herr Bauer. Hier sehen wir auch nichts weiter. Ist nichts zu sehen. Können wir nur schauen. Ich weiß nicht, ob da... Oder Windows To Go. Ja, habe ich auch. Und dann müsste ich dann erstmal Top-USB anschließen, damit ich meine Maus überhaupt noch eingesteckt kriege. Noch klassisch, klassisch USB-Anschluss hier. Zum Glück haben wir das Handbuch offen. Das ist... Must be... Ah... 6 ist plus. 1 ist plus. Aber der ist doch gedreht. Hä? Der ist doch etwas zu schüttern. Aber das ist ja auch so, dass ich die Karte. So, das ist ja so. So, das ist ja so, dass ich, wenn du das einfach machen, kurz über der popel us leben aus ausprobieren ich glaube wir haben schon zwei sata geräte erkannt oder schon zwei gpt geräte erkannt hier das ist falsch das ist richtig oder ist der usb port kaputt jetzt verstehe ich gar nichts mehr ja falsch ok 12 sind power ja verpeilt okay gut also ich komme mit meinen kabeln wahrscheinlich nicht so weit ne die habe ich damals irgendwie in irgendein medimops gekauft wie hieß der denn noch der laden ach so ne in leipzig war das glaube ich medimax oder wie hieß der ist denn dieser brennt dieser brennt wo bist du hast du dich versteckt ich hab dich doch jetzt noch ins teil wo bist du denn habe ich dich hingelegt zeig dich doch bitte wir brauchen deine hilfe i have to play schwingel dangle schwingel dangle juhu dankeschön nein nicht aufnehmen ich fühl mich so verarscht ich habe das laufwerk doch fertig gemacht wo habe ich es denn hingelegt ich die beschreibung glückwunsch nicht aufnehmen immer noch nicht medimax ne ja so gelb gelb schwarz irgendwie ja ja schon wieder ist die lampe geflogen heute fliege ich die lampe aber oft so ein usb kriege ich ins dach aber den anderen nicht der ist zu kurz ich brauche ja nur einen 3 0 für die platte aber ich meine die efischel hat uns eigentlich schon verraten dass er zwei sata platten gefunden hat eigentlich hat uns die efischel das schon verraten guck mal da ist nämlich einmal gpt und zweimal gpt also zwei platten hier gesehen für meine begriffe jetzt habe ich drei platten am strom vorne und soweit innovationsmäßig ok muss ich mir nur beibringen dass er von usb bootet usb first please hat er schon hat er schon nach vorne geschoben sie meiner guck schon von alleine nach vorne gemogelt stimmen windows usb ist die gerne mal auch checken können in der tat grüß dich wir haben heute kandalf gemacht alter verwalter was eine geburt ich brauchte ein gehäuse für festplatten platz platz für platten so als nas backup tango wo der gedanke also hier steckt gerade das leo drin und sechs platten sind schon drin da kommen noch ein paar dabei oben sind drei da vorne sind drei und hier ist noch mal platz für vier das ist jetzt erstmal notdürftig zusammengestöpselt um erstmal testlauf zu machen weil ich muss mir für mein für mein wago netzteil muss ich mir noch ein paar sata stecker bauen ja ist groß voll aluminium gehäuse thermal take frontblende mit material stärke die einem einem vrm kühler konkurrenz macht wir hier so eine doppel flügeltür das ist die kleinere seite der flügeltür guck mal wie guck mal wie dick das material ist das ist voll amok servus bieringer jetzt haben wir kein bild mehr oder was puten sie mal oh mein gott ich bin schmüt sieben stunden live spiele gerade mit den gedanken ob ich extra löcher bohre in den festplatten käfig oben damit ich die mehr treppenmäßig bauen kann spieler oder eine für preis ab sieben stunden ja jetzt nicht schlapp machen obwohl du dann endlich sein server bordes auch als einen moment wir können für den tobias mx noch verifizieren ob ob meine frontblende noch leuchtet oder nicht dann kommt das video primes ab hier vielen dank speedo warum bietet er denn nicht worauf wartet er bin ist ja acht stunden voll ab ach so logisch ich bin schlapp Schau mal, geresettet. Schau mal, geresettet. Schau mal, geresettet. Okay, lasst uns herausfinden, ob hier was leuchtet. Zwei Stecker. Tatsächlich. Ich meine, ihr kennt den Windows Boot Manager, weil... Okay. 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 So. Für das Bullauge brauchen wir immer extra Strom. kommt nicht durch eine gute rechner macht ja auch hier gerade randale ralf ob das bull auge auch noch irgendwie licht macht was auch immer da leuchtet der war das nicht waren das bull auge dran das ist ja eigentlich auch nur strom das war dann wieder was eigenes vielleicht habe ich das woanders hingelegt dann weiß ich es gerade nicht goodnight bromi er bootet mein windows to go nicht skandal guck mal die drauf gesteckt leuchtet auch noch blau das wäre die eine hälfte eine doppel flügeltür so halt im prinzip kann da kann darf der silberne so also müssen wir mal versuchen den windows stick zu starten ja ich glaube es läuft darauf hinaus so minus 10 20 jahre wird das jetzt glaube ich im dezember oder wie war das so 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 in aluminium ja einäugiger ok er geht ins bei aus weil er nicht weiß was er buten soll ist der windows 10 stick kein windows 10 stick mehr ich habe mir jetzt einen ventoi auch wieder gebaut ist das der hier venturi venturi von deichmann scheiße so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Eigentlich müsste es gehen. Aber vielleicht mag der Speicherkontroller in der CPU den Speicher nicht. Und deswegen ist er etwas unstimmig. Da ist doch der Data Traveller. Boote doch von diesem. Kann er nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das der Stick ist. Gucken wir erstmal, ob das hier im Windows 10 Stick ist. Da taucht nichts auf. Wunderbar. Oder war da nicht was, dass der 3er irgendwie vom Buten nicht her wollte? War da nicht was? Wir gehen mal in den 2er her. Irgendwas war da. Schon wieder verdrängt. Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt gerade mein Windows To Go booten am 3.0er. Kann man mir um 5 Uhr in der Frühjahr mal verzeihen. Oh Mann. Ach komm jetzt. Ich habe es euch gegenseitig. Das war's für heute. ich muss auch einfach die hälfte der usb sticks verschwunden alle diszipliert jetzt alle urlaub alle schon ins bett gegangen das könnte der venturi schießt mich totsticks sehen beide gleich aus aber ich meine als wir das getestet haben dass leo das über den 3 0 auch kein start drin war wir dann über 20 gestartet haben heimisch trinken ja rost und noch das ist die flasche man muss schon ein bisschen gedrückt mitbringen bei dem ding ja 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 wenn ich genug geduld ja 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 alternativ würde ein tai chi in dem gehäuse auch gut aussehen da könnte ich wenigstens in 2 4g drauf machen das x3 70 tai chi das hätte auch 10 sata ports bräuchte die kontrolle auch nicht zu beherder neid für leo aber hallo die karte selber hat keinen jumper könnte natürlich ein faktor sein das virus bin ich jetzt gekommen weil ich da rein wollte gehen sanders scheitert wenigstens zu booten das ganze moment dauern bevor der ladekringel kommt wegen usb 20 ja 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 dauer zu lange ja oder der hdmi splitter spieler zu streich gerade am akrabin ne tut er nicht okay hätte sein können das den 1 wenn man liegt die kompatibilität beibehalten dann können wir kein resizebar machen das funksionuckelt dann ja auch nicht oder eine slot ja ist richtig wenn es bios will dann macht er das auch ja vermutlich taugt der controller einfach nichts der china controller da ich denke nicht dass ich das einzeln umstellen kann ich habe sowas noch nie gesehen wenn man ja das nur hier war wir machen das rom mal aus machen rom mal aus okay weil für meine begriffe was der jetzt macht der ist ja vorhin ins efi gegangen da ist er irgendwie hingekommen so wirst du nicht starten kann das sein welcher ist denn der venturistik jetzt hier können die geräte der mann hier sprechen das ist ein leerer kingston der ist es schon mal nicht da sind voraus drauf du bist lubuntu du bist ventur ist auch wenn teuer aber wahrscheinlich bist du grüß dich ja das tut was man von ihm möchte ben schmack stick stick du musst einfach nur an den internen usb port weil der schöner ist das ist eventuristik gut das weiß ich dann jetzt machen wir noch mal aus die vier lanes sind gute frage jetzt ist nur der eine dran ich weiß die orientierung aber jetzt bei dem wort nicht die ressourcenverteilung ob das alles lanes sind die vor der cpu kommen oder ob das dann vom chipsatz ist so ich gucke die kommt von der cpu jetzt kommt gar kein bild mehr oder was so ich gucke die der interne typ a usb ist übrigens ein 3 1er steht hier also gar kein bild ist schon ein bisschen scheiße wieder warum nicht mal den blinkenden cursor kommen wir nehmen die karte mal raus dann muss halt ein anderes mainboard rein für dieses einsatzgebiet dann tut es mir leid dann natürlich noch eine idee wäre so wie die lanes vielleicht verteilt werden von der cpu wie die aufgeteilt werden auf die slots aber ich weiß nicht ob es im bios dafür settings gibt jetzt laufen die lüfter die ganze zeit hoch machen wir haben kein bild mehr jetzt kommt er wieder ja das sollte passen sollte es corner so den kurser haben wir immer kurz gesehen aber das waren vielleicht weiß ich nicht 15 sekunden oder so dann geht es dann weg wir haben als wir haben eine etwas andere cpu natürlich hier drin die hat ja nur gen 3 lanes und ich glaube auch vier lanes weniger als sonst üblich aber die fehlen dann eigentlich beim x16 slot dass man die karte nur mit acht lanes läuft so da war doch gerade was jungen stand da gerade kurz auch 24 mit 3 0 aber irgendwie kann ich die bit for cation nicht ne die aufteilung auf dem auf dem 16er slot in vier mal vier mal vier mal vier beherrscht die nicht hat mir zumindest das ischie geschrieben davon ab die kontaktleiste der der karte sieht in hallo aus jetzt du kannst was 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 du cái du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst aber da ist die jemals auch nichts das ist noch flussmittelrückstände waren also jetzt besser black screen so ein humbug kann sie ab machen er hat sich auf jeden fall nicht so entspannt wie ich es gerne hätte. Und wenn ich dann daran denke, dass ich dann eventuell CPU-Tausch machen könnte, dann stellt es mir die Nackenhaare auf, weil ich dafür das Board dann auch wieder rausholen müsste. Weil mir sonst nämlich der Adapter natürlich wegläuft. So. Boote von ihm da. Kannst du das? Secure Boot Disabled. Das war das, was gerade kurz da stand. Ne, 2000 nach Horizons kann das leider nicht. Willst du das bestätigt sehen? Oder müssen wir warten? Und dann hängt da sicher auf, gell? Schade. Also entweder kommt er mit der CPU nicht ganz so gut klar oder die CPU kommt nicht ganz so gut mit der RAM-Bestückung klar. Ja, klar. Normalerweise 8 PIN drauf, aber... Bei dieser RAM hier, da war ich eigentlich ganz froh, dass ich den hier drauf hatte. Kriegen wir den hier runter? Ne, ne? Doch. So. Zweite Bank von unten. Kuschel. Feuer frei. Gucken, was passiert. So. Let's get started. Oh. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, da war es wieder kurz. Aber das Ventoy-Ding sollte eigentlich dann sofort aufploppen. Das Menü für diesen Stick. Wir haben eigentlich nichts groß eingestellt im BIOS, gell? Also normal, außer Resize Bar aktiviert, haben wir nichts gemacht. Ah, da war es wieder kurz. Das wollte ich jetzt machen. Ich wollte jetzt nochmal die Falls laden. Okay. 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 So, 8 Stunden haben wir gleich voll. Reicht dann wohl, ne? Hahaha. Scheiße. Okay. Okay. Wir mag ja nicht, ne? Überhaupt nicht. Jetzt setze ich aus in die Einheiten. Oh ja. Jetzt ist es wieder Schawatz. Wenn sie alle USB-Sticks vor mir versteckt hätten, würde ich sofort Ja sagen. Es ist halt hier einfach nur pures Chaos und du findest nichts. Ich habe noch einen Mem-Test im Angebot. So und dann mache ich Feierabend. Letzte Bastion-Mem-Test und ab ins Bett. Mal nachts drüber schlafen. Taichi-Einbau mit 2,4 G. Irgendeinen Ramm finden, der darauf funktioniert. Vielleicht funktioniert ja auch der Olo Crucial. Fertig ist. Ich nehme mal an, also für mich sieht es ganz danach aus, als würde die CPU-Board-Kombi nicht harmonieren, weil die CPU ist auch nicht offiziell in der Liste drin. Nur weil die SMU drin ist. Na guck mal, der Mem-Test startet. What a joke. Der hat ja auch das Evi vorhin gestartet. Moin, Sum-Sum. Moin, Sum-Sum. Wie gut, dass ich den relevanten RAM rausgeholt habe. Gäh. Gäh. Max Ventoy nicht. Warum wollte denn der Rest nicht funktionieren? Wegen der Secure-World-Geschichte oder was? Wegen Dr. Rufus? Rufus. Was ist denn mein normaler Windows 10 Stick? Also das ist doch alles scheiße. Also da haben wir das 11 Stick viel mehr. Und wir haben das 11 Stick viel mehr. Ich kann es auch mal Hallo sagen, er freut mich, moin. Ich bin fertig für heute, ich kann nicht mehr. Ich überleg mir was, schlaf eine Nacht drüber. Ich kriege vor allem nen ollen RAM jetzt nicht mehr da rein. Morgen Fehleranalyse streamen, ne, morgen Abend kriege ich keine 10 Pferde mehr live. Dann gehe ich ins Bett. Was ich hier versuche, Backup NAS zu bauen, ich wollte das gerne auf Basis des Gigabyte mit Leos machen, aber das Leo hat mich jetzt in den letzten Minuten nicht mehr so gemocht. Man weiß es nicht, es muss ja nicht das Leo sein. Mal gucken. Ich kann mir jetzt keinen hundertprozentigen Reihen drauf machen, kann auch nicht mehr klar denken. Kann es mit deinem System nur von alten USB-Sticks bekommen. Es kann natürlich sein, dass das Leo wählerisch ist, was den Boot-Stick angeht. Ich finde, ich weiß auch gerade nicht, wo mein Standard-Windows 11-Stick hin ist. Das müsste sich ja alles verstecken. Aber bei dem Chaos hier muss man sich aber auch nicht wundern. I really don't know. Keine Ahnung. Aber das ist Windows-to-Go will da ja auch nicht booten, wegen der Sicherheit. Wir können es natürlich nochmal in dem internen Port probieren, ob dann Windows-to-Go hallo sagt. Mit dem U-Halt-Ding. Hauptsache ein Gehäuse, wo die Platten reinkommen. Da muss man uns das halt etwas einfallen lassen. Mal eben Platz für zehn Platten haben, das ist halt auch nicht so easy. Die Platten sind wieder Das sind jetzt die ersten Gehversuche mit dieser CPU-Bordkombi, also das Netzteil ist auch noch so ein Faktor, der sein könnte, aber bin ich dann schon merkwürdig, wenn das das Bootverhalten irgendwie beeinflussen sollte in der Form. Finde ich eigentlich eher unwahrscheinlich. Es hängt jetzt eine Festblase dran. Ja, aber Dr. Windows 2 Go mag mich auch nicht. Ja, ich werde es morgen nochmal ausprobieren mit einer anderen CPU. Vielleicht mache ich morgen 37X drauf. Das ist halt ein bisschen schwierig bei dem Board leider. So wenig Auswahl haben an CPUs. Das ist der 37X. Ich habe sogar noch einen Athlon 200 GE. Niedlich! So, ich habe die Platte mal abgeklemmt. Nee, auf dem habe ich Distance gespielt, richtig, ja. Dann... ... ... Das Bordverwaltung Ja in dem Screen eine gewisse Zeit lang, bevor es weiterbootet. Ich mag weder mein Windows-to-go noch den Ventoy-Stick. Jetzt kommt nochmal USB, hallo. Meine Tastatur und Maus, die blinken dann kurz. Ich sage, ich will ins BIOS gehen. Das sieht nichts weiter. Ich will nicht traurig sein. Wenn schon Lösungen finden. Es muss auch mal solche Abende geben, mal wieder. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts geschafft. Also entweder CPU-Board-Kombi-Problem, Netzteil-Ausschlaggebender-Faktor, wobei wäre ungewöhnlich meiner Meinung nach. Mehr fällt mir nicht ein. Den Mem-Test hat er ja gebootet, der Blödmann. Und er hat eigentlich auch die Platte angezeigt im E-Fi, als er das E-Fi gestartet hat, was er anstandslos hingekriegt hat. Vielleicht muss ich mir morgen nochmal einen Unraid-Stick basteln, Hauptsache der blutet den, aber ist schon merkwürdiges Verhalten zur Paarungszeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erholsame Nacht und danke euch fürs Einschalten. Genau, es sind sechs Uhr. Fast. Jetzt mal ich Schluss. Tschüss. YouTube.